Ja, Moinsen! Oh! Mal ein ganz anderer Anfang! Gib mir das hier, damit ich was zum Riechen hab von dir. Oh mein Gott, ey! Mal ein ganz anderer Vlog-Anfang. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, Freunde! Ich weiß gar nicht, inwiefern ich euch jetzt mitnehme. Wir haben nämlich heute was ganz Besonderes vor. Es geht nämlich jetzt nicht direkt los mit Lost Place Tour, sondern einem ganz wichtigen Networking-Event hier in Köln. Und wir werden von Köln aus hier die Tour starten, Alter. Erstmal schön, dass du da bist. Komm mal her, Junge! Schön, dich zu sehen, Alter! Wir fahren jetzt erstmal zum Event, nämlich Creator College, wo ich auch vor zwei Jahren war. Ich guck mal, ob ich ein bisschen was filmen kann. Du hast schon schön was zum Snacken mitgemacht. Ich glaub, da wird's mehr als genug geben. War zumindest bisher immer so. Ich hab ganz so Hunger. So, ich würd sagen, los geht die Reise! So, meine Lieben, wir waren gerade beim Networking-Event. Taco hat sich natürlich rausgeputzt, ne? Wie immer, die gute Revolution Race Hose rausgeholt. Mittlerweile hat's leider angefangen zu regnen, aber jetzt werden wir die Tour so richtig durchstarten. Wir haben einiges auf der Liste und wir haben auch schon wahrscheinlich einen sehr, sehr geilen ersten Overnight-Spot, den ihr vielleicht sogar kennt. Und jetzt machen wir Köln unsicher. Ich probier grad mal hier Leons neue tolle Kamera aus und ich wundere mich gerade, was hier für eine weiße Kruste irgendwie drauf ist. Das ist vielleicht, äh, das... Du kannst die Aufnahme halt löschen. Also das mit der Kruste, das musst du jetzt nicht mit rein, ne? Äh, da könnte ich schon wieder kotzen! Alter, was war das für ein Vorliste, ey? Ich komm mit einem Stimmenbruch, ey. Ja, Taco, kannst du bei den Fahrtaufnahmen vielleicht noch ein bisschen näher an mein Gesicht? Ich hab immer das Gefühl, dass du so weit weg bist. Man kriegt gar nicht richtig mit, was ich eigentlich aussage. Was ich bin als Mensch, kriegt man gar nicht mit. Ist das so gut jetzt? Genau, bisschen auch auf den Mund. Da hat man auch versteht, was ich zu sagen habe. Danke. So ein bisschen Abenteuerfeeling hat das schon, ne? So wenn die Dämmerung anbricht und man weiß, man läuft jetzt zu einem Lost Place, wo man gleich drin pennen wird. Aha, Freunde, ich freue mich und diesen Lost Place kennt ihr alle. Ihr habt nämlich bei dem Video von der letzten Frankreich-Tour ordentlich in die Kommentare geschrieben, dass wir unbedingt hier einen Oberleiter machen sollen. Und deswegen gehen wir euren Wünschen nach und machen das natürlich auch. Da ist er. Das alte Kinderspiele-Paradies. Benoa, welcome. Ich bin mal gespannt, ob die uns gut beherbergen können. Das ist auf jeden Fall direkt ein cooler Einstieg in diese Tour. Ich bin auch gespannt, was sich verändert hat zum letzten Mal. Das erste, was mir direkt auffällt, ist, dass der Zaun hier irgendwie komplett umgetreten wurde oder so. Stell dir mal vor, wir kommen da gleich rein, alles leergeräumt. Stell dir mal vor. Wenigstens wurde uns der Zugang jetzt ein wenig leichter gemacht, weil mit den Rucksäcken ist alles immer doppelt schwierig, ne? Okay. Ich bin hier so einfach durchkommen mit meinem fetten Ding, ey. Mit deinem fetten Sack, meinst du? Das tut bestimmt gerade weh zwischen den Beinen, ne? Dieser Rucksack, ne? Ja, ist so schwer. Boah, ich finde, es hat immer eine ganz andere Atmosphäre, wenn es so dämmert oder dunkel ist. Es ist ja noch nicht mal ganz dunkel, aber letztes Mal war es so richtig sonnig, als wir hier waren, wenn ihr euch erinnert. Und jetzt hat es so eine richtige düstere Atmosphäre direkt, finde ich. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, sollen wir durch den Keller gehen? Ja. Komm. Komm, wenn wir schon mal hier sind, einmal wenigstens gucken. Das ist schon cool, wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ich bin richtig gespannt, wie der Overnighter wird. Und? Hä? Hä? Das eine ist noch mehr kaputt, als es vorher war. Aber das hier ist verbarrikadiert worden. Okay, krass. Boah, ich befürchte gerade Schlimmes, nämlich dass wir gar nicht reinkommen. Und ich sehe schon. Drei Stunden Fahrt vor uns, zur Suche des nächsten Overnightspots, Alter. Ja. Hier gucken, oder? Ja. So, und hier direkt hoch? Ja, oder? Ja. Perfekt. Profi-Einbrecher. Die Profi-Einbrecher. Die Profi-Einbrecher. Sie suchen einen Profi, der in das Haus ihres Nachbars einbricht, um dort womöglich einige Optionen, Szenen auszuspionieren. Oder vielleicht auch den einen oder anderen Wertgegenstand mitgehen zu lassen. Und dann rufen sie uns an. Taco und Leontibao. Ich bin Taco und ich komme in jedes Haus rein. Jetzt egal, ob Alarmanlage abgeschlossen, kein Problem. In deinen guten Tagen, da beglückt der sogar ihre Frau. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal schon war, aber hier ist auf jeden Fall Stacheldraht auch. Der war auf jeden Fall mal da irgendwo in diesem Loch drin. Oh, jetzt wird's spannend. Okay, ich geb den Rucksack an, ne? Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Oh, krass. Alter. Ganz, ganz andere Atmosphäre bei Nacht. Alles gut? Oder hast du was gehört? Ich dachte aber auch kurz, ich hätte was gehört. Step Nummer eins ist, einmal alles checken, oder? Wir müssen jetzt nicht in jeden Raum gehen, aber dass wir einmal die Hauptbereiche überprüfen, ne? Boah, ich freue mich schon, da gleich wieder rein. Wollen wir echt hier in dem Ding pennen? Ich hätte gesagt, da direkt, oder? Ist schon am geilsten so da oben drin. Wenn man schon in einem Kinderspieleparadies pennt, dann muss es auch da sein. Wir pennen halt auch hier direkt am einzigen Zugang, ne? Ach Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch trauen würdet, hier in den Overnighter zu machen. Ach, es ist auf jeden Fall aufregend. Und gerade hatten wir auch wegen der längeren Fahrt und auch wegen dem Event, wo wir dann noch waren, so ein kleines Low. Waren dann so ein bisschen powerless. Aber jetzt langsam kommt auch so das Adrenalin wieder weg. Wirklich, man spürt es direkt. Also hier ist irgendwie frische Farbe oder sowas. Also die ist auch wirklich noch feucht. Uiuiui. Energydrink. Also, wer sowas billiges trinkt, da weiß ich auch nicht. Da habe ich nämlich was viel besseres. Schaut mal in die Beschreibung. Lass mal kurz gucken. Ja, wir können gucken. Auf jeden Fall. Also du würdest hier bevorzugen. Hier ist halt schön clean so, ne? Ist egal, wer kommt. Du musst dich erkenntlich zeigen und auf Konfrontation. Also nicht Konfrontation, aber am besten direkt nackt ausziehen und komm, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, Mann. Ich habe es noch nicht erprobt, falls ihr das jetzt denkt. Der Profi. Ja komm, der Profi. Noch nicht erprobt. Alter, hier hat sich aber auch ein bisschen verändert. Die haben sie wirklich noch mal gewütet. Wir haben noch Festtagsscheiden drin. Die haben da auch alle rausgekloppt. Es gibt mir eigentlich mehr oder weniger Sicherheit, dass jetzt nicht irgendwie Security Polizei oder so, ne? Höchstens andere Urbexer. Wir haben auch Samstag heute. Also könnte durchaus sein, dass wir Besuch bekommen. Wir richten uns jetzt ein und suchen einen Spot. Da ist die Rutsche des Todes, Alter. Die Urinrutsche. Die Urinrutsche. Wir müssen ein bisschen klettern, mein Freund. Guck mal von hier. Boah, das wird echt schwierig jetzt mit Rucksäcken und so. Der kriegt schon Panik. Der kriegt Eierflattern. Adrenalin ist da jetzt, ne? Dann gehe ich jetzt diesmal vor und dann nehme ich immer Step by Step die Rucksäcke an, okay? Ja, alles klar. Aaaaahhhh. Alter, ich sag mal vor, echt irgendjemand kommt so. Wir müssen uns verstecken. Wir kommen hier nicht raus. Nee. Wir müssen uns zwingend verstecken, wenn hier jemand kommt. Ja, aber die kommen ja auch früher oder später hier in dieses Ding rein. Und wenn irgendwer reinkommt, müssen wir sofort Hello, what do you want here? Ja. Besser als verstecken und dann... Safe und dann finden die uns da auch. Ja, und dann erschreckt sich jemand und dann eskaliert die Situation oder so. Hör auf jetzt, Mann. Alter. Ja. Beschreib's doch noch weiter. Ja, dann eskaliert die Situation. Dann zügt er in ein Messer. Dann liegst du auf dem Boden. Ganz beruhigend vorm Oberleiter. Ihr sitzt jetzt zuhause, schaut das Video. Wir müssen hier jetzt gleich pennen. Ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt, wie eng das hier eigentlich ist. Mit den fetten Rucksäcken. Oh. Scheiße, Leute. Was machen wir hier? Schon wieder für eine Scheiße. Ich meine, jetzt sieht man mal ein bisschen, Leute, wenn Taco jetzt da durchkriegt, wie eng das eigentlich ist. Alter. Oh, ich hab gefurzt. Das stinkt. Okay. Oh, Leute, das ist schon wieder... Scheiße. Theoretisch könnte einer hier oben und einer da unten pennen, weißt du? Weißt du, was irgendwie trotzdem creepy ist? Die Rutsche ist da direkt und theoretisch kann man die Rutsche halt mit Schuhen easy hochlaufen, ne? Gut, das kriegst du auch mit, ne? Schläfst du freiwillig an der Rutsche oder sollen wir schnick-schack-schnuck machen? Das stimmt schon. Hahaha. Der hat auch einen Kettel in der Buchse ein bisschen. Ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt auch, ne? Wir haben jetzt hier einen Spot gefunden, wo wir uns hinlegen können, aber einer von uns muss direkt neben der Rutsche schlafen. Und die ganz krassen, zum Beispiel Fritz Meinecke, die würden sich jetzt hier, so wie bei Seven vs. sobald, hier drauflegen und sich da ein Bett bauen. Dann kann ich nämlich auch nachts hier durch dieses Netz schön mein Loris durchhalten. Ich glaube, ich will doch oben schlafen. Mich wünscht das, dass die Videos nicht alle dämonetarisiert werden bei uns. Aber Loris, damit meinst du auch ein Lolli, an dem ich dann, ne? Ja, ja, ja. Hallo, Putzfrau, Putzfrau. Mal putzen. Also ganz ehrlich, so schlecht sieht es gar nicht aus, wenn es so sauber ist. Ich überleg mir die Hose auszuziehen, Junge. So warm. Ich glaube, ich zieh mich einfach direkt ganz nackt aus, oder? Hast du was dagegen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Leon gern mal nackt sehen würdet. Das ist echt so ein kranker Typ, ne? Ehrlich. Was? Du bist so ein kranker Typ, Alter. Wieso? Weiß ich nicht. Ich bin noch ganz normal. Ja, für meine Verhältnisse schon, ja. Ach ja, ey. Alter, es ist echt todeswarm, ne? Das ist richtig warm. Es ist so warm. Auf jeden Fall brauche ich keine Luftmatratze und einen Schlafsack werde ich wahrscheinlich auch nur zuklappen, aber auch nicht zumachen oder so. Aber ich finde, du hast jetzt hier... Guck mal, das sieht richtig gemütlich jetzt hier aus, ne? Diese Elefantenhaut muss ich mir definitiv auch nochmal zulegen. Aber ihr seht, ich habe jetzt hier so ein bisschen Snacks. So machen wir uns jetzt gleich eine Fertig-Tarine. Hier für den Fall der Fälle eine Nachtsicht-Kamera für die Nacht, weil ich liege ja auch hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich mache mal die Taschenlampe an. Da unten, wie ihr seht, da ist direkt diese rote Tür, wo wir reingekommen sind. Ich hoffe natürlich, dass ich ihn nicht gebrauchen muss. Ja, aber ich denke mal, jetzt machen wir uns erstmal gemütlich. Machen wir uns ne kleine Fertig-Tarine. Okay. Das ist das Problem am Samstag. Wir kriegen direkt bis zum Wochen. Das war ne Scheiße, ey. Wie sind die Antworten? Die kommen nur noch pro hier rein. Die Frage ist nur, wenn wir dann direkt sagen, hey, was macht ihr hier? Hey wirklich, das wird ja noch nicht sein. Keine fünf Minuten hier. Laufen aber immer raus mit der Taschenlampe. Scheint bis jetzt wieder so, als wenn die hier rein kommen. Hier laufen zwei Tüten ums Gebäude mit Taschenlampen. Ich nehme mal an, das sind auch nur Urbexer. Bis jetzt macht es auch nicht den Anschein, als wenn die hier rein wollen. Wenn die hier rein kommen. Ja, lassen wir da so kurz heiß sein bis sie drehen. Und dann fragen wir Hello. Oh Leute, ey. Es geht direkt spannend los, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt so schnell aus dem Ruder läuft. Aber gut, es ist ein Samstag auch, ne? Normalerweise fahren wir auch unter der Woche los, aber wegen des Creator Colleges heute in Köln blieb uns keine andere Möglichkeit. Jetzt, sie, sie kommen, sie kommen zu hoch. What if du mit? Tu n'auras plus PVI? Oh ich sag das doch. Heure ich habe die Segurce los. Oh je sei. Oh, dass du Leibus, ich werde die Bauer, ich habe die Vierge herbert zu lassen. Oh, wenn du Leibus? Oh, wenn du Leibus? Oh, du Leibus, du Leibus? Oh, deine Leibus. Ja? Ja? Die Kass? Das ist noch ein bisschen länger. Ich will das noch nicht so früh. Ich will das noch nicht so früh. Ja, ich will das noch nicht. Aber gut. Oah... Oah! Oah! Ich will das noch nicht so früh. Oh Gott, du hast noch 4-spatten. Wäääh! Hallo! Hallo! Jedenfalls! Bist du Angst? Du bist nicht alleine hier. Englisch? Du sprichst Englisch? Francais. Francais. Francais, okay. Ja, wir sind nur Urbexer und... ...dass dich nicht. Alles ist okay. Du bist okay? Kein Englisch? Nein. Ah, okay. Die haben sich mega erschrocken, als ich Hello gerufen hab. Und ich glaube, die haben auch jetzt noch einen guten Adrenalinpegel. Die wollen sich das Ganze hier auch nur angucken. Kein Englisch. Irgendwelche Franzosen Urbexer, die sich das hier angucken wollen. Und ich hoffe, dass das die Letzten sein werden. Das ist echt so, ey. Wir haben auch einen kurzen Stocker verpasst, ne? Ja. Weil man weiß halt nie so, was kommt jetzt auf einen zu, so, ne? Ja, ja. So, was kommt jetzt, wer kommt jetzt? Was wollen die, und so weiter. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen auf jeden Fall, oder? Die glaub ich auch, ja. Die Frau, man hat schon gemerkt, ihr geht richtig der Stift in der Hose, ne? Ja, ja. Als wir hier plötzlich im Dunkeln gesprochen haben, ne? So, meine Lieben, mittlerweile ist unser Besuch wieder weg. Die waren auch echt cool drauf. Die sind hier dann auch nochmal bei Tako rutschen gewesen und so. Auch wenn wir uns gegenseitig gar nicht verstanden haben, die waren auf jeden Fall in Ordnung. Auch wenn wir am Anfang echt Schiss vor denen hatten und die genauso vor uns. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich mach mir hier grad ein bisschen wasserheiß und schütte mir das dann hier schön in eine Tasse rein. Fertig, Terrine. Ist nichts Wildes. Gucken wir mal, ob das auf Anip so gut funktioniert. Sehr gut. Du bist schlafbereit oder was? Guckt euch den mal an. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich da zulegen würde. Bei diesem Typ. Warum halte ich da überhaupt noch die Kamera drauf? Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, ich hoffe ihr sitzt gerade vor eurem Computer, Handy oder sonst wo. Vielleicht auch auf der Toilette, um wer weiß was zu tun. Aber ich hoffe ihr habt was leckeres zum snacken, bisschen was zum trinken. Und in diesem Sinne euch allen einen guten Hunger, einen guten Durst. Jetzt bin ich auf jeden Fall im Overnight Feeling. Grüße gehen raus an Hubi, der mir hier so eine polnische Instant Nudeln irgendwie gegeben hat. So meine Lieben, wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir bettfertig und ich sag euch ehrlich, Alter, es ist richtig kuschelig hier. Man liegt nicht wie bei anderen Lost Places auf so einem kalten, kahlen, harten Boden, sondern hier diese Dinger, die sind ja an für sich schon auch ein bisschen weich. Und darauf noch die schöne Isomatte. Also ich glaube, es hat Potenzial zum gemütlichsten Overnight Spot bisher. Gut, damals in einem Ferienheim war es auch noch ziemlich nice. Damals im Ferienlager habe ich mir eine Jogurette in den Mund gesteckt. Was machst du da jetzt gerade? Ich wollte gerade noch ein paar ... ... machen hier. Alter. Gut, ich würde sagen, wir werden jetzt schlafen. Und falls irgendwas in der Nacht passieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe und auch nicht denke, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren werdet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wir werden ... Alter, hat man das gesehen auf der Kamera? Was soll das? Was denn? Die ist aber ganz schön penetrant. Die landet direkt neben mir, diese Fliege. Die liegt jetzt auf meinem Kopfkissen. Die kennt nichts. Wenn die mich nachts anfliegt, ne? Dann krieg ich aber schlechte Laune. Rastest du dann komplett aus? Ja, ja. Sagst du dann, dann könnte ich schon wieder kotzen. Da könnte ich schon wieder kotzen! Kotzen! Let's do this! Da könnte ich schon wieder kotzen. Auch in dem Ton dann so. Genau. Leon? Ja? Da könnte ich schon wieder kotzen. Wie das aussieht, das sieht fast schon ein bisschen gruselig aus, wie der da hängt, oder? Stell dir mal vor, Leute, ich schlaf hier nachts. Jetzt zieht weg die Fliege. Stell dir mal vor, ich schlaf hier nachts, dann gucke ich so hoch und dann hängt der da so. Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns hoffentlich zumindest. Oh, nee! Ich wollte nur noch mal mal präsentieren. Vielleicht überlegst du es dir ja noch anders. Was ist das? Hä? Das ist von meiner, von meinem alten Goprolik. Nein! Hey, wenn welche kommen, dann halten wir einfach unsere Nacken und Handschuhe da vorne gegen. Einfach, die kommen rein und dann machst du so. Oh, oh... 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 You wanna join us? Gehen die von alleine? Das ist doch richtig Demon-mäßig, ne? Oh... Oh... Oh, oh... Oh... Und teilt gerne dieses Video, um diese ganzen Projekte und Touren und so zu unterstützen. Danke für euren Support, Freunde, und gute Nacht. Gute Nacht. Kurze Lagebesprechung. Mitten in der Nacht stellen wir plötzlich fest, dass hier in diesem Bereich plötzlich Taschenlampen auftauchen. Das Problem, auch wir könnten durch diese Gläserfront gesehen werden. Das viel größere Problem ist allerdings, dass wir einen essentiellen Fehler gemacht haben. Währenddessen wir dachten, dass das hier der einzige Zugang ist, gab es tatsächlich doch einen Zugang über den Keller. Und so waren mehrere unbeerkannte Personen, die auch nicht sonderlich leise waren, direkt bei uns drin. Wir haben wirklich keinen Bock an, dass jetzt das Gebäude hier gucken wollen, weil wir bitten wollen. Die Idee ist, dass wir jetzt einen Alarmsound abmachen, sobald die hier reinkommen. Also diesmal werden wir nicht reden, sondern einfach den Alarmsound abmachen. Ich hoffe, es klappt. Okay, die sind jetzt im Gebäude drin. Die haben den anderen Eingang genommen, den wir nicht kennen. Und Dago hält den Alarm bereit. Wir haben das Handy extra in die Rundschuhe gelegt, damit es mega laut ist. Noch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Das war's für heute. Los, wir fahren. Jetzt hat man den Motor, die fahren. Die sind voll weggerannt, ey. Geil. Richtig geil. Komm, jetzt fahren die. Junge, wie die Gaskeits. Ey, und genau wie wir gesagt haben, die haben nicht weiter erkundet. Nee, 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 die sind direkt gelaufen um ihr Leben. Alter, wie geil das jetzt war. Ich würde sagen, wir pennen weiter. Ich muss erst mal pissen. Ich muss auch erst mal pissen. Scheiße, ey. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Wir haben das Handy in die Tasse gepackt. Und die Tasse dann da hinten in die Rutsche. Das hat ihr durch den ganzen Laden gehalten, ne? Ja, aber jetzt haben wir unsere Ruhe. Ey, das war jetzt zu krass. Das war geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ernst, ey, ich wäre auch gerannt. Ich wäre auch in mein Leben gerannt. Was hat ihr hier gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Ich geh jetzt pinkeln und dann pennen wir weiter. Guten Morgen, liebe Sorgen. Habt ihr auch so gut geschlafen? Wenn ja, dann ist ja alles klar. Guten Morgen! Ja, ey, ohne Mist, ey. Alter, was ein Overnighter, ne? Tako, macht sich da jetzt irgendwas gerade? Ich weiß nicht was. Ich mach dir das. Also, ich mach's dir jetzt. Der Typ kann doch nicht einmal normal sein. Nicht einmal. Na, hör mal. 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 Ey, Leute. Ich sag's euch. Erst damals der Sicherheitsdienst-Prank und gestern Alarmanlagen-Prank. Das ist immer wieder was Neues. Mein neues Outdoor-Outfit, Freunde. Die Summer Edition. So, Freunde. Sachen sind gepackt. Und jetzt kommt der Trick 17. Nämlich wollen wir natürlich nicht runterklettern, sondern wir nehmen die Rutsche, um runterzukommen. Und als erstes müssen die Rucksäcke runter. Also, yes! Tschüss, mein Freund. Tschau. Bis im nächsten Leben. Tschüss, Baby. Schön in den Rucksack reingerutscht, ey. Aber... Deine Brille hängt noch da oben. Scheiße. Viel Spaß. Tschüss, Kinderspieleparadies. Es war sehr schön hier. Wer hat jetzt meine Taschenlampe mitgenommen? Ich weiß nicht, ob du deine Taschenlampe mitgenommen hast. Wo hast du die denn hingestellt? Eine Seite. Nein, Mann. Safe. Ich hab die nicht in den Rucksack gepackt. Daco hat noch mal seine Taschenlampe vergessen und muss jetzt noch mal hoch, ey. Oh je, wie ne. Ich schau schon mal nach dem zweiten Ein- und Ausgang. Muss ja irgendwo hier im Keller sein, schätze ich. Hä? Ne, oder? Boah, wir sind solche Idioten. Das war eine Schiebentür. Das hat einfach jemand zugezogen und wir dachten, dass es komplett zu wäre. Okay, raus in die Freiheit. Oh mein Gott, richtig schönes Wetter. Da hinten sitzt so ein bisschen Klopapier in den Böschen. Da liegt ein richtiger Apparat. Wir saßen gerade oben und auf einmal, ohne Scheiß, ohne viel zu sagen, rushte Taco einfach die Rutsche runter. Hat alle seine Sachen liegen gelassen und ich dachte mir so, hä, was geht denn jetzt ab? Ja, dann ist er draußen verschwunden, um sein Geschäft zu erledigen. Das Schöne möchte ich mir, das möchte ich heute nicht sehen. Danke. Boah, aber Glück haben wir mit dem Wetter auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ich freue mich und ich würde sagen, es ist doch der perfekte Start in eine Frankreich-Tour, ey. Könnte nicht besser sein. Boah! Ach du Scheiße. Alter, mein Herz. Hat man es gesehen, wie nah der hier war? Der ist hier direkt rausgeflogen. What the hell? So, und weiter geht's. So Freunde, wir sind gerade gefahren und haben durch Zufall hier etwas entdeckt. Hier ist so eine richtig zugewucherte Straße, die da hoch geht. Hä? Okay, what the hell? Ein Elektrozaun. Warum steht hier ein Elektrozaun? Ich schätze mal für Tiere, weil ein Mensch kann hier einfach drüber steigen. Okay, ich gucke jetzt einfach mal. Ich will mir das echt nicht entgehen lassen, falls es ein richtig krasser Zufallsfund ist. Boah, das geht richtig steil hoch. Das Problem ist, jetzt habe ich fast schon die Befürchtung, dass das zu einem Ort gehört, wo einfach die Zufahrt nach unten hin nicht mehr benutzt wird. Aber es kein Lost Place ist. Hier sind nämlich Bäume ab. Oh Gott. Ich schleiche wieder weg. Da oben saß jemand auf dem Balkon. Oh Gott. Und ich schleiche hier auf dem Grundstück rum. Das ist genau wie ich geahnt hatte. Also es hätte sehr schnell nach hinten losgehen können. Weil da macht der Elektrozaun natürlich auch Sinn, weil die nicht wollen, dass irgendwelche Tiere auf ihr Grundstück kommen. So Freunde, nächster Lost Place direkt da vorne. Wir sind an einer richtig reichen Siedlung. Ist auch nicht allzu weit weg von der Villa, die noch bewohnt war, wo ich gerade hingelaufen bin. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf Nachbarn aufpassen. Aber das sieht echt krass aus, das Ding. Hier direkt runter. Immer seitlich laufen, damit wenn ihr wegrutscht, ihr auf eurem Oberkörper direkt landet. Okay. Wir sind da. Hier ist so eine alte Garage. Wie so ein Arbeitsplatz oder so nur. Was wurde hier gemacht? Etwas komisch auf jeden Fall. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Okay. Sieht schon krass aus. Da ist eine alte Einrichtung hier. Das war mal hier die Küche gewesen. Also das wäre auf jeden Fall auch so ein Overnight-Spot. Das ist so ein richtiges Kruselhaus. Also das würde mich auch echt nicht wundern, wenn man hier bei einer PU die ein oder anderen paranormalen Dinge feststellen kann. Taco habe ich jetzt irgendwie verloren. Der ist einfach... Wo ist der? Taco? Hier geht es auch zwei Stockwerke noch nach oben. Hier richtig massiv. Oh mein Gott. Das sieht fast aus, als hätte hier auch eine Zeit lang sich jemand irgendwie eingebungen hat. Bierflaschen, Snacks. Guckt euch mal die Decke hier an, Freunde. Mit diesen unterschiedlichen Wappen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche Wappen von belgischen Bundesländern oder Kantonen, ich weiß nicht, wie man es hier in Belgien nennt, ob das vielleicht dafür steht. Oh dieser Kamin ey, das ist unfassbar. Ich möchte gar nicht wissen, wie es hier mal ausgesehen hat, als noch Einrichtungen drin war. Auch wenn es komplett leer ist, aber es ist so... Guck dir mal den Kamin an oder die Decke auch. Boah, mit diesen Docken, Alter. Ja. Gehen wir mal nach oben, ne? Das hat schon so fast was Kirchenartiges hier, ne? Mit diesen Fenstern. Boah, allein mit der Teppich, Leute. Wenn man sich ein bisschen mit Teppichen auskennt, dann weiß man ganz genau, wie teuer auch alleine so ein riesiger Teppich ist. Oder man beschwört hier die Bloody Mary. Boah, hier ein Badezimmer. Das wäre ein bisschen dieses typische Horrorhaus, ich sag's dir, ne? Ja, das wäre echt was für ein Overnight gewesen, ne? Boah, und hier auch nochmal ein riesiger Rekon. Klar, damals werden die Bäume nicht so hoch gewesen sein, da wird man dann hier, da vorne läuft einen Fluss entlang, wunderschönen Blick auf diesen Fluss gehabt haben, ne? Das ist eine krasse Architektur, Freunde, ey. Ich kann das echt nicht glauben, ey. Ey, hübscher Typ! Da ist das Kinderspieleparadies, wo wir den Overnighter gemacht haben. Also echt spannend, hat sich gelohnt hier nochmal vorbeizuschauen. Wir wurden gerade schon beobachtet von den Nachbarn aus dem Fenster. Aber, no risk, no fun. Oder besser gesagt, no risk, keine guten YouTube-Videos. Kannst du nicht rein? Kannst nicht rein. Andere Seite nochmal gucken. Boah, das sieht schon geil aus, ne? Und offene Tür. Bis an, dieses geile Gewächs, was hier lang wuchert und anfängt zu blühen. Und dieses wunderschöne alte Fachwerkhaus. Und die Tür steht einfach offen. Ich habe ein bisschen Bedenken mit diesem Wohnhaus, das hier direkt daneben ist. Aber, na gut. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Wow. Heftig. Hier sind auf jeden Fall so ein paar Müllsäcke zusammengepackt. Irgendwie hat hier schon mal jemand angefangen aufzurollen. Das ist ja einen noch besseren Zustand, als da, wo wir gerade waren. Auch wieder eine riesige Villa. Hier mit Ausblick auch direkt wieder auf die Stadt, die hier ist. Ist zu krank, Leute. Auch hier, hier liegt ja noch echt viel Zeug rum, ne? Was ist das hier? Hier wird wahrscheinlich mal die Küche gewesen sein. Hier liegt echt viel Zeug rum. Sieht aber auch echt so aus, als würden die hier angefangen haben, das irgendwie auszuräumen und dann aufgehört haben. Und ihr seht die ganzen Säcke, die hier oben stehen. Echt krass. Da eine alte Fritteuse mit noch so richtig ranzigem alten Frittenfett da drin. Oh, eklig, ey. Wir machen das mal wirklich schnell Durchlauf, weil, wie gesagt, der Nachbar uns beobachtet hat. Kleinere Schlafzimmer und so gewesen mit noch Spielen, die hier rumfliegen, selbst gemalte Bilder. Also ich könnte mir auch echt vorstellen, dass das eine Location ist mit ein bisschen Arbeit, die man wieder richtig schön renovieren könnte. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist so ein Ding, das könnte man noch safe mit ein bisschen Aufwand renovieren. Ey, das ist nicht richtig schön. Das ist voll das schöne Haus, wirklich. Guck dir mal hier diese Ecke an. Stell dir mal vor, das wäre ein Kinderzimmer gewesen. Boah. Dann guck mal da rein, stell dir noch vor, du denkst dir da ein paar Kissen hin und sitzt da und liest ein Buch oder so. Oh, das ist ein Stück Scheiße, aber ja. In der Theorie ist das ganz geil. Boah, wie cool, ey. Das ist richtig gemütlich. Ja, und wenn man böse war, dann wird man hier drin eingesperrt. Oh, oh, oh. Ich hab mir so diese Hubi-Lache angewöhnt, ne? Das ist unglaublich. Hier ist so ein Behandlungsstuhl. Boah, hier stinkt's auch richtig, ne? Ich wollt's grad sagen, hier riecht's richtig komisch muffig. Hier an der Scheibe auch überall die Fliegen. Das stimmt hier gefühlt nicht. What the hell? Was ist denn das? Ich versuch das gerade herauszufinden, was dieser Geruch ist. Boah, hier wird's schlimmer. Überfliegen. Boah. Oh, hier riecht's irgendwie nach, so nach Obdachloser, find ich so. Okay, ich glaub ich weiß jetzt, was der Geruch ist. Ich hab's wieder. Ich hab's. 100% ist der Geruch Verwesung. Hier wird irgendwie, guck auch mal da drunter. Das sind so ein paar Federn und bla. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vielleicht irgendein Tier oder so... Ja, vielleicht doch hier dieser Fleck oder so. Der Fleck könnte das auch sein, ja, ja. Oder irgendein Waschbär oder so. Und ich mein, da unten wurde ja auch aufgeräumt. Dass der weggemacht wurde, ja. Vielleicht haben die das einfach weggemacht. Boah, ich muss hier raus. Das stinkt echt übel. Es riecht übelst widerlich. So, ich würde sagen, gar keine Zeit verlieren. Wir sind eigentlich auch schon viel zu lange hier drin dafür, dass wir gesehen wurden. Aber wir sehen uns wieder bei der nächsten Location. Und jetzt geht's Richtung Frankreich, Freunde. Okay, Freunde. Es wird ein bisschen riskant jetzt. Hier liegen schon Leute rum. Wir müssen übelst aufpassen, leise sein und einfach zack zack. Das ist ein alter Ton. Ich hab's erst gerade gesehen, nachdem ich geredet habe. Alter. Komplett krank. Jetzt hab ich ein bisschen Bedenken. Alter, ist das abgeranzt, ne. Einfach so ein ganz alter Tunnel mit zig Bussen drin. Da liegt immer mal ne Decke. Ich würd's nicht wundern, wenn das nicht der Einzige ist, der... da gelegen hat. Alter, ist das... Da hinten sind auch Geräusche. Das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. Ich hab grad ein richtig ungutes Gefühl. Das ist auch. Ich will jetzt auch nicht in diese Busse rein. Nee, nicht in die Busse reinleuchten, da... Ich weiß nicht, ich möchte das halt auch nicht... Leute. Die Busse sind mit Decken abgehangen. Da liegen Menschen drin. Das ist jetzt kein Spaß. Ich hab grad Gänsehaut am ganzen Körper. Wir müssen jetzt irgendwann in diese Busse rein. Wir müssen jetzt in die Busse rein, um weiterzukommen. Da hinten durch. Hier liegt zumindest keiner drin. Hier liegt zumindest keiner drin. Wo ist das Co-Tree? Das ist richtig creepy. Das ist richtig creepy. Das ist richtig creepy. Das ist richtig creepy. Kennt ihr bei The Last of Us, diese... Stelle in der Metro? Das ändert sich grad... Da muss ich auch dran denken. Das ändert mich grad richtig daran, ne? Aber das ist halt real life grade und das ist nicht ungefährlich. Wer weiß. Man hört auch die ganze Zeit Geräusche von da hinten. Hast du das auch gehört? Jaja. Eigentlich sollte man hier abbrechen an dieser Stelle. Eigentlich sollte man abbrechen. Das ist auch... Man weiß nicht, in was für einen Bus man jetzt reinkommt. Es könnte halt sein, dass wir in den falschen Bus reingehen. Und dann da einfach nimmer liegt. So wie hier, seht ihr diese Matratzen? Das ist grad wirklich Gambling. Das ist krass. Man klettert jetzt hier von dem Heim. Boah. Wer fällt dran los? Warte! 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 Was ist hier los? Scheiße! Also... Alter Schwede. Wir sind auf jeden Fall wirklich Obdachlose. Die schlimmsten Obdachlosen von allen. Alter Schwede. Das sah so crazy aus, wie ihr mit den Tutschen haben nie reingekommen seid. Alter, ich geh grad vorne rein, mach mein Intro und sag, hier sollen Obdachlose sein. Und auf einmal dreh ich mich um und da liegt einer, ey. Ja. Liegt immer noch da? Ja. Ja. Ja, Leute. Tatsächlich sind wir extra hierher gefahren, weil wir natürlich wussten, dass der gute Stefan und Jack hier sind. Die sind nämlich auch in Belgien auf Tour unterwegs und deswegen mussten wir es einfach verbinden. So, jetzt aber. Ja, 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 ja. Moin, moin. Moin. Schön, auch dich mal kennst du, der Jack. Der Herr Nachbar aus ganz... Alter, ey. Vor allen Dingen wie so voll leise und so und dann auf einmal schreist du hier rum. Stefan, Mann. Musst du dich ja verstecken. Ich hab die ganze Zeit hier gerade so richtig blöd, weißt du? Wie extra die ganze Zeit gewartet war? Ich dachte, du kommst erst hierher. Ich wollte nicht... Ah, okay. Wir wussten ja nicht. Wir wollten euch ein bisschen weiter herholen. Ja, ja. Ob wir wirklich deutsch reden, weißt du? Ja, ja. Alter, so lange her, du hast zwei, drei graue Haare sogar mehr bekommen, das sehe ich ja sogar. Ja, ja, Opa halt. Du kriegst keinen Kaffee mehr. Scheiße, den brauch ich dringend, wir haben nämlich keinen mehr. Warum? Habe ich dir das nicht beigebracht? Ey, ich hab den schon wieder, ich weiß, das ist jetzt das zweite Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen mal wieder losfahren. Safe, safe. So ein Kaffee trinken, das kann doch nicht wahr sein. Vor allen Dingen zum Kaffee trinken losfahren, das ist das einzige woran Stefan denkt. Man steigt hier halt auch in die Busse und man weiß nicht, steigt man da jetzt in den Bus, wo gleich einer liegt. Ja, echt. Das ist ja richtig Schlagplatz und so, ne? Ja, ja. Die haben das da abgedunkelt und so. Ja, ja, da hinten auch, da haben sie schon Panzerband und die Sitze weggeräumt, denke ich mal. Aber vor allen Dingen, wir haben die ganze Zeit so Geräusche gehört auch so und dann... Ja, wir auch. Wir wussten jetzt nicht, kommen die beiden jetzt rein? Sind die schon da? Ja, ja. Das ist auch eine komische Gegend hier. Das ist echt komisch, ne? Die Polizei stand ja vorhin die ganze Zeit da, deswegen konnten wir hier nicht rein. Die haben einen abgeschneppt da, der stand direkt vor der Garage. Wir waren ja beim Supermarkt, wir wollten da eigentlich parken und der hatte eigentlich bis 12.30 Uhr, der hatte immer noch auf und wir haben gedacht, dass die, die haben vorne so ein Tor, das hier. Ja. Daher kommen wir nicht mehr runter da. Ahhhh. Das ist meine Overnight beim Supermarkt machen. Hahaha. Oh mein Gott ey. Das ist ein Abenteuer hier. Boah. Ich glaub Stefan und Jack haben da schon den richtigen Weg gefunden. Oben rüber ist natürlich auch gesaugt. Ja, definitiv. Wenn man keine Höhen lassen. Von hier aus kommst du ganz leicht raus. Aber ist das safe? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, die sind echt, die sind safe. Hi. Ja. Das ist die Perspektive gefällt mir irgendwie. Aber warte mal. Jetzt kann ich eigentlich, kannst du perfekt mein... Ahhhh. Das ist so komisch hier entlang zu laufen, Freunde. Das ist wirklich wie in so einem Horrorspiel oder so. Krass, wie da sogar noch so richtig die Werbetafeln sind und so von den Zeiten, wo die Busse noch in Betrieb waren. Also ich geh jetzt auch einfach mal davon aus, ich mach jetzt hier ein bisschen Alleingang und laufe gerade so ein bisschen weiter vor. Aber ich geh nicht davon aus, dass hier irgendein Obdachloser oder Junkie durchkriechen wird, um hier ganz hinten irgendwo zu pennen. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Ich bin auch echt interessiert, aus welchem Jahr diese Busse sind, ne? Weil ihr seht, die sehen auch so richtig vintage mäßig aus. Und äh, ja, ist schon krass, ey. Wenn man so irgendwo einen Tunnel übrig hat in der Stadt, dann ist es natürlich einfacher, irgendwelche Schrottbusse da reinzustellen, als die irgendwie für viel Geld verschrotten zu lassen, ne? Boah, guckt euch mal alleine diesen Bus hier an. Das sieht aus wie diese alten Volkswagen T1, T2 Busse, so vom Design her. Also ich denke mal, die werden auch so aus den 50er, 60er Jahren stammen, ne? Mit diesen runden Lichtern und so. Also es hat schon Stil irgendwie, ne? Sondern ich überlege jetzt auch tatsächlich auf so einen Bus drauf zu klettern, weil dann natürlich der Rückweg deutlich einfacher ist. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Mal gucken, ob ich das mit der Kamera hinbekomme, aber es müsste schon machbar sein. Oh, oh. Das war lauter als erwartet. Okay. Ist grad nicht ungefährlich. Aber ich habe richtig Bock, über die Busse drüber zu laufen. Oh. Oh, ist das krass, ey. Alter, dieses Feeling hier. Guck mal, alle jetzt auf den Bussen drauf. Geil. Ich denke mal, dahinter ist so irgendein Kanal, wo das Wasser durchfließt, ne? Genau, irgendwie, weiß nicht, Abflussrohre. Ich hätte ja schon mal Bock, durch das Loch durchzugucken, ne? Ja. Oh, ich befürchte, von hier komme ich gar nicht auf die Busse drüber. Ich bin crazy. Da rein und dann kommst du in die Katakomben von der Stadt hier. Dann kommst du in ein paar Eiffelturm wieder raus. Das sind aber auch Straßenbahnen, oder? Guck mal. Das sieht nicht aus wie ein Bus, das Ding da oben. Es gibt doch auch diese elektrischen Busse. Vielleicht das? Ja, die gab es doch früher noch nicht. Ne, aber mit elektrischen Busse meine ich auch, die hatten dann sowieso Gabel oben dran und sind dann ans Eisenbahnnetz angebunden gewesen. Das gibt es auch. Das gab es doch früher schon. Guck mal, wie die Front vorne aussieht. Das sieht irgendwie nach Straßenbahnen aus, finde ich. Da unten kriecht gerade Jack herum. Das Runterkommen ist immer noch mal doppelt so schwierig. Und das besonders mit einer Kamera noch in der Hand. So, komm ich immer wieder in den Bus rein. Danke, Herr Busfahrer, dass Sie gewartet haben, bevor Sie losgefahren sind. Ticket, Ticket. Ich finde, das waren immer die schlimmsten Busfahrer, wenn die einfach wirklich losgefahren sind, obwohl man direkt vor der Tür stand. Vor allen Dingen so die 10 Sekunden oder so. Ja, ich muss schon sagen, ich habe lange nicht mehr so eine abenteuerliche Location erlebt. Mit Klettern, mit, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, Obdachlosen. Da muss man natürlich aufpassen, ne? Kuckuck! 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 Alle auf dem Bus hier mittlerweile. Ok, da sind wir wieder unten, geschafft. Da ist doch volles Haus ey. Ja, da ist es absolut gut. Kannst du dir vorstellen, dass da irgendwelche Obdachlosen drin schlafen, wenn da so oft so viel Trubel ist ey? Ja gut, ich nehme an, dass die nachts da sind, die Obdachlosen werden. Ne, hat sie auch verpisst, der ist auch weg. Ey, ich bin so dreckig geworden, ne? Wirklich. Zeig mal mal deine Hände. Scheiße ey. Wir waren ja beim Supermarkt, wollten da eigentlich parken. Und der hatte eigentlich bis 12.30 Uhr, der hatte immer noch auf. Und wir haben gedacht, dass die, die haben vorne so ein Tor, das hier zu machen. Daher kommen die nicht mehr runter. Wo waren halt beim Supermarkt? Ok, ich glaube wir haben ein Problem. Ich glaube wir haben ein großes Problem. Oder kann man das auch schieben? Ich verarsch mich. Alter, ist kein Witz. Es ist echt kein Witz. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich ruf da an ey. Digga. Ey, du hast vorhin noch gesagt, ich bin verflucht. Ich glaube das stimmt langsam wirklich. Kommt man hier nirgends woanders runter? Ich glaube nicht, dass hier noch ein Angestellter sein wird. Warum macht man denn so ein Tor zu? Boah, das kannst du dir nicht ausdenken ey. Jetzt ruf ich gerade bei dem Laden an. Bei der Geschäftsleitung. Das kann man sich nicht ausdecken. Es ist ja mindestens genauso schlecht wie letztes Mal mit dem Unfall. Mein Name ist Leon Kapluk. Und ich bin schnell auf dem Parkinglot Carrier 4 Markt. Der Parkinglot wurde geöffnet. Und mein Auto ist noch auf dem Parkinglot. Der Parkinglot. Der Parkinglot. Der Parkinglot. Der Parkinglot. Entschuldigung, kannst du deine Frage wiederholen? Nein, 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 nein. Kannst du... Okay, kannst du wissen, ob ich jemanden erreichen kann, der die Garten für uns öffnen kann? Also, es gibt niemanden. Wenn du außerhalb gehst... Okay, danke. Danke. Das kannst du dir nicht ausdenken ey. Meister, wie ist die Lage? Ich bin gerade echt nicht in Stimmung, Alter. Komm, der Kaffee hilft von Let's Urbex. Komm, erlernst du mal wieder ein bisschen, ne? Wir standen, wir standen auch da. Wir haben eingekommen. Schmeckt gut? Ja, kannst dich mal wieder dran gewöhnen, ne? Und nicht immer den Kaffee vergessen. Wir standen vorhin auch da und wir haben die Schilder gesehen. Da steht auch 50 Euro Strafe drauf, ne? Polizei anrufen. Polizei? Ja, okay. Wo hast du denn eben angerufen? Überall bei Carrier 4 Market, bei Mr. Bricolac, bei dem Kühlhaus da hinten, bei dem Sicherheitsdienst. Und da hat keiner gesagt, schließt keiner auf? Achso. Die haben zu, dir erreicht sogar keinen. Beim Dingens spricht er kein Englisch. Okay. Ja, ist sehr schwierig hier dann, ne? Und bei Carrier 4 Market meinen die, ja, das ist ja nicht, also das ist der andere Market. Und dann haben die dann damit nichts zu tun, weißt du? Du kennst das ja schon aus Frankreich, ne? Mit deiner Polizeiaktion da. Alter. Ich verlinke das Video mal unten in die Videobeschreibung. Weiß ich nicht. Und ich hab noch im Bustunnel gesagt, pass auf, die Schranken machen die zu. Ich hab das falsch verstanden. Ich dachte, dass du gesagt hättest, wir haben auch hier dann dein Auto gesucht, ne? Wo ist der Caddy? Hä? Dann haben die ja doch woanders gepackt. Ja, weil wir, ich hab das gesehen in die Schranke und dann bin ich zu Jack hingegangen und hab gesagt, die machen sie bestimmt zu. Und Jack sagte, er hat das Privatschild gesehen. Ja, ja. Kann man machen nix. Kann man machen nix. Kann man machen nix, ne? Kann man machen nix. Hauptsache du hast jetzt deinen Kaffee. Ja, wirklich. Der tut auch echt gut, ey. Und dass das auch ein Zufall ist, dass wir uns hier überhaupt in Belgien treffen. Auf jeden Fall. Und ihr wollt ja nach Frankreich, entweder morgen oder heute noch. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ganz ruhig, tief durch. Okay. Ich film schon, film schon, film schon. Ich fahr erst in den Wagen. So Leute, das kann uns keiner helfen. Wir dachten, wir müssen hier die Nacht verbringen. Und wir haben jetzt dieses Tor einfach angehoben und hier über dieses Gewinde rüber gehoben. Aber das geht nicht. Mach wieder zu. Es geht nicht. Mach wieder zu, mach wieder zu, oder? Geht nicht? Ach du scheiße, ist das ne Aktion. Ey, ich muss dazu sagen, wir haben nichts kaputt gemacht. Wir haben das Tor einmal angehoben und dann ging es. Hast du wieder Zugrück bekommen? Ja, Mann. Nicht ganz zu, wie es war, aber. Warum haben wir es nicht von Anfang an mal ein bisschen da rumprobiert, ey? Scheiße, was ist denn Aktion wieder, ne? Alter, wir haben es geschafft. Wir können die Tour fortsetzen. Ich habe schon abgeschlossen damit. Alter, ich weiß noch, als ich gerade Platz genommen habe vor dir und gemeint habe, so, ja, überleg schon mal, wie wir die Zeit bis morgen produktiv verbringen. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass wir mit dem Zug irgendwo hinfahren müssen oder so, ne? Ach du Scheiße, ey. Erst mal durchatmen jetzt. Ey, Alter, ich... Also, man konnte dieses Tor einfach anheben. Da ist unten so ein Zahnrad, wo das Tor aufliegt. Und man konnte das halt von diesem Zahnrad runterheben und nach hinten ziehen. Alter. Es ist wie letztes Mal. Es passiert immer so eine Scheiße, Mann. Komm her, Junge. Geil. Junge, Alter. Was ist das für eine Tour schon wieder? Komplett, gar nicht. Polizei sogar gerufen, ey. Echt, ey. Scheiße, okay, warte mal, wo sind denn jetzt Stefan und Jack? Die sind da unten, glaube ich, geparkt. Fahr noch mal da rum einfach. Okay, okay. Was meinst du, was die jetzt für Augen machen werden, wenn wir da auf einmal angefahren kamen? Das ist so falsch verstanden in der Audio. Ich dachte, dass die erst irgendwie auf einem Parkplatz standen und dann... Ach, ich weiß es nicht. Ich habe mir da nicht weiter daran Gedanken drüber gemacht und habe es nicht gecheckt, ey. Ist doch rechts oder links eigentlich, oder? Anscheinend hier nicht. Ach, ja, wir haben es echt geschafft, ne? Ja, aber jetzt auch wirklich bloß weg hier. Nicht, dass da wirklich jetzt irgendwer alarmiert wurde und da gleich der Sicherheitsdienst ist, ne? Aber das Tor ist wieder zu und wir haben nichts kaputt gemacht. Ne. Abflug. Jetzt. Alter, dieses Tor, dieses Tor. Öffne das Tor. Entschuldigung. Konnte einer von euch vielleicht einmal ein kurzes Tor öffnen? Wir kennen da so Spezialisten. Habt ihr echt schweigen jetzt gerade. Wir haben mal von Anfang an geguckt, ne? Ja, das war so und in dieser Mechanismus einfach aufkleben und dann brauchst du das Tor öffnen, ne? Weiß man ja nicht. Hätte ja auch eine Alarmanlage sein können, die da losgeht, ne? Ja, aber selbst dann... Und das habt ihr ein richtiges Problem. Ja, aber gut, was wollen sie machen, ey? Ja. Also Strafe zahlen oder wie Polizei rufen, weil ich meine, man würde sagen, was hättet ihr denn gemacht, so, ne? Hätte ich mal Stefans Audio richtig gehört. Der hat mich nämlich vorgewarnt. Stefan hat mich wirklich vorgewarnt und ich habe einfach nicht richtig zugehört und bin einfach blind darauf. Wir werden jetzt gleich weiterfahren. Schaut auf jeden Fall beim guten Jack und auch beim guten Stefan vorbei. Die haben nämlich... Bei mir auch! Ne, bei dem nicht. Die haben nämlich ihre eigene Tour gemacht, werden die jetzt auch weiter fortführen hier in Belgien. War cool, euch auf jeden Fall zu treffen. Und ja, ich hoffe, dass ihr noch eine geile Tour habt, ohne auf dem Parkplatz hängen zu bleiben. Ja. Das ist dann bei euch auch. Wir hängenbleiben. Sehr beruhigendes Schild. Direkt mal drauf. Das wird aber auch schon eine Weile liegen. Das sieht auf jeden Fall gruselig aus. Das sieht crazy aus. Oha! Guckt euch das mal an. Oh ja. Oh. Oh ja. Da juckt dich gerade was zufällig, ne? Was? Ja, ja, ja. Also wirklich. Oh, in die oberen Bereiche kann man gar nicht mehr rein, ne? Ne, ne. Guckt mal, Leute. Die Decke kommt da schon runter. Die komplette Decke ist runtergekommen hier. Boah, aber das ist natürlich echt heftig hier. Ja, das ist wirklich krass, ne? Guckt euch auch mal die Bilder hier an von dieser Denise. Neun Monate. So Babyfotos. Wer weiß, wie alt die gute Denise jetzt ist, weil die Bilder scheinen schon ziemlich alt zu sein. Wirklich schön viel Einrichtung hier drin, ne? Nichts zerstört. Das ist auch halt wirklich diesen offensichtlich natürlichen Verfall, weil da oben ist das Dach kaputt und dann kommt natürlich die Nässe auch direkt durch. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Ist das so ein Kamin oder so? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ja wisst, was das hier genau ist, weil es sieht irgendwie nicht so aus wie so ein normaler Kamin, aber an der Seite hat man so eine Öffnung. Ja doch, das wird irgendeine Art von Kamin sein. Sieht nur ein bisschen ungewöhnlich aus. Und hier der gute Kaffee. Tja, Stefan, wärst du mal jetzt noch dabei gewesen, ne? Dann hättest du hier einen Kaffee machen können. Also ich finde das sehr, sehr krass, wie viel hier noch rumsteht. Wirklich wieder sehr, sehr spannender Ort. Uiuiuiui. Das wird mal wahrscheinlich so ein richtig schönes Zimmer gewesen sein, ne? Mit hier direkt einer Veranda. Nachts ist der Ort auch bestimmt echt gruselig. Es sieht aus, es wird da gerade jemand drin gepennt haben, das Bett, ne? Ja, Mann. So, wirklich einfach so stehen und liegen gelassen. Hier liegen ganz, ganz viele Briefe. Auch ungeöffnet sogar, seht ihr das? Die liegen hier alle rum. Daneben ganz, ganz viele alte Bilder. Und irgendwie auch so eine alte, hässliche Karte, die hier rumfliegt. Keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall nicht schön. Aber krass, ey, was hier noch rumfliegt. Auch hier, schaut mal, ich glaube, ein Hochzeitsfoto, ein altes. Echt traurig, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, dass man heiratet und so ein besonderes Foto eigentlich dann irgendwo so hier zurückbleibt. Ja, Leute, und ich sag euch ehrlich, hier diese ganzen scheiß Kritzeleien und so, da hab ich ja auch immer direkt das Bedürfnis, dass ich filme das jetzt auch extra, ne? Diese Accounts oder was, oder wer auch immer hier Werbung für seinen Urbex-Account machen möchte, ausfindig zu machen, ne? Weil solche Leute haben es absolut nicht verdient, irgendeine Reichweite zu haben. Sag ich euch, so wie es ist. Wer hier in einem Lost Place, in einem Wohnhaus von jemand anderes reingeht und da irgendwelche Scheiße an die Wände schmieren muss, das macht mich aggressiv. Hier ist noch ein anderes Schlafzimmer und noch mehr Zeug rumfliegt. Da liegen auch Anziehsachen ganz viele rum, Smokings, Jackets, noch richtig schöne Sachen da in den Kleiderschränken. Wir sind ja auch jetzt gerade tatsächlich mitten auf dem Land. Das ist ziemlich, ziemlich schön hier. Also hier ist wirklich weit und breit nichts. Wir mussten hier einen relativ langen Feldweg auch hinfahren. Ja, und dann hier noch ein bisschen was für den Herrn zur Bespaßung. Da hat er schon geguckt. Discount, ei, ei, ei. Auf jeden Fall heftig, wie viel hier noch rumfliegt, ey. Und auch wirklich ganz viele ungeöffnete Briefe. Es geht von Raum zu Raum immer unordentlicher und voller von Zeug. Und hier die Decke, oh Gott. Das ist super einsturzgefährdet auf jeden Fall. Ich denke mal, ja, das sind die Dachziegel, die nicht komplett abgedichtet sind und dadurch kommt Nässe hier rein. Und es sieht so aus, wie es aussieht, ne? Eine Sache, die mir jetzt auch noch mal gerade aufgefallen ist, ne? Ja. Diese Dinger hier, ist das nicht normalerweise, wenn man so zum Beispiel Spinnen oder so, wenn man die hält, dass man das in so Eierschalen so... Insekten da rein macht, ne? Genau, Insekten und so, ja. Ja. Was irgendwie beunruhigend ist, weil ich habe echt Schiss vor Spinnen und wenn ich mir vorstelle, dass hier irgendwo welche rumkriegen... Das ist voll mit den Viechern, ne? Wo geht's denn hier nach oben? Oh mein Gott. Warum? Das ist gruselig. Also an dieser Stelle einmal Callout an die liebe Just Abbey. Kannst ja mal, falls du dieses Video siehst, in die Kommentare schreiben, was du bei dieser Puppe hier verspürst. Sieht auf jeden Fall gruselig aus. Jetzt sind wir ein paar Schritte nach oben. Ich weiß es nicht. Also, die Treppe ist auf jeden Fall noch sicher. Wir können ja mal gucken, wie weit wir es schaffen, ne? Wie weit man nach oben gehen kann. Oh Gott. Hier ist ein riesengroßer Tisch. Sieht aus wie eine Tischtennisplatte. Okay, hier ist noch ein Schlafzimmer. Alter, das ist ja richtig gruselig. Das ist unfassbar. Hier ist auch Kot auf dem Bett. Hier hat irgendein Tier schon geschlafen. Aber das Bett ist sogar noch gemacht. Und hier auch wieder ziemlich gruselig. So eine kleine Puppe, die hier wieder ist. Also, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich ziehe sowas an, ne? So mit so Puppen und gruseligem Zeug irgendwie. Sieht echt gruselig aus. Klar, die wird hier einer so hingelegt haben, aber ich finde auch das hier ein bisschen spooky, ne? So dieser kleine Vogelkäfig, komplett überzogen mit Spinnnetzen. Zumal, mal ganz davon abgesehen, dass das Ding viel zu klein ist, um da wirklich ein Tier artgerecht drin zu halten. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch so viel finden, so. Es lag einfach irgendwie auf dem Weg, der Ort hier. Und dann haben wir gedacht, schauen wir mal vorbei. Aber schon doch noch ziemlich spannend. Und das ist mir auch gerade gar nicht aufgefallen. Hier ist ein Babybett. Hier ist einfach echt ein Babybett. Und hier ist der Raum, von dem Taco gesprochen hat, wo da vorne das Loch im Boden ist. Das heißt, hier kommt man echt nicht weiter, leider. Weil ihr seht, auch die Betten hier und so. Hier ist echt noch relativ viel Einrichtung drin. Schade, wirklich schade. Oh ja, aber ich muss schon sagen, falscher Moment, um rauszuklettern. Da kommt ein Auto vorbeigefahren. Das war doch mal ein spannender Ort. So Leon, wie geht's dir denn heute? Sagen wir mal, hat sich da nicht alles in Ordnung, ne? Bin froh, dass wir da jetzt nicht auf dem Parkplatz übernachten mussten, um ehrlich zu sein. Das wäre natürlich schon bitter gewesen. Tatsächlich, wirklich überall hier in der Ecke sind Lost Places. Und wir haben uns jetzt entschlossen, wirklich nur zu dem Feinsten von dem Feinsten zu fahren. Wir haben jetzt eine Stunde Fahrt noch vor uns, um dann bei der nächsten Location zu landen. Und von da aus wieder mehrere Stunden. Wir werden hinter Paris sogar hinfahren. Nur um euch das Geilste zu bieten, ja? Freut euch auf einige coole Videos, wollte Leon noch sagen. Genau, danke für den Beitrag, Taco. Du trägst immer so viel zu den Videos bei, so informativ, inhaltlich, weißt du? Könnte ich schon wieder kotzen! Und an der Stelle könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben reinknallen und dem Leon was in die Kommentare schreiben, weil wir rocken hier schon wieder ordentlich die Kilometer runter. Die Frage ist, was sollen die in die Kommentare schreiben? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Schreibt einfach mal in die Kommentare, Leon, du geiles Pferd, Grüße von Taco. Ich sehe schon ganze Kommentar-Section voll damit, wenn ich das mit reinschneide. Oh je. Wie sollen das auf neue Zuschauer rüberkommen? Die kommen auf den Kanal, auf einmal in die Kommentare voll mit irgendwas mit Pferd und Taco. Oh Gott. Schon okay, schon okay. Die gewöhnen sich da schon dran. Die gewöhnen sich, die neuen Zuschauer auch, weißt. Die müssen auch drei Videos von mir geguckt und die verblöden genauso wie wir. Supporter lassen, den Daumen nach oben reinknallen. Tut euch nicht weh, ist für euch nur ein Klick. Und wir machen jetzt richtig Strecke. Kilometer schrubben, sondersgleichen. Woohoo! Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Okay, hier sieht jedes Haus verlassen aus. Das sieht aber richtig krank zugemacht aus. Hinten rumholen wir dann irgendwie, ne? Ich bin gespannt. Die Location soll krass sein. Aber ich befürchte, wir müssen jetzt gleich über so eine Mauer klettern. Da werden wir überhaupt reinkommen, ne? Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Wir müssen nämlich echt aufpassen. Hier ist zwar dieser wunderschöne Fluss, aber man muss da hinten über die Mauer klettern. Und hier hinter mir befinden sich halt ganz viele Wohnhäuser. Okay, gucken wir mal, ob hier Zugang ist. Okay, da ist auch so eine Glocke mit so einem Bank dran. Offenes Fenster. Ich achte jetzt natürlich als erstes drauf, wie die Kameras sind. Ich hoffe, wir kommen da jetzt rein problemlos. Weil, ich sag euch ehrlich, ich bin halt jetzt nie so der Fan von über Mauer klettern und so. Aber es gibt auch schon Bilder von da drin. Also wir sind auch nicht die Ersten hier. Das ist wieder so ein Ding. Wenn man's nicht sehen würde auf Video, würde es einem keiner glauben. Okay, wir sind drin. Ja, Mann, let's go. Okay, komm. Sehr gut. Hier sind direkt alte Bilder, ne? Frau, vielleicht die Eigentümerin hier gewesen. Ob das man überhaupt mal erst mal hier einen Eindruck kriegt von dem Raum. Guckt euch das mal an. Das ist wieder so ein Ding. Das hängt mich ans Schloss, ne? Ja. Auch der Zugang und so, ne? Man hat schon direkt so Adrenalin. Direkt über mir. Oh, yo. Ich werde mal direkt straight weitergehen. Oh, Leute. Guckt euch das an hier. Dieser Flur. Ich kann es nicht fassen. Das werde ich am Ende ausprobieren, ob das funktioniert. Jetzt macht das noch keinen Sinn. Dafür ist die Location zu heiß. Hier überall Weinflaschen, Sekt. Teilweise unangebrochen, wie man hier sehen kann. Dieser große Esstisch. Da oben diese Masern in der Decke. Wunderschön. Oh, hier wieder diese Details. In jedem Objekt. In jedem Gegenstand, den man hier findet. Steckt eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich bin noch ein bisschen am Zittern. Wundert euch bitte nicht. Weil ich auch echt ein bisschen bange habe gerade. Also, was wir immer für Locations finden. Die Frankreich Tour alleine jetzt schon wieder. Nicht in Worte zu fassen. Dieser Holzschrank hier. Guckt mal mit diesen Verzierungen und so. Das sieht so unfassbar aus. Und wenn man sich vorstellt, dass das handgemacht ist. Hier ist halt noch so eine kleine Box. Da sind so Passbilder. Und ich meine auch, dass es dieselbe Frau ist, nur in Älter. Oder? Ist es dieselbe Frau, die ich gerade am Anfang gesehen habe? Ich weiß es nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich einmal Taco ein bisschen kurzen Schrecken einjage. Ja, ich glaube, das mache ich einmal. Alle rausgegriffen. Komm, alle ab. Alter, mein Herz, ey. Ich saß da gerade so gemütlich. Soll ich Taco einmal kurz einen Schrecken einjagen? Alter, mein Herz rast, ne? Leon kommt auf einmal angerannt und sagt Alarm ausgelöst. Vor allem, weil vorne an der Tür war halt auch noch so ein Schild irgendwie, ne? Vorne an der Tür ist ein Schild. Ich habe mit Google-Höersetzer geguckt. Da steht halt, dass das Objekt überwacht wird. Nicht in welcher Form, aber es steht, es wird überwacht. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber es tut mir leid, der muss da einmal sein. Ich hoffe, jetzt kommt nicht Karma, dass ich wirklich gleich einen Alarm auslöse. Was war das? Was war das? Was ist das? Oder war das irgendwie eine Alarm? Hä? Was war das für Geräusch? Das Ding da sieht mir auch noch relativ neu aus. Ich hoffe, dass es das Glas war. Boah, ich habe echt Angst, ey. Mein Herz klopft. War ich das? Ich bin hier eigentlich nichts vor drauf getreten. Ey, das ist wieder... Vielleicht machen wir jetzt auch zu viel Panik. Aber ich habe echt ein bisschen Schiss, ey. Oder auch hier der Kleiderbügel. Einfach aus so Rehfüßen. Ganz komisch. Okay, hier ist ein erstes Schlafzimmer. Sieht auf jeden Fall aus wie von einem Mädchen. Ich finde, Schlafzimmer ist immer so ein Zimmer, wenn man da reinkommt. Man fühlt sich irgendwie fehl am Platz, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? So, und ich versuche dementsprechend auch, ja, dem jeweiligen Ort mit so viel Respekt wie nur möglich zu begegnen, ne? Guck mal, hier das ganze Porzellangeschirr, alles noch komplett drin. Das ist nämlich üblicherweise immer das Erste, was zerstört wird, wenn irgendwelche Vandalisten oder so hier reinkommen. Guckt euch das an. Hier war die Küche kombiniert mit einem Esstisch, der hier drin steht. Guckt euch das hier mal an, so ein Geschenkpaket mit Marmelade oder sowas in die Richtung. Guck mal, das war ja richtig Waschküche hier, ne? Selbst die Gewürze stehen noch alle an Ort und Stelle. Damit können wir ja gleich, wenn wir unsere Mittagspause machen, um uns was zu essen zu kochen, können wir schön unser Essen würzen. Mhh. Du gehst nach oben? Genau, ich gehe jetzt nach oben. Ich hoffe, dass die Autos, die hier lang fahren, keinen Verdacht schöpfen, wenn hier eine deutsche Karre direkt vor der Tür steht. Schwierig. Wir hätten echt weiter weg parken sollen. Wir haben direkt hier vorgeparkt. Und ich hoffe auch, dass der Aufkleber außen am Haus nur zur Abschreckung dient. Boah, Leute, ist das krass. Nächstes Schlafzimmer. Also hier wird auf jeden Fall eine sehr große Familie drin gelebt haben, ne? Denke mal, das hier in diesen ganzen Kartons, in diesen Bananenkartons, die ich übrigens auch von meiner Oma noch kenne. Keine Ahnung, was alle mit diesen Bananenkartons haben. Aber hier haben die vielleicht mal angefangen zu packen. Vielleicht, ja, war auch der Plan ein ganz anderer, weil hier sind ja offensichtlich schon viele, viele Sachen aus den einzelnen Räumen und aus den Schränken in diese Kartons eingepackt worden, ne? Uah. Oh mein Gott. Oh, das ist echt widerlich. Also, Freunde, das ist so ein Fun... Ah, das ist widerlich. Hier auch nochmal ein Bild. Auch wahrscheinlich eine Person, die hier gelebt hat. Klar, es ist durchwühlt, so, ne? Die Wertsachen, das sind immer die ersten Sachen, die da raus sind. Hier ist so ein Aktenzimmer, aber trotzdem, das glaubt ihr nicht. Und das ist das, was ich sagen möchte. Die Wertsachen sind vielleicht geklaut, aber es ist so unfassbar beeindruckend, weil man einfach nochmal einen kompletten Einblick in die Geschichte dieses Haus kriegt. Ich drehe jetzt die Kamera und ihr seht, was ist das für ein krasses Schlafzimmer. Und hier müsst ihr euch vorstellen, hinter diesen Fenstern verbirgt sich direkt der Fluss. Hat die Fenster geöffnet und hat direkt Blick auf den Fluss gehabt. Alter, ich dachte erst, dass hier irgendwie, weiß nicht, in der Knarre liegt oder so. Aber das ist zum Glück nur ein ganz, ganz edler Kleiderbügel, so wie es aussieht. Fun Fact am Rande, es gibt Kleiderbügel, die ihr euch kaufen könnt von Marken wie Gucci und Co., die irgendwie 50 bis 100 Euro oder sogar noch teurer sind. Frag mich, wer so viel Geld für Kleiderbügel ausgibt. Vielleicht könnte das hier aber auch, ja, ein eigenes Schlafzimmer der Dame hier im Hause gewesen sein. Das war ja öfter früher auch gar nicht so unüblich, dass Mann und Frau auch getrennte Schlafzimmer hatten. Hier die Darmschuhe, hier wie so ein, ja gut, das könnte auch ein Schreibtisch sein, aber Schminktisch. Hier ganz viel Zeug drin, Seife. Hier möchte ich auch nicht wissen, was damit angestellt wurde, wer das getragen hat und was dann passiert ist danach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber sind das Aufkleber für eine Versteigerung, Freunde? Und wenn ich es auch richtig sehe, dann steht da 1350 dran. Das könnte jetzt natürlich 13,50 Euro sein, das könnten aber auch, weiß nicht, 1350 Euro sein, ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, dass ich mir mal Französisch auftun muss, aber solange ich noch kein Französisch kann, seid ihr gefragt. Also schreibt es unbedingt in die Kommentare, wenn ihr ein paar Sachen von den Dingen, die ich hier filme, übersetzen könnt. Ach krass, und hier direkt auch noch mit Badezimmer anbei. Dann konnte man hier schön baden und wenn man aus der Badewanne kam, direkt aufs Bett und Spaß mit dem... ...mit dem Partner. Genug der Informationen. Willst du da noch weiter? Oh ja, da solltest du auf jeden Fall mal hin. Das ist echt krass. Das ist eigentlich so ein Ding, wo man sagen würde, ja, schnelle Nummer, aber das geht gar nicht. Nee. Das geht nicht. Nee, ist echt viel zu entdecken hier. Oha, noch ein Schlafzimmer, ein komplett pink. Ja, das sieht mir fast schon wieder wie so ein Kinderschlafzimmer aus oder so, zumal dort auch eine ziemlich gruselige Puppe liegt, die mich an die originale Annabelle-Puppe erinnert. Viele wissen es gar nicht, aber die Annabelle-Puppe sieht im Originalen, also es gibt ja, die Geschichte ist nach einer wahren Begebenheit, und die originale Puppe sieht gar nicht aus wie die Annabelle, die man aus den Horrorfilmen kennt. Und die sieht eigentlich, ja, jetzt nicht gleich, aber ähnlich aus wie diese hier vom Stil her. Das ist so eine Stoffpuppe. Na, wer weiß, was in dieser Puppe vor sich geht. An der Stelle grüße mal wieder an Just Abbey. Vielleicht kannst du uns hier auch beantworten, was du bei dieser Puppe hier verspürst. Hier ist so ein kleiner Vogelkäfig. Ich dachte gerade schon, da sitzt ein Vogel drin. Aber der, der ist nicht echt. Krass, ich dachte schon, hä, da sitzt noch ein Vogel drin. Was ist das denn hier, hä? Soll das eine Statue sein? Was ist das? Also, auch wenn es eine Statue oder so ist, ist es nicht ganz komisch. Und warum liegt die da so in der Ecke, so halb zerbrochen? Irgendwie komisch. Ah, jetzt sehen wir, was es mit diesen Masken auf sich hatte. Guckt mal. Guckt euch alleine mal dieses Buch an. Ich habe es geahnt. Von 1854 dieses Buch. 1854. Es geht weiter und weiter. Boah, ist sogar noch mit gemachtem Bett und alles. Hier wieder ein kleines Schlafzimmer. Boah, ist das unfassbar, ne? Unfassbar. Das hatte ich letztes Mal schon bei einem Lost Place gesehen. Was ist das? Ist das, ist das für Wäsche? Ne, ne? Wofür ist das, Freunde? Okay, es wird wirklich von Raum zu Raum krasser. Hier nochmal ein riesiges Schlafzimmer mit einer eigenen Couch noch hier drin. Unfassbaren Bildern. Alter, und was ist das denn hier? Guckt euch mal diese Maske oder diese Statue hier von diesem Gesicht an. Das ist schon gruselig. Das würde ich nicht in meinem Schlafzimmer stehen haben wollen. Guck mal, Leute, wie man den Nachttisch hier rein öffnet. So seitlich. Kenne ich auch gar nicht. So, ich gucke jetzt mal, dass ich hier ein bisschen schneller, schnelleren Durchgang mache und vielleicht jetzt straight nochmal weiter nach oben gehe. Die Treppe sieht hier auch schon ziemlich unsafe aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weitergehen würde. Guck mal, wie schräg hier schon der Boden ist. Das ist echt nicht so safe. Was ist das hier? What the hell? Hä? Das sieht aus wie so ein kleines Chemielabor oder so, ne? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier? Wir haben hier Sodium, Bisolupid, Slaked Lime, Kaliumhydroxid, Lithimus Powder. Also ich weiß nicht, ob sich jemand mit Chemikalien auskennt, aber das würde mich echt interessieren, wofür das hier mal da gewesen ist. Okay, what the hell? Also jetzt bin ich komplett überfordert. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich kann es wirklich gerade nicht glauben. Wo sind wir hier wieder gelandet? Ganz viele alte Schallplatten und irgendwie ein sehr, sehr verstörendes Bild. Absolut heftig. Guckt euch die ganzen Antiquitäten an, die hier rumstehen. Ich werde mich jetzt hier nicht komplett durchwühlen, aber das ist, guckt euch die ganzen Bilder an. Komplett aufgereiht. So, so Zeitschriften aus den, von den Anfang der 90er. Da hinten noch mehr Bilder und noch mehr Bilder. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass viele von denen auch mal hier in diesem Haus gehangen haben. Das ist krass, ey, diese ganzen Antiquitäten. Hier, guckt euch mal die riesige Muschel hier an. Zeichnung von einer alten Dame und hier direkt von einem Clown. Alter, das wäre das letzte Bild, was ich mir aufhänge. Das ist so wuselig. Guckt mal, man sieht, ob die ganzen Sachen mal hier in dieser Plastikfolie eingepackt waren. Seht ihr diese Pakete, wie die noch eingepackt sind? Alles noch da. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar tatsächlich Antiquitätenhändler gewesen sind, ne? Anhand der... Mein Herz, ey. Anhand der unendlich vielen Bilder, die hier gelagert worden sind, ne? Boah, da wieder ein Babybett. Sag mal, sind diese Lost Places, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, hier geht jemand hin und richtet das extra mit so Antiquitäten und alten Sachen so ein, dass es halt krass aussieht, weil... Leute, das ist... Ich fühle mich gerade wie in einem Museum, sag ich euch ehrlich. Es ist wie in einem Museum. Dann hier diese Geweihe von Rehen. Die kriegt es auch wieder nach Verwesung irgendwie. Als wenn hier auch schon mal ein Tier gestorben ist oder so. Es riecht richtig unangenehm. Alter, was ist das? Was ist das? Okay, das sieht schon echt nicht mehr so safe aus. What the fuck? Nein. Ich glaube nicht, was in dieser Truhe drin ist. Alter. Ganz viele Zähne, Geweihe von Tieren, von toten Tieren in dieser Kiste. Oh mein Gott. Diese Kiste hier ist voller... Boah, Überresten von toten Tieren. Mit diesen ganzen Szenen und so. Das erinnert mich sogar ein bisschen an die Pariser Katakomben. Oh Leute, ey. Das ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Keine Ahnung, ob es hier Leute von euch gibt, die sich mit Golf auskennen. Aber... Gene Donald Championship Golfschläger sind hier noch drin. Da muss ich direkt an das Porsche-Trade-Up von dem guten Dave, der ja auch die Behind-the-Scenes zu Seven vs. Wild gedreht hat, denken. Der ja in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen ja nur mit Golfbällen hunderte von Euros verdient hat. Ich gehe stark davon aus, dass solche Golfschläger auch noch einiges an Wert haben werden. Das ist unfassbar. Es geht weiter und weiter durch dieses Schiff an hier. Das ist aber nicht die Titanic, oder? Bin ich jetzt komplett blöd? Ich glaube aber nicht. Das ist trotzdem krass so ein großes Modellschiff. Ich habe von unten gesehen, dass die Decke hier nicht mehr als safe ist. Deswegen laufe ich jetzt nicht mehr hier oben lang. Dann geht das dran. Ja, man sagt es gerade schon, man kann sich hier wirklich Tage aufhalten. Das ist ja nicht normal. Du wirst auch nicht glauben, wie es oben aussieht, ey. Ja, aber ist dir auch aufgefallen, dass manche Zimmer komplett clean sind? Dann hast du überall so Ecken wie hier, wo der ganze Müll rumgeschoben ist. Auch in diesem rosanen Schlafzimmer. Das ist komplett clean und der Flur davor ist komplett voll mit Müll. Nichts gegen die Fotografen, aber du siehst halt, dass die sich das wirklich zurechtlegen für ein schönes Foto. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde mir jetzt nicht die Arbeit machen und den ganzen Müll hier beiseite räumen. Da hätte ich gar keinen Bock zu. Und zweitens, weiß ich nicht, ob es ein bisschen respektlos ist, hier in diesen Sachen rumzuwühlen. Aber das ist schon krass. Das fällt auf jeden Fall auf. Meine Vermutung ist, es wird, also wirst du oben auch noch sehen, dass das irgendwelche Arten von Antiquitätenhändler waren oder vielleicht auch, dass hier jemand im Haus war, der vielleicht gezeichnet hat oder so. Das wirst du oben noch sehen. Das ist echt krass. Hast du hinten diese Bücher gesehen in einem Schlafzimmer mit hier Apotheker und Pharmazie und sowas? Das würde auch Sinn machen. Das würde auch Sinn machen. Das ist irgendwie ein Arzt oder sowas vielleicht? Aber hier, denke ich mal, werden auch so viele Menschen gelebt haben oder eine große Familie, dass natürlich die einen den Beruf vielleicht hatten, die einen, die anderen den anderen. Leute, das ist echt krass, ne? Attacke und ich, wir laufen ja beide hier durch und filmen. Und es ist so krass, wie wir beide auch unterschiedliche Dinge finden und der andere die halt auch teilweise übersieht, ne? Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das an. Das Ding hier ist komplett voll mit Tierknochen. Und ich sehe hier hauptsächlich Unter- und Oberkiefer. Boah. Hier ist sogar so ein Kinderfahrrad. Und Taco sagt jetzt zum Beispiel, dass ich mal hier die Treppe runtergucken soll. Hä? What the hell? Alter, hier ist ja komplett im Bereich eingestürzt. Heftig. Okay, Leute. Hier geht's in den Keller. Und das sieht mal richtig nach Katakomben aus. Fuck. Fuck. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch das ein Teil des eingestürzten Bereichs ist. Aber egal, let's go. Aber der ist nicht groß. Der ist nicht viel. Der sind nur zwei große Tanks. Alter, nee, ne? Das ist eine Coca-Cola-Light. Eine ungeöffnete. Alter. Also ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich tendiere ja schon dazu, das einmal zu öffnen und, äh... Ich weiß jetzt nicht, ob zu probieren, aber zumindest mal zu riechen. Mach auf. Ey, die ist einfach wirklich komplett ungeöffnet, ne? Nein, das ist Design da drauf. Hier, zeig mal in die Kamera. Das ist echt krass. Soll ich mal Ablaufdatum gucken? Also wenn ich es richtig lese, 28. Juni 99 ist das Ablaufdatum. Okay, krass. Dann ist die wahrscheinlich von 90 oder so oder 95 oder so. Also ich weiß nicht, ich fühle mich fast schon ein bisschen schlechter bei, die anzubrechen, aber die wird hier eh nur vergammeln und irgendwie interessiert es mich schon. Dich auch? Mach auf. Wenn es knacken kommt, dann war sie noch nie geöffnet. Ja, sie war noch nie geöffnet. Ja, sie war noch nie geöffnet. Riech mal. Das kann nicht schlimm riechen eigentlich. Ich schwöre es dir, es riecht echt lecker. Trink. Soll ich zuerst? Ne, ich mach. Mach. Es ist über 20 Jahre abgelaufen. Also ich werde das jetzt nicht runterschlucken, weil es nichts bringt. Ich habe ja den Geschmack im Mund. Es schmeckt nach einer ganz wässrigen Cola ohne Kohlensäure. Okay. Also es schmeckt total wässrig so. Es hat kaum noch Geschmack richtig. Krass, ey. Ja, lass mich auch probieren. Bitteschön. Leute, ey, was machen wir für Sachen, ne? Zum Wohl. Weißt du, wie das schmeckt? Ja. Dieses Wassereis, dieses Cola-Wassereis. Yo, du hast recht. Original. Nur noch ein bisschen weniger Geschmack. Also halt, weil da kein Zucker drin ist. Es schmeckt halt null süß. Aber es schmeckt genau wie dieses Cola-Wasser, als nur halt ohne Zucker. Ja. Ihr seht, hier sind auch noch andere Getränke. Wasser und so, was auch noch komplett original einverpackt ist. Aber eine Cola, die 1999 abläuft, ist schon krass. Jetzt müsste man mal schauen, wie lange so eine Cola braucht, um abzulaufen. Ich glaube aber, lange eigentlich. Das war doch noch mal ein Ausflug in den Keller, wer hat. Krank, ey. So, ich würde sagen, es ist an der Zeit, diesen Ort zu verlassen. Wir haben uns nämlich schon viel zu lange hier wieder aufgehalten. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Was denn? Zum Schluss wollte ich doch noch einmal gerne einmal ausprobieren, ob das geht. Oh, ich würde sagen, es geht. Also ich würde mal so sagen, 10% der Tasten funktionieren, der Rest leider nicht mehr. Trotzdem immer wieder ein unglaubliches Feeling und wenn sowas in Lost Place funktioniert und man ein bisschen auf Rund hinfallen kann, dann nimmt man den Ort nochmal ganz anders auf, finde ich. So, jetzt ist aber wirklich an der Zeit rauszugehen. Okay. Geschafft. Jetzt kochen wir uns eine Kleinigkeit. Aber erstmal, good job, Alter. Also heute gibt es Nudeln, Pasta in pikante Fenchel-Tomatensoße. Nudeln, Pasta in pikante Fenchel-Tomatensoße. Hier köchelt es schön, das muss jetzt noch so 10-15 Minuten alles schön köcheln und dick werden. Der Taco, der zuckt hier schon schön die Kräuter ab, die dann da gleich auch noch mit reinkommen. Die Perspektive gefällt mir irgendwie am besten. Ja, ich weiß. Also heute gibt es Nudeln, Pasta in pikante Fenchel-Tomatensoße. Die Perfektion ist ja, ich weiß. Die Perfektion ist ja, ich weiß. Die Perfektion ist ja, ich weiß. Oh ja, ich weiß. Was ist ja, ich weiß. Was ist ja, ich weiß. So, Freunde, mit so einem Ausblick lässt sich doch richtig gut essen. Auch das haben wir wieder als gutes Teamwork hinbekommen, Taco. Definitiv. Dann mal vielen Dank für das leckere Mal. Man hat den Blitz gesehen, oder? Man hat den Blitz gesehen. Bin, die wir zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, Freunde, Alter, wir sind jetzt bei einer Location, wir sind jetzt zweieinhalb Stunden oder noch länger gefahren und irgendwie haben wir beide ein ganz ungutes Gefühl, irgendwie wir sind hier so einen kleinen Feldweg reingefahren und sind irgendwo in einem Wald jetzt und wollten jetzt eigentlich zur Location laufen und ich kann nichtmals genau sagen, was es ist, aber irgendwas ist hier sehr gruselig, die Vögel zwitschern und wir haben 0.06 Uhr, also das ist jetzt irgendwie nichts komisches an sich, das Vögel zwitschern, aber irgendwie weiß ich es, weiß nicht, normalerweise nachts um die Uhrzeit, ihr seht, da ist direkt ein Tor, okay, also wir haben beide ein ungutes Gefühl und können uns nicht genau erklären, wo uns liegt, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin, ne? Wir gehen jetzt hin und ziehen durch. Boah, ich fühl mich wie in einem Horrorfilm, boah, dann sag ich dir ganz ehrlich, da hättest zwei, dreimaler Geräusche, ob du die Richtung hörst. Von da, aber irgendwie so Autotüren oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Die riesengroße, zugewucherte Bäume, aber hier geht schon mal ein Trampelpfad lang. Guck dir mal die Dicke der Bäume an. Ja, die sind richtig massiv, die Bäume. Und wir folgen jetzt einfach diesen Pfad hier und gucken, was uns erwartet. Guck. Ein halber Urwald hier. Alter, da ist es. Da ist es. Ach du Kacke. Alter, warum hab ich grad so ne Angst? Hast du Angst? Ja, irgendwie. Aber du hast schon recht, das ist unsere erste Nachterkundung, ne? Auf der Tour jetzt. Da ist auch noch ein Gebäude. Komm, erstmal in die Nebengebäude gucken. Also das ist ein richtiger Urwald hier. Es ist echt heftig. Hier hat schon irgendeiner mal irgendwas angezündet. Ja, das ist verbrannt. Aber ich glaube, das hier wird wirklich einfach nur so eine Scheune gewesen sein, ne? Ja. Hier wahrscheinlich irgendwelche Traktoren oder so mal drin gewesen. Ach du Kacke. Gut, dass ich das nochmal aufgemacht hab. Guck dir das mal an. Wo ist das? Das ist krass, ey. Ein richtiger Oldtimer, der hier drin steht. Auch nochmal mit dieser durchgängigen Sitzbank hinten. Boah, ich find so was, so alte Autos haben ja echt Stil, ne? Wie kommen sie, ey? Guck dich mal die Schaltung an, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mit so einem langen Nöppel da. Könnte man sich auch andersweitig benutzen, ne? Guck mal, lass uns mal drauf zu wollen, geh. Guck mal, lass uns mal drauf zu wollen, geh. Guck mal, lass uns mal drauf zu wollen. Guck mal, lass uns mal drauf zu wollen. Guck mal, lass uns mal drauf zu wollen. alle super geordnete drin schon fast leicht verdächtig aber das ding safe ja krasse küche hier auf jeden fall mein gott leute das ist wieder so ein typisches geisterhaus dann guckt euch diesen spiegel an dass das ist so ein spiegel würde ich hier leben oder selbst jetzt habe ich angst in diesen spiegel rein zu gucken selbst jetzt fühle ich mich komisch ihr seht das war schon richtig beschmiert aber es fühlt sich komisch an ich sage euch ehrlich ich kann da nicht weiter reingucken es fühlt sich richtig komisch an die in diesen spiegel rein zu gucken das ist richtig gruselig zumal das wie so ein altar aussieht hier ist ein altes bild davor von einer wirklich hübschen frau das ist mal wieder so richtig kassner also wirklich auf unserer tour hier eine location ist krass als die andere leute das ist unglaublich du denkst du jedes mal in jeden los place in den reinkommen du kannst es nicht mehr toppen und dann wir müssen wir oben checken aber womöglich könnte man hier sogar ein oberleiter drin machen hier ist so ein oh mein gott ist das krass direkt mal zwei klaviere da vorne eins hier eins jetzt noch mit einem alten was ist das denn alten rum oder so hier haben wir direkt was was wir uns gönnen können tack und ich das ist wirklich wirklich heftig schon ordentlich verstimmt die tassen lassen sich immer jeweils nur einmal bespielen weil die dann das stecken bleiben wahrscheinlich in den seiten also das haus hier oder diese villa kann man ja schon nicht mehr aus nennen es gibt mir auf jeden fall so richtige geisterhaus vibes würde ich sagen gehen wir mal nach oben wir sind auch noch so an den wänden so alte bilder an irgendwelchen wappen treppe an der seite noch mal ein bereich noch meine eigene treppe okay schauen wir mal wie es hier lang geht äh hier ist ein komplett eigener bereich oh mein gott boah hier ist ein schlafzimmer wäre tatsächlich womöglich was für ein overnighter aber die sache ist ich finde es ja wirklich komisch irgendwie im lost place in einem wohnhaus in einem bett zu pennen ich weiß nicht ob mir das nicht zu respektlos ist ich meine ja ich hatte das schon mal gemacht aber das war ein hotel im harz bei einem hotel finde ich immer noch mal was anderes weil es so unpersönlich ist ja da haben eh schon tausend leute drin geschlafen bei einem wohnhaus weiß ich nicht Alter hier hab ich echt Schiss um jede Ecke die ich gehe dass da gleich einer im Bett liegt ey durch an die betten sind gemacht wir sind halt so schlafgemächer wie es aussieht Taco ist jetzt gerade auch unten nochmal Taco der Schritt war direkt neben mir what the hell Taco ja bist du auch oben bist du auch schon oben nein what the fuck es könnte zufall sein aber dieses komische gefühl was man hier drin hat und ich weiß nicht ob man es auf der kamera gehört hat aber hier war wirklich wie so ein step direkt neben mir Taco ist jetzt gerade auch unten krass ich habe echt komische feelings hier und es wird auch nicht besser Alter mein Herz ne ich meine jetzt kommt Taco hoch aber ich bin hier gerade in diesen Raum gekommen und da hat man jetzt echt gut es ist ein altes Gebäude es knackt natürlich es macht Geräusche trotzdem hat das jetzt hier wieder ein relativ lautes Geräusch gemacht ich hab zwischendurch habe ich das Gefühl dass Taco im Nebenraum ist weil ich irgendwas höre und dann ist da ist er da aber nicht krass ey allein die Sachen die hier auf dem Boden rumfliegen alte Bilder und 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 hier auf dieser Kommode liegen noch handschriftliche Briefe die Nerds unter euch die auch vielleicht Französisch sprechen können gerne mal pausieren und in die Kommentare schreiben was hier vielleicht ungefähr drin steht sofern das überhaupt lesbar ist ist natürlich krass immer so persönliche Dokumente und Briefe zu finden hier ein Babybett Guckt euch das mal Guckt euch das mal an also ich bin ich bin mal wieder sprachlos das ist mega oder das ist auch voll viel so asiatisch irgendwie hier ne mhm habe ich unten schon gesehen boah alter was ein Schrank das sind so Geschichten die auf dem Schrank erzählt werden in Form von Schnitzereien ne ja das ist übel krass allein guck mal diese Scharniere hier an überall diese riesigen Spiegel ne mhm ich versteh nicht wie man so fette Spiegel im Schlafzug also nachts wenn ich da ranlaufe habe ich schon in meinem Badezimmer spiegelschiss ja 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 ich finde man klingt immer schnell verrückt aber ich hatte gerade als ich alleine oben hier war direkt fast direkt neben mir so ein Step gehabt da habe ich dich auch gerufen weil ich dachte dann dass du vielleicht im Nebenraum aber warst du nicht ganz komisch also ich habe hier schon weiß nicht ein bisschen komisches Gefühl ich weiß ich klingt vielleicht verrückt oder paranoid aber ja da muss ich wieder anzustimmen ich habe in diesem Haus hier auch ein komisches Gefühl aber das hatte ich schon weil sie das Grundstück getreten haben ok ich geh mal hier weiterhin lang da hängt so ne Decke stellt mal vor Leute ihr guckt so da hin und dann bewegt sich die auf einmal oder da ist so ne Gestalt oder so da drunter da gar nicht drüber nachdenken ey hallo hab dich auch nicht ausgeschlossen das hier vielleicht wirklich ich hab jetzt schon wieder ich dachte du wärst dort was ich schwörst dir ich dachte du wärst dort ich hab von da ein Geräusch gehört das war auch nicht leise oder oder du hast da hast du ja gerade irgendwas angefasst kann ich halt das da so durch oder so ne 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 sorry aber ich bleib jetzt bei dir weil ich hab mir ein bisschen sorry mir geht gerade echt ein bisschen die Bange ey also komm uns schon mal einig das ist auf jeden Fall ein Horrorhaus ja also ich hab bis jetzt noch keine Geräusche gehört aber ich find's hier übelst unheimlich mhm und das liegt nicht daran dass es draußen dunkel ist wow Alter wär ne richtige Challenge oh fuck ey das ist doch so bei auch was ist das denn ist das so eine Patrone oder so so rächerstäbchen oder so ne ja genau ja kann gut sein vielleicht wurden hier schon mal irgendwie Geister beschworen bekämpft schon damals hatten die so Probleme damit man benutzt sowas tatsächlich halt um sowas los zu werden ne zu reinigen ja 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 und von dem Raum hatte ich gerade wieder was gehört was ist das denn hier das hatte ich gerade schon auf die ähm bei diesem Weihrauch gesehen sieht aus wie so ein kleines Spielzeug oder so ich weiß es nicht schreibt's mal in die Kommentare wenn ihr wisst was das hier für Teile sind das hier ach so wie so Spielzeug ich weiß es nicht hier auch wieder ein Kinderbett aus so altem Holz wenn wir Oberleiter machen würden dann wird hier der kann drin schlafen ja definitiv und darüber ein riesengroßes muss man auch wirklich sagen wunderschönes altes Bild hier ist nochmal so ein Bild super detailreich ey krass diese Bilder die sind alle ähnlich ne mhm alle die hier hängen in diesem Raum ja das ist wie so ein Kinderspielzeug ich glaub da hast du dann ne Murmel reingepackt und dann konntest du so verschiedene Sachen mit der Murmel machen hier war auch nochmal ein Badezimmer boah boah da hat schon jemand sein Geschäft erledigt okay jetzt haben wir immer in den Raum gesaved von dem ich die Geräusche gehört habe also ich glaub ich geh ein Stückchen weiter wieder alleine nach oben in der Hoffnung nicht nochmal sowas zu erleben kommt nicht oft vor dass ich so Angst vor Paranormalen habe muss ich wirklich sagen nicht grad beruhigend oh Gott es geht hier oben wieder krass weiter es geht wirklich wieder krass weiter ich weiß gar nicht wo ich als erstes hin soll hier ganz viele Betten alter ey sorry wenn die Kameraführung nicht die beste ist aber weiß ich nicht irgendwas ist es wo ich mich hier sehr unwohl fühle ich kann nicht genau so sagen was es ist wie ein Kinderbett alter was ist das für ein Horrorhaus ganz viele alte Bücher guck mal von 1897 militare Strategie also Militärstrategie Bücher alter ey hier muss irgendwo ein Bienennest sein guck mal es sind ganz viele tote Bienen hier auf dem Boden irgendwo muss hier ein Bienennest sein also altes Spiel was hier noch steht Joy Deloitte würden die ganzen toten Bienen hier auf dem Boden liegen hätte ich fast gesagt wäre das womöglich ein Hormon-Overnalter machen können oh mein Gott wie die Zeitung hier dieses Design von 1911 und was mir direkt darunter auffällt La Motor Daimler ja also für die meisten werden wahrscheinlich wissen Daimler heute Mercedes-Benz krass guckt euch mal dieses Design an das kann man nicht fassen diese Werbung von Mercedes-Benz quasi hier von 1911 ja Leute und sowas verkommt hier im Lost Place das ist das ist eine wahre Zeitgeschichte hier das ist unfassbar und hier auf dem Boden liegt diese ich glaube das ist so eine Weihrauchkugel passt auch zu dem was wir unten gerade gesehen haben was sagst du hier auf dem Dachboden Overnight auf dem Dachboden komm mal mit ich zeig dir mal was ich als Idee hätte mir hättest du direkt ins Auge gesprungen also da hinten da liegen ja die ganz viele tote Bienen das ist schon nicht so nice ich hätte gesagt wir schütteln das hier aus verbarrikadieren diese Tür mit dem Bett und der Tür und schieben vielleicht diese das Ding irgendwie hier irgendwie hin oder die Tür und Stas auch noch verschieben dass wir das dann so da an die Ecke stellen ja können wir machen also Overnight Rucksäcke Overnight Rucksäcke und dann heißt es Overnight im Horrorhaus alter PU machen boah ich glaube ich habe ich habe ein zwei Geräte mitgenommen sogar tatsächlich EMF dann können wir auch noch so ein zwei Fragen vielleicht stellen und hier ein bisschen durchlaufen ok geil komm let's go wir haben gerade den ultimativen Jackpot gefunden wir haben diese Tür hier zum Dachboden gerade mal ein bisschen genauer analysiert und erst war ich so geil wir können die zu machen und dann so warte mal verriegelt also wenn hier nicht irgendwie der Geist ins Heim sucht werde ich heute Nacht pennen wie ein Baby ja krass geil los geht's man ja man so meine Lieben die Putzfrau ist da was kann ich für sie tun einmal den Raum hier nur oder einmal nur hoch durchfliegen alles klar kein Problem das kriegen wir doch hin so Freunde ich würde sagen fast sauberer als bei mir zu Hause also so einen perfekten Overnight Spot wir haben mal wieder mega Glück das werden wir noch herausfinden ob das so ein guter Overnight Spot ist warum weil das erstmal abwarten müssen was bei der PU rauskommt und was dann vielleicht noch nachts passiert wenn wir schlafen wollen also es kann ja sein dass wir mit unserer PU auch irgendjemanden verärgern und dann doch nicht so eine schöne Nacht haben werden so Freunde jetzt haben wir hier unser Schlaf-Setup schon aufgebaut und machen uns jetzt gerade bereit für die PU und es ist schon das erste gruselige passiert ich meine es wirklich ernst Taco hat gerade eine Aufnahme mit der GoPro machen wollen ich habe vor allen Dingen 15 Sekunden lang aufgenommen und in die Kamera gesprochen und das ist dabei rausgekommen Hä? was ist das für eine Aufnahme? keine Ahnung komplett kaputt na gut wir haben jetzt einige Sachen mitgenommen wir werden jetzt erstmal unten ins Haus eine Wildkamera aufstellen und dann gehts los und dann gehts los das K2 Meter und Taco der hat die Vollspektrum Kamera ich fühle mich damit selber in der Hand bin gespannt das nachher alles auszuwerten sieht man mich so auf dem Bildschirm? ja man sieht dich klar und deutlich dann los so wir haben beide Handys auf Flugmodus deswegen ja ich würde sagen wir fangen einfach mal damit an uns vorzustellen also wir sind hier in einem uralten verlassenen Haus und mein Name ist Leon mein Name ist Taco und wir würden uns unglaublich freuen mit irgendwem in Kontakt zu treten also falls irgendjemand hier ist würden wir uns wirklich sehr darüber freuen wenn du auf dich aufmerksam machen könntest lass dich nicht von unseren Geräten einschüchtern die benutzen wir nur damit wir besser mit dir kommunizieren können du kannst gerne nah an uns herantreten und auch die Energie von unseren Geräten nutzen um auf dich aufmerksam zu machen ich frag einfach mal generell ist denn irgendjemand hier der vielleicht mit uns sprechen möchte du kannst gerne über diese App die wir hier auf diesem Smartphone benutzen mit uns kommunizieren alternativ kannst du zum Beispiel auch näher an mich herantreten um das Gerät was ich in der Hand halte zu berühren so dass ich weiß dass du da bist ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass wir nicht alleine hier sind wir hatten vorhin schon das Gefühl nicht alleine zu sein und plötzlich war der Akku von der Vollspektrum Kamera fast komplett leer und auch hier sei wieder gesagt dass alle Aufnahmen komplett ungeschnitten für alle Kanalmitglieder ab der Stufe 2 veröffentlicht werden ebenfalls danke an alle Kanalmitglieder auf der Extrastufe diese sind jetzt gerade hier aufgeführt und ohne euch wären solche Touren und paranormal Untersuchungen nicht möglich doch keiner hat sich das gewagt was wir uns gewagt haben und so wollten wir gerade zur Nachtsicht Kamera wechseln als das passierte oh was war das ich meine das Geräusch bedeutet einen K2 Meter Ausschlag ich bin mir aber nicht sicher das könnte Zufall sein ne ja aber ich krieg gerade echt Kopfschmerzen echt ja ich weiß auch nicht warum also vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit oder so und viel gefahren wenig Schlaf aber so wenig hatten wir eigentlich gar nicht so wenig Schlaf aber ich krieg wirklich Kopfschmerzen gerade aber es ist auch seit so 3-4 Minuten oder so hast du etwas damit zu tun vielleicht keine Ahnung kann ja sein irgendwelche negativen Energien was ist warte mal ok mein Kameralicht ist gerade einfach ausgegangen Akku leer also die Akkus werden schon mal leer gezogen ne die kleine Kamera Akku leer ich habe das eigentlich wirklich im Auto aufgeladen also dieses Lämpchen nach der letzten Location habe ich das extra aufgeladen das kann eigentlich gar nicht leer sein das wundert mich wirklich oder es hat einen ultra schwachen Akku also ich weiß es nicht ob das jetzt Zufall war oder ob der Akku leer ist wir können ja mal ein bisschen uns bewegen ja womöglich laufen wir gerade durch dein Haus jetzt die Lampe schon wieder aus gut dann wird das höchstwahrscheinlich der Akku sein hole ich jetzt einfach nur meine andere Taschenlampe hier aus der Jackentasche raus also so doof das klingen mag aber ich hab wirklich also ich will das nicht wie eine Bussi klingen oder so die Kopfschmerzen boah das ist gerade echt krass also ich glaube die PU wenn das jetzt nicht gleich weg geht oder so wird nicht allzu lange dauern ich würde sagen lass mal straight nach oben zu den Schlafgemächern oder würde ich auch sagen deswegen würde ich sagen ich hoffe das ist in Ordnung für dich wenn wir jetzt einfach mal nach oben gehen wir gehen jetzt einfach mal nach oben zu den Schlafgemächern ich hoffe das ist in Ordnung für dich deine Taschenlampe ist angegangen ja die geht immer an die Narosentasche Fun Fact am Rande als wir aus dem Schloss flüchten mussten vor der Polizei ist die ganze Zeit Takos Lampe angegangen weil ich die Narosentasche hatte und der Knopf sich so leicht drücken lässt und die ist nicht schweinehell ja deswegen werde ich unbedingt eine Olight haben wo man drücken und drehen muss damit die angeht und nicht nur drücken gehen wir weiter ist das du? also hier war vorhin auf jeden Fall die Stelle wo du zweimal was komisches gespürt hast und ich krieg grad übelsten Gänsehaut Schauer ich weiß nicht warum und ich schwöre es dir ich hab grade ich weiß nicht was es war dass irgendetwas ich weiß nicht ja oder eine Lichtreflexion keine Ahnung ich hab irgendwas im Augenblick gesehen ich leg das mal hier irgendwo hin weil ich hasse das das in Wann zu halten der Balken ist fast voll ist das du? bist du hier bei uns gerade? ist hier irgendetwas bei uns gerade? okay wir sind jetzt mal einen kurzen Moment still und ich würde dich bitten in irgendeiner Form du hast jetzt genug Möglichkeiten auf dich aufmerksam zu machen willst du uns nicht mal deinen Namen verraten? Willst du uns nicht mal deinen Namen verraten? Wohin? Hierhin? Wo soll ich herkommen? Wohin? Du kannst auch herkommen. Du kannst auch herkommen. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir wollen nichts Böses. Und ich hoffe, du auch nicht. Wenn du etwas Böses willst, dann teile uns das jetzt bitte mit, dann brechen wir das hier auch ab. Gib es mir. Was war das? Gib es mir. Tacho, warum immer mit dir? Ich weiß es nicht. Also wir sind ja auch direkt im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur, weil ich so zweideutig denke und wir wollen uns jetzt auch nicht über dich lustig machen. Aber was sollen wir dir geben? Schrank. Schrank. Okay. Ich werde jetzt einfach mal hier zum Schrank kommen. Was ist denn hier im Schrank? Ich weiß nicht, was ist das hier? Alter, was ist das? Weißt du was das ist? Ist da so ganz viele Nadeln in dieser Flasche drin? Keine Ahnung. Irgendwas medizinisch halt, ne? Vielleicht für Diabetes oder so? Das kann sein, ja. So Diabetes-Tester. Ich weiß nicht, ob das vielleicht abschreckend auf dich wirken kann, dass wenn wir hier mit Taschenlampen rumlaufen. Oder ich besser gesagt. Ich werde jetzt die Taschenlampen ausschalten. Und nochmal zusätzlich die Vollspektrum-Kamera hinzuziehen, mit der ich dann Fotos mache. Dann schalten wir jetzt die Lichter aus. Vielleicht gibt das ja einen Anlass mehr für dich. Boah, das ist so sick, ne? Mit diesem Blitz, ey. Das ist so ekelhaft. Mit uns zu sprechen. Machst du dann auch direkt ein Foto immer? Mhm. Komm bitte zu uns. Du hast gerade schon mit uns gesprochen. Du kannst auch, wenn dir das leichter fällt, ein Geräusch von dir geben. Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Hat gerade mal für vier Fotos gereicht. Ich mag es nicht. Puh, Gänsehaut. Ja. Okay, also die Kamera geht aus. Und genau in dem Moment, ich mag es nicht. Also das Blitzlicht wahrscheinlich. Ich glaube auch. Weil es macht ja auch keinen Sinn. Wir machen die Taschenlampen aus und machen dann Blitzlicht. Das ist ja noch schlimmer eigentlich. Ja, ja, ja. Alles was bisher war, war relativ abweisend so gefühlt. Ja. Und ich habe auch wirklich übelste Kopfschmerzen gerade. Also ich habe gerade auch irgendwie nicht so wirklich Lust, das weiter fortzuführen. Weil das, boah, das ist echt krass. Wirklich voll die Kopfschmerzen von fünf Minuten oder so jetzt bekommen. Okay. Keine Ahnung, ob das irgendwie stickige Luft hier drin ist oder so. oder ob das vielleicht echt irgendwas mit der PU jetzt hier zu tun hat. Ja. Ist, denke ich, meine Interpretationssache. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Aber ich würde dann an der Stelle die Kommunikation beenden. Wir wollen nämlich heute in diesem Haus hier auch übernachten. Aber dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und trotzdem für den Kontakt bedanken. Tschüss. Okay, wir haben jetzt die PU abgebrochen. Und wir machen jetzt hier unsere Tür wieder zu. Und es ist mittlerweile auch 2.20 Uhr. Und das heißt, es ist Zeit fürs Bett. Oh, Freunde. Schau, boah, alles ist ungewühlt. Jetzt alles liegt in der Richtung. Boah, Alter. Dann werde ich abhauen. Ich würde zusammenpacken, abhauen. Ja. Ja, alles sowas willst du auch sonst machen, Alter. Ist ja so zu krank, ne? Das wäre richtig krank. Wir machen es jetzt gemütlich. Ey, ich werde mich direkt in den Schlafsack hauen. Wirklich, das brauche ich jetzt, Leute. Das brauche ich jetzt. Ja, so fuck, meine Füße ist aber zu lecken. Alter, das ist so ein widerlicher Mock, der hier diesen Raum erfüllt. Ey, wirklich. Hahaha. Freunde, das sind die guten Katakombenfüße. Ich spüre es euch, das ist ein Gestank hier drin, ne? Das möchte ich euch nicht vorstellen. Ich würde deine Füße mal in den Schlafsack reinstecken. Hahaha. Gute Hüster. Hahaha. Das wird aber nicht viel bringen, die hier reinstecken, ey. Das stinkt trotzdem. Miole, Alter. Und der frisst da genüsslich seinen Riegel, ey. Hast du nicht den Geruch die ganze Zeit in der Nase? Ja, meine Schuhe sind auch nicht besser, ne? Schweps. Jadi queine Hüster Ja. So Freunde und äh, demnächst gibt es dann benutzte Katakombenboßsocken zum verlosen im Stream auf Twitch LeonTV JWR! Schaut vorbei! Meinst du es gibt Zuschauer die sich über meine Socken freuen würden? Meinst du nicht, jeder der jetzt so zuschaut und so einen richtig kranken Fußfetisch hat, fühlt sich voll angegriffen? Ich glaube auch, dass es welche geben wird, eine Socken gerne hätten, aber es gibt glaube ich keinen, der es öffentlich zugeben würde. Ja, das kann sein. Gibt es hier jemanden, der meine Socken gerne haben möchte? Einmal bitte melden in den Kommentaren. Für 50 Euro packe ich genau die Katakombensocken, packe ich in ein Paket und schicke die ab. Alter, alter, nee. Oder würde ich das machen für 50 Euro? 50 Euro, das ist ein leichtes verdientes Geld, ne? Einfach nur für benutze Socken abschicken. Ja, ich würde drüber nachdenken. Aber eigentlich sind die ja schon vorreserviert für den da, ne? Ey, ich würde mir mit deinen Socken nicht meine *** abwischen. Ohne Scheiß. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, ey. Du sitzt da und kramst die alte Katakombensocke aus, um dir damit in den *** abwischen. Im äußersten Notfall kann man das ja machen eigentlich, ne? Aber mit meinen Socken, da stinkt der hinterher nachher mehr als vorher. Aber was hat er natürlich nicht. Was habe ich jetzt? Gute Nacht, meine Lieben. Wolltest du nicht noch ein Gute-Nacht-Lied singen? Oder? Guten Abend, gute Nacht. Kacke mitgebracht. Freunde, in diesem Sinne. Alter, ich wünsche euch eine gute Nacht. Alter, jetzt reicht's aber mal. Kann man nicht mehr ernst bleiben hier normal. Normalen Content. Ganz klar. Lust, please. Ernstigkeit. Oh, der war schaumig. Echt kotzt du hier hin? Ich sag's dir. Na, aber wegen deinen Füßen. Da könnte ich schon wieder kotzen. Freunde, ehrlich ist, irgendwie, ich hab das Gefühl, wenn ich die Kamera anlasse, bevor wir pennen gehen, das nimmt nie ein gutes Ende. Das ist immer Trash-Talk. Na gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ähm, hoffe, wir haben sie auch, aber ich glaube, mit der verbarrikadierten Tür schätze ich mal, dass wir uns morgen früh wiedersehen und nicht irgendwie durch irgendwas in der Nacht. In diesem Sinne, schlaft gut, beziehungsweise ihr schlaft ja gar nicht, aber wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Ey, die kenn ich doch. Ich kenn euch doch. Woher kenn ich euch denn nochmal? Lasst mich kurz überlegen. Ach ja, YouTube. Ey. Guten Morgen in diesem Sinne. Taco ist auch schon wach. Oh, Wunder. Der Typ lebt noch. Ja, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Wie war der Overnight? Besser als erwartet. Also, ich hab wirklich gut geschlafen, gut. Ich war auch tatsächlich ultramüde. Ja, wir haben auch nachts manchmal Geräusche gehört, auch Geräusche, die aus dem Haus kamen, aber ich denke, dass das alles natürlich im Ursprungs ist. Äh, was soll es sonst sein? Leute werden hier nicht reingekommen sein, wir konnten gut fabrikadieren. Dementsprechend ist es eigentlich recht gut gelaufen, ne? Also, ich hab auch nachts nicht nochmal die Kamera in die Hand genommen, um irgendwas zu filmen, weil es einfach die Geräusche, die man gehört hat, die waren natürlich zu erklären, ne? Wo ist der nass? Ihhh. Jetzt hast du dich auch einfach schon wieder eingepitzen. Vielleicht hattest du ja doch so Angst im Schlaf, dass du deine Blase entleert hast. Vielleicht hatte ich auch, weil du neben mir gelegen hast, feuchte Träume. Wir packen jetzt erstmal zusammen und dann... Ach, geh mal raus aus diesem Haus. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, Sachen sind gepackt. Der Ort wird natürlich noch sauberer zurückgelassen, als wir ihn vorgefunden haben. Es sieht aus wie geleckt hier, also wirklich. Was denn? Was denn? Nein. Leute, die Tür ist einfach offen. Ich war das nicht. Ohne Scheiße. Hättest du gehört, oder? Hättest du es gehört? Ich schwör. Junge. Hahaha. Hahaha. Dass du es nicht mitbekommen hast, Alter, ich war so richtig, bin ich so hingeschlichen. Und da habe ich so richtig leise so diese Tür aufgemacht. Alter, ey. Hast du für so eine Sekunde geglaubt? Ey, für so eine Sekunde dachte ich mir, okay, shit. Aber ich habe sofort dein Gesicht gesehen, weil du kannst nicht ernsthaft, also du kannst nicht lügen, ey. Naja, gut, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht lügen kann. Ja, ich habe zu viel Horrorfilme geguckt. Lass uns abhauen. Also Spoiler übrigens, das ist am Tag immer noch gruselig, weil es komplett abgedunkelt ist, ne? Es ist dunkel, ne? Ja, ja. Also es ist so richtig, klar, ein bisschen Licht kommt rein, ne? Ja. Aber es hat immer noch so dieses düstere, ne? Man muss immer noch mit einer Taschenlampe hier durchlaufen und das macht es immer noch so unbehaglich, sag ich jetzt mal, ne? Ah, genau, die Wildkamera. Ich raff das immer nicht. Das ist nur die Aufnahme, wo wir hier durchgelaufen sind, ne? Hä, und die ist einfach so, hä? Eine Aufnahme ist leer. Kannst du eins sehen, wie viel Uhr das war? Ähm, ja, dann am Computer. Noch eine. Und das ist jetzt gerade gewesen. Ja, Leute, tatsächlich hat die Wildkamera dreimal nachts ausgelöst, obwohl keiner von uns beiden dort war. Ich konnte auf die Schnelle zwar nichts finden, aber ich werde alle Aufnahmen in voller Länge natürlich wieder für alle Kanalmitglieder ab der Stufe 2 zur Verfügung stellen. Dickes Danke für euren Support. Also zwei- oder dreimal hat die Wildkamera einfach so ausgelöst, obwohl das jemand drauf ist. Spricht auch wieder für den Gruselfaktor dieses Hauses. Dass das nicht ganz unbegründet war bei uns. So, Freunde, hinaus in die Freiheit. Der Hübsche kommt auch hinterher. Der Hübsche. Bisschen die Location schützen. Da ist das wunderschöne Auto. Die Heimat für diese fünf Tage, die wir unterwegs sind. Eine kleine Empfehlung meinerseits. Achtung, keine Produktplatzierung, sondern einfach eine coole Sache, wenn man morgens so ein bisschen was Warmes zum Frühstück haben möchte. Und zwar hier einfach Porridge. Einfach ein bisschen am Wasser heiß machen. Dazu kippen, in eine Tasse rein. Da hat man hier schön was Warmes und kann mit einem wunderbaren Ausblick eine kleine warme Mahlzeit zum Frühstück genießen. In diesem Sinne, mein Freund, guten Appetit. Ich hoffe, das schmeckt dir. Weißt du, was jetzt auch noch geil wäre? Ein Kaffee. Da könnte ich schon wieder... Gott sei Dank. Schade eigentlich. Hätte ja klappen können, aber es fehlt uns ja nur das Kaffeepulver. Das erinnert mich an irgendwas. Brauch mein Kaffee! Ich habe schon zu Stefan gesagt, wo er mir einen Kaffee gegeben hat, da am Auto, wo wir auf dem Parkplatz festhingen. Da habe ich zu ihm gesagt, fahr jetzt noch mit Stefan auf. Leute. Ich habe ja gehört, dass du nicht mit Kaffee vorsorgt bist, weil Leon immer den Kaffee vergisst, oder? Wie war das? Ich bin total enttäuscht von dir, Leon. Ich fahr jetzt mit Stefan weiter. Stefan ist so jemand, der hat einfach an eine Jackery-Ladestation eine Senseo angeschlossen. Der hat einfach eine Senseo mit auf Tour. Der ist der einzige Mensch, der sich eine Senseo-Kaffeemaschine ins Auto stellt und frisch für alle Kaffee kocht. Wie geil ist das denn? Er gibt mir den Kaffee, ich nehme einen Schluck. So, das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl hatte, war, dass ich einen Holy Energy getrunken habe. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Wir essen jetzt erstmal in Ruhe. Ein schönes Schaf wegnaschen. Mh, lecker. So ein riesiges Militärgebiet hier, ne? Dieser Zaun, der zieht sich hier schon über so viele Kilometer. Einmal durchsneaken, ey. Oder Area 51, schau mal vor. Overnight. Ja, wirklich jetzt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Fliegen wir schön zur Area 51. Und verbringen dann da irgendwie 48 Stunden oder so. Das wäre richtig geil. Rechnen dann da ein bisschen mit den Anwohnern in der Nähe und so weiter. Hey Kitty Cat. Wait a minute. Who are you? Ihr sprecht kein Deutsch, ne? Taco. Ist bei dir mit allen Pus*** so? Was meinst du? Dass du die so verjagst. Eigentlich nicht. Okay. Ich habe hier irgendwie so einen Obdachlosen auf dem Aldi-Parkplatz getroffen. Er ist hier mit seinem Einkaufswagen, wo er seine Jahresvorwerte drin hat. Können wir vielleicht einen Meter weggehen von meinem Auto. Ich finde das ein bisschen unangenehm. Ja, Freunde, wir machen uns jetzt hier schön einen kleinen Kaffee. Auch wenn heute in Frankreich Feiertag ist, aus irgendeinem Grund hat Aldi geöffnet zum Glück. Wir haben schon wirklich, wirklich die Bange gehabt, dass wir nicht nochmal einkaufen gehen können. Weil wir haben kein Wasser mehr gehabt, keinen Kaffee und auch nichts zum Futtern. Und jetzt haben wir nochmal ein bisschen was eingekauft und haben auch den guten Kaffee gekauft. So wie Thomas Gast schon immer predigt, no coffee, no worky. No coffee, no worky. Haben wir hier einen Thomas-Gast-Fan oder was? Oder warum kennst du seine Sprüche? No coffee, no worky, ey. Das musst du auch kennen. Ja, 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 ja. Heimlicher Thomas-Gast-Gucker, ne? Jetzt hier erstmal einen schönen Zuchtlachs. Grüße gehen raus an Marc Thomas Lehmann oder so. Alter, jeder sagt den Namen von ihm falsch. Robert Marc Lehmann. Robert Marc Lehmann. Das ist so witzig, ey. Jeder sagt den Namen falsch. Ach, wir brauchen einfach wieder Energie, Freunde. Damit wir gleich, zehn Minuten sind wir jetzt gerade weg von der nächsten Location, dort eine ziemlich spannende Erkundung starten können hoffentlich. Es soll ziemlich spannend mal wieder werden. So, Freunde, wir sind in einem anderen Cover-Modus unterwegs. Ich habe die Kamera im Rucksack drin. Wir sind in einer extrem kleinen Ortschaft, wo ein super heftiger Ort sein soll. Das Problem ist, das Wetter ist sehr gut und die Leute hängen alle im Garten rum und wir sind nur dran vorbeigefahren und haben schon drei Leute gehabt, die uns beobachtet haben. Deswegen haben wir jetzt hier auf dem einzigen öffentlichen Parkplatz an der Kirche geparkt an einem Ort und versuchen jetzt, da hinzukommen. Wir sind jetzt auf dem Gelände. Hier sind überall Häuser von den Nachbarn in der Nähe und alle sind gefühlt draußen. Es ist wieder... Alter. Es ist wieder aufregend, ich sag's euch. Und ich glaube, die Location wird krass. Taco hat hier schon einen Eingang gefunden, glaube ich. Okay, let's go. Oh Gott. Ich fühle mich schon verkehrt an, hier übers Bett zu lachen, um überhaupt einzukommen. Aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Krass. Krass. Kaminbild. Das könnten möglich die Person gewesen sein, die hier einst in diesem Bett geschlafen haben. Hier ist eine Feuerstelle, ein Kamin und noch ganz viel, ja, altes Make-up und alle möglichen Kleinigkeiten, Schwuck, Parfüm, die hier noch rumstehen. Guckt euch das mal an, das ist wie so ein kleiner Thron hier mit allen möglichen Dingen. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Ich bin sprachlos. Da muss man nur aufpassen, da ist zum Beispiel direkt ein Nachbarshaus gegenüber. Stereo-Anlagen und allen möglichen Kassetten. Wow. Oh Gott, und hier geht's krass weiter. Nach oben gehen wir gleich natürlich auch nochmal. Oh mein Gott. Ist das eine Kaffeemaschine hier? Das ist so eine Kaffeemaschine. Oh mein Gott. Also Let's Urbex würde an dieser Stelle wieder eine Ehe bekommen. Das ist natürlich ein krasses Ding, zumal ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie teuer so Kaffeemaschinen sind. Schaut mal im Internet nach. Ja, die kosten schon einiges und dann so ein fettes Teil hier. Alter, der hat bestimmt gut geschmeckt, der Kaffee. Ist das der Mann von der Zeichnung? Ich glaube ja, oder? Da oben ist auf jeden Fall auch wieder derselbe Herr. Wahrscheinlich dann wirklich der, der hier einst gelebt hat. Hier ist so eine Durchreiche zur Küchenzeile. Da gehen wir gleich auch noch mal hin. Hier eine Truhe, wo wir dieses Mal hoffentlich keine Knochen drin finden. Aber die geht gar nicht auf. Okay. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ist das Parfüm oder... Weiß nicht. Aber es sieht uralt aus. Ist auch eine Karte von Frankreich mit so einer alten Postkarte. Das könnte sogar eventuell hier aus diesem Dorf sein. Okay, das ist wirklich unglaublich. Wir haben hier ein Bild von diesem Haus, glaube ich. Das müsste dieses Haus sein. Eine alte Luftaufnahme. Das ist auch eine Zeichnung von dem Haus. Okay, krass ey. Ich lasse die Bilder hier für sich sprechen. Ein Hund. Sieht so ein bisschen aus, als wäre er so in irgendeinem Showbusiness vielleicht tätig gewesen. Ja und hier ist das Bild von dem Taco gesprochen hat. Wo dieses Haus hier quasi noch mal gezeichnet wurde. Man erkennt das auf jeden Fall wieder. Ganz rechts. Da sind wir jetzt gerade reingekommen. Guck mal hier auf ein Kinderbild. Oder Kinderbilder. Darüber eine selbstgemalte Zeichnung. Die ganzen Sachen hier ab. Und hier die Couch. Hier ist so ein uraltes Spiel, was hier auf dem... Das ist Mensch ärgere dich nicht. Das ist einfach Mensch ärgere dich nicht in so einer ganz alten Vintageform mit so Pferden. Hä? Scheint irgendeine französische Version von diesem Spiel zu sein. Hier ist so ein Rehfuß. Einfach mitten auf dem Tisch. Warum auch immer. Ja und hier kommt man dann in die Küche. Die doch verhältnismäßig klein ist. Gewürze, alles noch da. Sogar Zucker. Und Kaffee. Aber guck mal, hätten wir gar keinen Kaffee kaufen brauchen. Hätten wir einfach mal den genommen. Hier schön mit dieser Durchreiche. Krass. Ich werde dann mal hier weiterschauen. Oh Leute, das ist echt unfassbar. Bin gespannt, was uns jetzt noch hier so erwartet. Ein Badezimmer. Alter, es ist halt wirklich alles noch da. Alles. Bis auf jeden kleinsten Detail. Liegt hier alles noch rum. Lasst dafür gerne mal einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, warum ihr glaubt, dass dieser Ort verlassen ist. Schauen wir mal hier weiter. Oh mein Gott. Nein, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Ich werde jetzt die Kamera hoch schwenken. Wir haben hier ein großes Kinderzimmer. Von Babybett bis Kinderbett. Alles dabei. Mit ganz vielen Spielsachen. Ich sag euch ehrlich. Es tut mir leid, aber mich berührt sowas. Mich berührt sowas emotional. Ich stehe jetzt gerade in einem wirklich liebevoll eingerichteten Kinderzimmer mit vielen Spielsachen. Wisst ihr, ich denke mir dann direkt, Lea und ich haben das Zimmer von Bubi mit so viel Liebe eingerichtet. In jeder Kleinigkeit steckt ein Hintergedanke und Liebe drin. Denn mit jedem Spielzeug kann man irgendwie einen Bezug herstellen. Und er hat so seine Lieblingsspielzeuge irgendwie. Und wenn ich jetzt hier so einfach mal mir das Ganze angucke. Von selbst gemalten Bildern. Bis hin zu Spielzeugen. Teddys. Ich sag euch ehrlich. Ich finde es gerade weniger gruselig oder so. Ich finde es einfach nur traurig. Ich finde es einfach nur traurig. Diese Heimat. Diese Beziehung zu diesen ganzen Dingen, die hier rumliegen. Was ist hier passiert? Dass dieses Kinderzimmer einfach jetzt so verkommt. Ich fühle mich gerade schlecht, dass ich hier drin stehe und irgendwie in einem fremden Haus mir das angucke. Da, wo eigentlich hier die Kinder sein sollten. Schlafen sollten. Spaß haben sollten. Spielen sollten. Ich weiß nicht. Es ist... Leute, vielleicht übertreibe ich auch oder so. Vielleicht übertreibe ich auch. Aber mir geht das gerade... Mir geht das gerade wirklich nah. Weil es einfach nur so gut eingerichtet ist. Es fühlt sich an, als würde ich gerade in einem fremden Kinderzimmer stehen. Was ja auch der Fall ist. Aber es fühlt sich an, als würden gleich hier die zwei, drei Kinder oder wie viele auch immer irgendwie um die Ecke kommen. Und hier mit ihren Spielsachen spielen wollen. Es passt einfach nicht in dieses Lost Place Bild rein. Gerade was Kinder anbelangt. Es passt einfach nicht. Es passt nicht. Aber es zeigt die Realität. Es zeigt Vergänglichkeit. Es zeigt... Dass alles irgendwo auch nur materiell ist. Gut. Genug emotional geworden, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und schauen uns den Rest des Gebäudes an. Da drüben, finde ich, wird es echt traurig. Okay. Wirst du sehen, Inge. Ich weiß nicht, Inge. Finde ich sowas sehr traurig. Die sehen hier so eine Pistole. Aber das ist zum Glück nur eine Soft. Ich habe erst kurz einen Schock bekommen. Boah. Stimmen von dem Gebäude hat auch irgendein Auto eben gehalten. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Diese kleinen Träger hier noch. Boah. Mit der Ambiente hier auch mit den Nachbarn direkt in der Umgebung und und und. Es ist echt sehr, sehr risky, Freunde. Boah. Es lohnt sich auch immer wieder. Das muss man sagen. Soviert. Ich dachte, es könnte nicht krasser werden. Aber es wird wieder mal krasser. Noch mehr schlafgemächer. Mit wie vielen Leuten haben die hierhin gewohnt? Leute, das glaubt ihr echt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also man kommt hoch und hier ist ein Bett mit, ich glaube, einem Erinnerungskoffer wird das sein. Das wird 100% ein Erinnerungskoffer sein. Wir haben genau sowas auf dem Dachboden. Genau sowas mit so alten Briefen oder auch Geburtstagsglückwünschen und so weiter. Und das legt ihr einfach offen verteilt auf dem Bett rum, sodass es jeder lesen kann. Außer wir, weil wir kein Französisch sprechen. Aber meistens habe ich eh ein komisches Gefühl da rein. Gerade bei einem Ort so, ja, so fast unberührt ist da, in so private Dokumente reinzugucken. Wir sind noch Festplatten. Wer weiß, was da alles noch drauf ist. Taco. Weißt du, was ich, was vielleicht auch sein könnte? Ja? Stimme voll, die hatten irgendwie so ein Autonfall oder sowas. Ja, ne? Weil, also guck mal, das Kinderzimmer und alles, wie alles noch da drin ist. Ja. So, das ist ja eigentlich relativ unüblich, so, ne? Das Kinderzimmer noch so, vielleicht bei Oma und Opa könnte es sein, dass da noch ein Kinderzimmer ist, wo noch ein bisschen was drin ist. Aber das ist ja, die haben da ja, also hier habt ihr eine Familie gewohnt, so wie es aussieht, ne? Ja, wirklich. Also hier haben viele Personen, vielleicht sechs, sieben Personen geredet oder so, oder acht. Ja. Also wirklich, es sieht ja wirklich so aus, als hätten die, wie du schon sagst, vielleicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen oder so, dass die wirklich alle zusammen irgendwie verreist sind und dann einen schweren Autounfall hatten und alle nie wiedergekommen sind, ne? Und ich habe wirklich ein komisches, so ein komisches, trauriges Gefühl hier an diesem Ort. Also gestern, wo wir in dieser Villa übernachtet haben, war es einfach irgendwie so eine gruselige Stimmung und das nicht, weil es dunkel war, sondern, ja, ich finde, man entwickelt irgendwie für solche Orte auch so ein Gespür irgendwie, ne? Ja. Und ich habe hier einfach wirklich so eine traurige Grundstimmung irgendwie, weil man irgendwie sich schon fast sicher ist, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, weil man auch sieht, wie liebevoll auch alles hergerichtet, eingerichtet, diese ganze Dekoration und so weiter. Das Kinderzimmer alleine, das ist ja, man sieht, dass das mit Liebe hergerichtet wurde, wie viel Spielzeug da ist und so weiter. Ja, auch die ganze Dekoration hier und so weiter, ne? Oh Mann, hier ist tatsächlich nur eine Tür, ich weiß nicht, ob es hier noch... Ach du Hacke, hier geht es auch noch weiter. Okay, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, hier geht es nicht weiter, Freunde. Oh mein Gott. Alter, ich kann das gerade nicht glauben. Okay, jetzt wissen wir auch, wo die Festplatten herkommen. Ey, hier sind Computer, guck mal, Dell, Tastatur und Computer steht hier. Alles noch drin. Also, hier wurde offensichtlich auch gerne gezockt, so wie es aussieht. Ey, wie krass ist das denn hier mit so einem Lenkrad? Das kenne ich noch von früher. Hat man an der Playstation einen Computer angeschlossen, konnte Autorennen fahren. Ey, richtig geil. Oh, Freunde, ey. Da noch ein Computer. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was hier noch an Wert rumliegt. Hier gibt es auch ganz viele technische Sachen. Kopfhörer, die da rumliegen. PC-Monitore. Ey. Kann man sich das vorstellen? Kann man nicht. Noch mal ein Bett. Ich weiß nicht, vielleicht war das hier auch so ein Jugendzimmer oder so, könnte ich mir vorstellen. Da ein Computer, da ein Computer oder für die Erwachsenen. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwie gerne gezockt haben. Ja, und hier ist so eine Tür im Boden drin. Damit kann man wahrscheinlich nach unten kommen, weil ich dachte, unten geht es raus direkt. Aber anscheinend ja nicht. Ja, und hier geht es auch noch weiter. Hier ist so eine Truhe. Es ist wahrscheinlich Wäsche drin. Auch noch mal ein Bett. Also unglaublich viele Betten, ne? Ich weiß wirklich nicht, wie viele Leute hier gelebt haben. In diesem verhältnismäßig doch recht kleinem Haus eigentlich, ne? Gehen wir mal hier weiter. Ach, du heilige. Ich weiß nicht, ob das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, das gibt mir schon wieder ein bisschen gruselige Vibes, ne? Mit dieser Puppe hier. Weil das ist auch einfach, weil ich Puppen immer unbehaglich finde und die auch irgendwie nicht sonderlich freundlich aussieht. Hier ist das Dach tatsächlich schon ein Ticken kaputt. Und da sieht man, also hier wird es nicht lange dauern, bis hier die Feuchtigkeit reinkommt. Und dann auch hier wahrscheinlich... Also dieser Bereich, das gebe ich euch mit Brief und Siegel, wird als erstes einstürzen. Wenn das hier weiter reinläuft, der Regen. Hier ist auch ein Koffer mit alten Büchern, Zeitschriften. Wie so ein kleiner Thron hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. So Figürchen links und rechts davon. Und hier ist dann nochmal so ein Schreibtisch. Vielleicht auch von diesem Herrn hier gewesen, der hier lebte. Vielleicht war das hier sein Arbeitsplatz. Was ist das denn? I love mom and I love dad. Hier hat schon einer auf diesem... Das ist das ein Laptop? Ein Laptop aus alten Zeiten. Da hat einer schon drauf rumgeschmiert. Und hier ist auch nochmal so ein kleines Mikroskop, ist das glaube ich. Womöglich hatte das auch was mit dem Buch des Herrn hier zu tun. Ich weiß nicht, was hat er denn gemacht? Oder es sind einfach... Das ist ein ganz anderer Herr, der hier auch gar nicht lebte. Und einfach irgendjemand, weiß nicht... Den die Familie gut fand oder irgendjemand aus der Familie. Das kann natürlich auch sein. Hier ist auf jeden Fall eine kleine Unterschrift. Keine Ahnung, ist das jemand, den man vielleicht auch kennen sollte oder so? Falls es irgendjemand weiß, gerne in die Kommentare damit. Und hier ist nochmal so eine kleine Wohnecke. Mit einer Couch, wo schon echt eklige Spinnen jetzt runterhängt. Und da direkt ein Fernseher. Alle möglichen Filme und so. Heftig. Hä? Was ist das denn hier? Guck euch das mal. Mir ist ja so ein Pfeil auf dem Boden. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oder was ist das? Das ist doch... Das ist doch ein Pfeil, oder? Krass. Was meint ihr? Könnte der Familie, die hier lebte, vielleicht wirklich etwas Schlimmes widerfahren sein? Bei genauerem Hinsehen könnte man auch vermuten, dass der ehemalige Besitzer vielleicht ein Barkeeper gewesen ist. Fakt ist, dass diese Location irgendetwas ganz Trauriges ausgestrahlt hat. Als wir uns gerade die Details genauer ansehen wollten, wurde unsere Erkundung allerdings unterbrochen. Wir wollten gerade rausgehen. Und dann ist ein Auto hier auf dem Schotterplatz direkt gefahren. Raus, 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 raus. Hier sind überall Leute um uns rum. Alter, war das krass, ey. Okay, Leute, wir sind gerade zurück am Auto an der Kirche, wo wir geparkt haben. Ihr werdet es nicht glauben. Hier schießt gerade einer mit einem Luftgewehr auf Vögel. Alter, der hat gerade einen Vogel da oben getroffen. Wie krieg ich es nochmal auf Kamera? Es war, dass zwei Schüsse hintereinander waren. Hier schießt irgendwo einer mit einem Luftgewehr rum. Alter, wie krank, ey. Also es kam safe von da drüben. Also, jetzt kommt er. Ach, du Kacke. Es war mir vorhin schon etwas komisch. Als wir nämlich hier geparkt haben, ist Taco da vorne im Wald sein Geschäft erledigen gegangen. Und dann war da so ein Typ mit einer Sonnenbrille an einem Zaun und hat immer so gepfiffen. Und ich war mir nicht sicher, ob der mich meint. Der hat mich hier rübergeglotzt oder irgendwie. Ich bin dann davon ausgegangen, dass irgendein Tier oder so ruft, sein Hund oder irgendeine Katze. Das war vorhin schon ziemlich, ziemlich weird. Alter, und jetzt ballert der da mit einem Luftgewehr rum, ey. Hat der das Gewehr in der Hand? Vielleicht snackt der die auch weg, ne? Wie snackt der die weg? Taubenbrust. Schau doch mal das Haus an. Nicht aus, als wenn die viel Geld hätten. Sieht aus, als wäre es ein Lost Place, alter. Kann echt sein, so, ne? Klar. Aber wenn der Moment war, natürlich sieht er da oben am Kirchturm ab. Weil er sie da gut erreichen kann. Ja, gut, wenn die da oben drinnen sitzen, ne? Ich meine, Leute, guckt euch mal das Haus an. Was der hell? Das Dach ist halt eingebrochen. Irgendwie ein bisschen weird, ey. Ach, schade, ich habe gehofft, ich kriege es nochmal auf Kamera, aber leider nicht. Okay, Leute, wieder problematisch. Ich zeige es mal ganz schnell. Da vorne sind Hunde auf diesem großen Grundstück hier. Und direkt gegenüber, ihr seht, befahrene Straße. Direkt gegenüber dem Leben. Ach, die Kacke. Scheiße, richtig Kacke. Das ist übelst heiß wieder. Ja, wenn wir von der anderen Seite kommen wollen. Das muss man nicht wissen, ne? Das ist eine kranke Aktion auf der anderen, ne? Da sind sie. Das ist es. Jetzt haben wir da nicht lang. Jetzt. Die Nummer wurde immer brenzliger. Und das Schlimmste war auch noch, dass wir jetzt erst bemerkt hatten, dass nebenan direkt ein Nachbar war, der uns womöglich bemerkt haben könnte. Ich hoffe, wir wurden nicht gehört, weil da ist direkt einer, da wo der Hahn ist, voll nah. Da ist direkt einer in der Scheune drin, da direkt wo wir nebenstanden. Ich hoffe, wir wurden nicht gehört. Ich hoffe, wir haben nicht gehört. Das ist wohl das eingespielte Team. Ok Leute, deswegen sind wir hier. Klingt hier nicht Wahnsinn Leute. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das ist Sand gemacht hier. Fuck yeah. Boah, dieses unfassbare Bild. Diese Zeichnung. Krass Leute, ist mir auch gerade mal aufgefallen. Hier waren gestern erst andere Urbexer. Wir haben heute den 08.05.2023. Und hier steht, ich bin mir nicht genau sicher, Respidele and Soup. Keine Ahnung, was es heißen soll. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber die waren gestern erst hier. Krass. Ich finde es auch krass, wie dieser Schirm dieser Lampe einfach bedruckt ist. Heftig, ey. Ich zitter, ich zitter wirklich. Schütze. Leute, das ist sehr schütze. Wichtig in Worte zu fassen. Hier ist ne Art, weil es nicht passt oder Personal aus. Alles noch da. Alles. Guckt euch mal das riesige Gemälde, ja. Das ist wirklich Handarbeit. Gestrickt ist das. Seht ihr das? Das ist nicht zu glauben. Die ganze Deko. Alles steht noch da. Kein Vandalismus. Da oben. Dieses ganz bekannte Bild. Von Jesus. Das ist so ein Ding. Hier würde es mich echt nicht wundern, wenn man hier selbst noch Geld findet oder so. Hier ein Schlafzimmer. So, ganz altes Bild hier. Ah, wirklich. Woran liegt das? Bei Lost Places immer diese Vintage-Bilder dann auch direkt neben den Betten und so. Es sieht immer aus wie hergerichtet. Wie aus irgendeinem Film. Wie in einem Filmset. Dabei ist es kein Film. Das ist die Realität. Das ist so ein Vintage-Stil hier. Guckt euch mal den Jungen an hier. Ah, krass. Stimmen. Stimmen direkt beim Haus. Ich geh mal in die andere Richtung. Weil Richtung Straße ist mir doch ein bisschen zu riskant. Wahrscheinlich das Schlafzimmer der Eltern gewesen. Beziehungsweise des Hausherrn und der Hausherrin. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht warum, aber dieses Bild da löst leicht Panik in mir aus. Hier ist schon wieder derselbe Junge. Auch wieder mit dem Akkordeon. Vielleicht handelt es sich dabei auch diesen Herren. Sieht nämlich relativ ähnlich aus. Vielleicht hat er hier Akkordeon gespielt und vielleicht finden wir das ja auch noch in diesem Haus. Das wäre natürlich super heftig. Hier auch so eine kleine Travelbox. Für Herren glaube ich. Um da so Drogerieartikel, Rasierer und sonstige Sachen reinzupacken. Alles in so einem richtig kranken Stil, ne? Crazy. Hier sind so richtig neue Plastiksäcke. Keine Ahnung warum die hier liegen. Aber das erinnert mich natürlich direkt wieder an so die Kripo, die dann die Lacken irgendwie wegschaffen muss oder die Lackenteile. Wer weiß, vielleicht ist hier in diesem Haus auch, ja, jemand gestorben. Das weiß man natürlich nicht. Okay, gehen wir mal nach oben. Den Dachboden haben die auf jeden Fall nicht ausgebaut. Das wurde hier nur als Ablagefläche benutzt. Queen Mary, die Queen Mary. Ey, ist das nicht das Schiff, was auch ausgestellt ist in Amerika? Was man auch besichtigen kann, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich meine, das ist es. Ich meine, es ist dieses Schiff, wo auch mal Geisterjäger eine PU gemacht haben und so. Krass, ey. Hier Code der Exploration. What the hell? Genau das, was wir machen, wir erkunden nämlich auch. Ja, verrückt. Aber schade, dass die den Dachboden nicht ausgebaut haben. Ich hatte gehofft, dass hier auch nochmal so ein Wohnbereich ist. Das ist so krass, ne? Das ist richtig krass, ja. Einmal wenn ich den Akku wechsle, ich fühle mich, also jetzt gerade hier, wie im Kick irgendwie. Du holst diesen Akku raus, der ist gelühend heiß, steckst ihn in deine Tasche, guckst dich um, holst einen neuen raus, steckst ihn rein, die Kamera blinkt einmal auf. Das ist echt, als wenn du irgendwo so im Schützengraben liegst und dieses gelühend heiße Magazin aus deinem Gewehr rausziehst und so. Krank, Alter. Crazy, ey. Der hat doch zu viel am Hintern geschnuppert. Hier kommen wir auch noch mal in den Bereich. Ich schätze jetzt einfach mal, dass hier die Küche sein wird. Die ist auf einmal auf jeden Fall im Badezimmer und im Klo. Und hier kommen wir in die Küche, die doch verhältnismäßig unspektakulär aussieht. Im Vergleich zu den edel eingerichteten Räumen drüben. Oh, hier riecht es richtig gut. Was ist das? Irgendwas ist hier, was gut riecht. Alter, es sieht noch aus, als würde es benutzt werden, oha. Hä? Hier sind auf jeden Fall Patronen. Jetzt geht meine Lampe aus. Also ich glaube nicht, dass das echte Patronen sind. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich kenne mich mit sowas leider überhaupt nicht aus, aber trotzdem ist es ein bisschen beunruhigend. Ups. Also bis gerade hat es noch gut in der Küche gerochen, jetzt nicht mehr. Was ist mit dem Kühlschrank? Sind da noch was Sachen drin? Oh, da sind noch Sachen drin. Ups. Was ist das? Was ist das? Ist das Joghurt? Ich weiß es nicht. Boah. Jetzt stinkt es hier wieder. Oh Gott. Boah. Ja, verrückt. Das war auf jeden Fall klein, aber fein, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir nehmen den selben Weg raus, ja. Okay. Okay. Ja, let's go. Jetzt muss ich schnell gehen an der Straße. Alter, ich sag's dir, Taco wie Geister. Wie Geister. Wie Geister, oder? Geister Ninja. Ey, zu gut. Das war wirklich erhöhte Schwierigkeit. Superschwieriger Zugang und überall Nachbarn drumherum, ne? Befahrene Straße, Hunde noch gegenüber. Und wir haben es trotzdem unbemerkt, zumindest glaube ich das, rein und raus geschafft. Alter, was in Aktion. Taco. Gute Arbeit mal wieder. Ja man, kann ich nur zurückgehen. Mittlerweile sind es echt ein krasses Team. Ist echt so, ey. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fahrt vor uns. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Filmst du grad? Seh ich gut aus? Ja, angebessen. Seh ich so cool aus wie der ALEON TV immer? Ist okay, sag ich mal. Also musst du noch an dir arbeiten, ne? So dass du deinem Vorbild gerecht wirst. Ich baue immer so am Lenkrad und guck dann immer. So? So? Ist gut, ist gut. Jawel. Versuch mal so cool wie dein Taco zu sein, bitte. Kommt dem schon nach. Kommt dem schon nach. So ein bisschen mehr noch so Arm aus dem Fenster und so. Macht der auch immer. Ja. 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 Jetzt kommst du im Tacos World schon näher. Dein Idol. Ja. 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 So. Total cool. Aber es ist voll blöd. Ich bin aus der Hubscheid mit Tacos World. Oh, ist das schön hier. Guck mal diese Landschaft an hier. Diese Natur. Das ist einfach nur herrlich. Wunderschön. Alles saftig grün hier. Und diese ockerfarbenen Häuser hier. Oh. Guck mal hier. Oh. Schön ist das schön hier in Frankreich. Entschuldigung. Ja, bitte. Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Wenn du danach noch. Du weißt schon. Ja? Komm, steig ein. Geil. Hi. Hi. Ich heiße Taco. Ich heiße Juntibum. Okay. Autotüren leise zu. Hier sind nämlich auch wieder da vorne Wohnhäuser. Und auch hier direkt. Aber ich glaube mir, dass da keiner mehr wohnt. Und da ist der Lost Place. Taco ist jetzt schon über die Mauer geruscht. Das ist nämlich leider auch wieder der einzige Zugang. So, zack, zack. Das ist komplett wie Messi-Bude hier. Holy shit. Ach du Scheiße. What the hell? Alter. Das, hä? Ich verstehe es noch nicht. Die übelste Alkoholika-Bude. Hä? Also das habe ich auch echt noch nie gesehen. Ja, hier sind ganz viele Bilder. Und das ist auch immer derselbe Mann, der euch zu sehen ist. Da sieht man sogar auch schon die Bierflaschen. Hier ist so ein kleiner Hund oder so, der hier mit ihm zu sehen ist. Das ist eben mein Gewebe, Mann. Okay, das ist echt... Das ist echt wierter. Steht auch tatsächlich von Mann, die Bilder sind von 2005. Also ist der Ort mindestens 15 Jahre verlassen. Scheiße, ey. Alter. Ey, guck dir das mal an. Ja, das hat ja doch einer so dahin gelegt, oder? Hey. Das wird doch nicht damals da alles so gelegen haben, oder? Der hat das wahrscheinlich alles nur noch hier hingeschmissen. Eine Flasche nach der anderen weggeballert. Das ist doch fast alles das Gleiche, ne? Das ist alles Wein. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich in den Tod gesoffen hat, ne? Ja, ja. Das ist ja so eine Ansammlung von Alkoholflaschen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Guck mal dieser Blick. Ach, scheiße, ey. Das ist echt gruselig, ey. Boah. Das ist mal auch da oben, das Bild. Auch richtig dark. What the fuck? Ganz, ganz komisch hier, ey. Ey, da kennt man gar nichts draus, irgendwie... Das war zur Rappen-Sequenz. Das hieß doch irgendwie wie nach oben hier. Ekelhaft, ne? Ey, das ist so widerlich. Boah, ne, sag mir bloß, hier steht irgendwie ein Terrarium. Dass der noch Tiere gehabt hat oder so. Wahrscheinlich auch elendig verreckt. Ja. Du Scheiße. Ich glaube auch. Ach, du Katte. Was? Was? Junge, ey. Nein, Alter. Dinkel des Gladiateurs. Ey, das muss ich so zensieren, ne? What the fuck? Ich sag euch, ey, das kann ich nicht in Worte fassen. What the fuck? Überall. 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 Die krankesten DVDs von Riesenschwänzen und so. Boah. Richtig widerlich. Ganz viel Fertigessen. Guck mal, dieses ganze Tiefkühl-Essen hier. Auch immer wieder dasselbe. Hier. Macaroni. Boah. Der hat sich wahrscheinlich irgendwann nur noch davon ernährt. Er hat sich betrunken, sich diese Filme angesehen. Boah. Boah. Alter. Boah. Das stinkt ja übertrieben. Ey, ich sag's ja. Oh mein Gott, ist das widerlich. Boah, ist das eklig, ey. Hat da einer gepennt in der Badewanne? Ich bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos. Ich dachte schon, wir hatten heute schon mal die ein oder andere eklige Location. Aber das toppt ja nochmal alles, ey. Da ist überall Kacke in der... Alter, da ist überall Kacke in der Ecke, ey. Boah, ist das widerlich. Boah, ist das widerlich. Ist das widerlich. Das ist so widerlich. Man kann hier kaum atmen. Hier ist ein Schlafzimmer. Guckt euch das mal an. Boah, so ein altes Biker-T-Shirt. Und hier auch wieder die Alkoholflaschen. Überall Alkoholflaschen. Boah. Boah, ich halte das hier drinnen nicht lange aus. Ich sag's euch. Oh nein. Oh. Boah. Oh mein Gott, ey. Alter. Boah, ich kann nicht mehr. Ich muss hier raus, ey. Boah. Fuck, ey. Hier geht's sogar noch hoch. Sind sie richtig fette. Boah. Nee. Nee, 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 nee. Ich muss hier raus, ey. Die Spinnen, die Spinnengröße auch, die hier, die hier hockt. Boah, es ist, ich, da wird mir unwohl. Ich muss, ich muss. Boah. Schnell wieder raus, ey. Taku, ist da noch irgendwas? Hier ist ein schönes Zimmer. Ein schönes? Ja. Boah, die Spinnen hier auch, ne? Die sind riesengroß. Nee, ich muss hier raus, wirklich. Komm, guck's dir an. Guck dir mal die Spinnen an, die da, die da hängen. Alter, sind... Oh mein Gott. Boah. Richtig wieder. Alter, ist die groß. Okay, Taku, darf ich da einfach vorbei vorher? Ja. Ich hab echt Angst, aber sonst geh ich da nicht mehr rein. So, weißt du? Hopp, hopp, hopp. Bin hier raus. Oh. Danke, Mann. Fuck, Alter, ist das... Ist das eklig, ey. Oh mein Gott. Ey, hier ist ja wirklich noch ein schönes Zimmer. Das einzige Zimmer, was hier gepflegt ist. Alter, guck dir mal die uralte Schreibmaschine an. Boah, die ist bestimmt von 1910, 20. So sieht das aus, ey. Eine Katze, die ihr Arschloch zeigt. Da muss ich direkt an Roofless Cat denken. Grüße gehen raus an Alex. Also hier auch nochmal so ein Bild. Auch echt gruselig von so einer Frau. Ui, 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 ui. Ich will mich hier echt nicht lange aufhalten, ne. Hier ist auch nochmal eine Puppe mit einem abgeschnittenen Kopf. Wenn hier der Kerl alleine gelebt hat, warum ist hier eine Puppe? Was hat der mit der gemacht? Hier ist überall Scheiße auf dem Boden verteilt. Boah, ne, ehrlich. Ich muss auch hier raus. Boah, das auch, ey. Das ist einfach gruselig. Einfach gruselig und eklig. Und überall seht ihr das? Komplett voller Scheiße. Da oben ist irgendwie ein Bienennest. Also Challenge an den guten Robin von Urbex Adventure. Ob der sich traut hier drin zu pennen? Ich weiß es nicht. Guckt euch das an. Hier ist ein riesiger Vogelkäfig. Mich würde es nicht wundern, wenn die ganze Kacke, die auch da im Schlafzimmer ist, von diesem Vogel hier stammt, der wahrscheinlich auch hier irgendwann ewig verendet ist. Ja? Ja. Nein, die Nachbar hat mich gesehen. Komm, schneide. Okay, zack, zack. Nachbar hat mich gesehen. Der ist da drüben in der Schlafzimmer. Alter, das ist eklig. Mir ist sehr apathie für die nächsten 10 Tage vergangen. Direkt wegfahren, komm. So Leute, wir sind jetzt hier auf einem Weg. So ein dunkler Forstweg, so eine Waldstraße. Und hier soll es zu einem Sanatorium oder zu einem Schloss gehen, wo wir vielleicht ein Overnight machen werden. Und wir fahren hier gerade so eine Waldstraße hoch. Auf jeden Fall ist es jetzt schon halb elf und wir müssen erstmal gucken, wo wir pennen. Ach, wie ihr sehen könnt, hier die Location, die soll direkt hier sein. Wir müssen eigentlich hier links abbiegen dahin, aber hier steht so eine Mülltonne irgendwie. Und wir wissen nicht, ob dieses Haus hier vorne auch verlassen ist. Deswegen guckt Hacke jetzt mal ab, der da vielleicht ein Auto sieht oder so. Wir wissen halt auch nicht, ob wir da jetzt einfach drauf fahren können, ey. Wir sind echt bestimmt fünf bis zehn Minuten durch die Wallachai gefahren, diesen einsamen Weg entlang. Ganz kritisch, ey. Also an dem Gebäude hier auf der Rückseite ist eine komplett neue Haustür drin. Unten ist so ein Kellerzugang, wo so eine ganz neue Holztür dran ist mit einem fetten Schloss. Da oben ist direkt auf der linken Seite das Gebäude. Sieht richtig krank aus. Daneben sind noch mehr Gebäude, die kann man nicht richtig sehen. Und der Rasen ist komplett gemäht auf dem Gelände. Ob jetzt hier wer ist, ist halt die andere Frage. Ich würde sagen, du parkst jetzt hier irgendwie an der Seite in Fahrtrichtung und wir gehen zusammen mal ein Stück da hoch mit Rotlicht oder so. Okay, alles klar. Machen wir. Das ist das Haus, wo wir uns nie sicher sind, ob das bewohnt ist. Die Richtung ist ein Lost Place. Das ist schon wieder eine Nacht-und-Nebel-Aktion hier. Ich habe ein ganz unwohles Gefühl. Dabei wollen wir eigentlich nur einen Spot zum Oberon einzuwohnen. Das ist ein riesengroßes Gelände hier. Mehrere Häuser. Aber wir wissen nicht, welches Haus davon verlassen ist und welches nicht. Könnte halt echt böse enden. Wenn einfach nur Leute vielleicht gerade schon penden und die Lichter aushaben und wir hier auf irgendeinem Grundstück rumrennen. Fuck nee. Aber wir haben keine andere Option. Hier ist sonst nichts in der Nähe. Das sind Sachen, die noch höher berücksichtigen. Du hast Licht gesehen. Ich habe aber glaube ich gerade Schritte gehört, ja. Ja, man hört Stimmen, man hört Stimmen, lass mal einen Moment warten, oder? War das ein Hund? Ich weiß es nicht, das war ein komisches Geräusch. Lass mal bitte weiter zurück, Alter. Was ist das, Mann? Das klingt wie ein Höllenhund. Nicht, dass wir hier schon im Grundstück sind und dass irgendwie der Erwachung ist. Warte mal, das klingt ganz unnatürlich. Aber ich hab auch, glaub ich, ganz kurz da hinten, da muss man aufblitzen sehen. Ey, das klingt, als würde der Hund gequält werden. Ja, genau. Ey, ich möchte gucken gehen. Ey, wir können da nicht hingehen, Mann. Boah, ich hol gleich, ich hab schon wieder so einen Panger gerade. Vielleicht macht er ja auch Stress wegen uns, der Hund. Da ist irgendwer, der hier der Besitzer oder was weiß ich. Wenn ich eine Möglichkeit hätte, hätten wir noch. Einfach mit dem Auto hinfahren. Ich glaub, der Ort ist eh raus für den Overliter. Safe. Okay. Was geht, was würde ich mich hier gerade nicht wollen? Ne, ich auch nicht. Lass zurück zum Auto. Was hältst du von der Idee? Ja, los. Ich hab grad richtige Angst, ich hab grad richtige, richtige Angst. Das klingt, als würde ein Hund in dem Lost Place gequält werden. Ich muss ja nur sagen, einfach mit Taschenlampen gehen. Pass auf, weißt du, was ich, glaub ich, machen würde? Boah, das ist ganz komisch gerade. Einerseits will ich hier eigentlich nur weg, andererseits will ich wissen, was da los ist. Was würdet ihr machen, Freunde? Ich bin raus, Alter. Das hat sich angehört wie ein Baby. Das hat sich angehört wie ein fucking Baby. Ich schwörs nicht heut gleich. Wo kommt auf einmal mein Baby her? Können wir erstmal ins Auto, bitte? Hey, ich hab echt ein ganz unruhiges Gefühl. Ja, komm, pass auf, wir gehen erstmal ins Auto, oder? Boah, ich krieg jetzt Magenschmerzen. Ich krieg auch Magenschmerzen. Boah, ey. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, wir machen es jetzt so. So, wir werden da jetzt ganz, mit viel Licht, und das, und wir bloß bemerkt, äh, werden rauf fahren. Da ist ja kein, nichts zu, da ist sonst was. Wir machen, wir gucken jetzt, was das ist. Du kannst mit der Kamera hier mega weit reinzoomen. Du nimmst die fette Taschenlampe in die Hand, und diese Kamera hier. So, und so gehen wir dann jetzt der Sache auf den Grund, okay? Ist da halt wirklich, wenn da jemand ist, der uns da nicht haben will, ne? Komm, wir wollen dann wegfahren. Wir werden zwischen zur Rede stellen, oder so, der kloppt uns auf dem Auto, oder was. Meinst du? Keine Ahnung, Alter. Eigentlich wäre jetzt das Schlaueste einfach abhauen, aber ich will wissen, was da los ist. Ich will auch wissen, was da los ist. Also, wir stehen hier unten, sind grad diesen Weg hier hoch. Es kommt mir halt so vor, als wären der irgendwo hier hinten. Ja, ja. So hinter dem Gebäude, ne? Ja, irgendwo hier aus dem Wald. Guck mal, wie riesig das auch ist. Und das hier ist auch weit und breit nichts, ne? Guck mal, wir stehen hier auf irgendeinem Hügel, und hier ist weit und breit nichts. Wir hätten noch eine Möglichkeit. Wir fahren einmal komplett außenrum und kommen von der anderen Seite angefahren. Von da? Ja, was hältst davon? Ja, okay. Okay. So machen wir's. Holy Shit, Alter. Ich mein, ich hab kurz ein Licht gesehen. Ich war eigentlich kurz mit sicher, dass da andere Urbexer sind. Aber dieses Hundegebell, vor allen Dingen so hundige Jaule schon fast, ne? Also, Leon sagte grad schon, stell mal vor, da sind jetzt irgendwelche Satanisten, die einen Hund fressen oder so bei lebendigem Leibe am besten noch. Ja, wir haben jetzt den Plan, wir fahren jetzt einmal außenrum, sodass wir von der anderen Seite kommen und fahren da einmal direkt dran vorbei. Das ist nicht wohl da, wenn da irgendeine Schranke oder ein Tor noch mal ist. Das kann halt sein, ne? Aber es ist super unheimlich. Hier ist nämlich ein Tor und das ist zu. Sieht man das? Pass auf, dann machen wir jetzt Plan, dann machen wir jetzt Plan A, den wir als erstes hatten. Und fahren da direkt mit dem Auto drauf. Direkt schnell drauf. Oh Mann, Alter. Okay. Ja, letztes Mal war es das Haus mit den Dieben in so einer Situation, wo wir nicht wissen, was wir machen sollten und wir haben es einfach gemacht. Und das werden wir diesmal einfach wieder tun. Ich würd's jetzt nicht riskieren. Ich will's wissen, Alter. Ich will auch wissen. Dann fahr drauf. Fahr drauf. Vielleicht ist das grad voll die falsche Entscheidung, aber ich glaube, wenn wir es nicht machen, würden wir es auch bereuen. Das ist das Ding. Da ist noch Licht. In dem Auto, oder? Nee, nee, nee. Das ist reflektiert. Ich fühl mich hier nicht gut, ey. Alter, guck dir mal das Ding hier an, ey. Sieht man das? Hier ist auch gemäht und so. Ich weiß nicht. Ich hab' ich ja schon gesagt, dass hier gemäht ist. Das lohnt sich nicht mal das Ding, Alter. Komm mal runtergerockt. Ja. Das ist so ne Ruile. Das sieht schon irgendwie spannend aus, aber... Nee, komm, Alter. Ich wende und mach' einen Abgang. Sollte sie hier wenden? Das ist doch nur Wiese, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kein Scheiß jetzt hier. Alter Leute, was machen wir hier? Ich muss mich nicht gleich wundern, wenn hier einer vor uns steht, ey. Je m'appelle, je m'appelle. Wie kostet ihre Pizzalität? Je m'appelle Wohneintopf. Also, Robin würde jetzt sagen, schmeckt wie Pisse riecht. Schmeckt wie Pisse riecht. Also, Freunde, wir haben jetzt tatsächlich keinen O-Bahn-Night-Spot mehr gefunden. Wir stehen jetzt hier direkt an einem Fluss. Also, ich denke mal, morgen früh wird's hier echt schön sein. Die nächsten Orte, die wären jetzt noch etwa eine Dreiviertelstunde weg. Da jetzt noch hinzufahren, ohne zu wissen, ob wir da überhaupt pennen können. Da wäre dann auch wieder irgendwie, bis wir da sind, 1 Uhr. Macht keinen Sinn. Auch, wenn das hier ebenfalls zu wünschen übrig lässt. Das ist das Beste, was wir jetzt gerade kriegen können. Hauptsache, was zu essen, Je m'appelle. Richtig. Deswegen, ne. Schaut bei ihm vorbei. Lasst Kanalmitgliedschaften und vielleicht sogar spenden da, damit er sich nächstes Mal vielleicht ein bisschen was Hochwertigeres kaufen kann, ne? Junge, guck dir mal diese Fleischklumpen hier an, ey. Das meinte ich. Das ist dann die Rindeeiche. Alter, ey, boah. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach weg. Und hier ist jetzt nur die Bohnen. Und die Bohnen sind Eier. Von, äh... Hühnern. Du meinst Haaren. Nicht Hühnerherzen, sondern gibt's jetzt auch im Glas eingelegt Hühnerhut. Mh, die Hühnerhut mit der Rinde. Mh, saftig. Und wenn man da drauf beißt, es knackt doch einmal so. Dann kommt da so ein... Ja, schmeckt cremig und salzig. So, dann werde ich mir jetzt auch mal hier den Kartoffelbrei, der wie eine Beilage von der Kantine von einem Altenheim schmeckt. Nice. Den werde ich ordentlich genießen. Mh. Meine Empfehlung, falls ihr ein Kombi habt, packt euch die ganze Sache nach vorne, dass ihr hinten eine freie Fläche habt. Und dann könnt ihr da schön eure Luftmatratzen oder Isomatten hinlegen und habt. Ja, doch ein relativ komfortablen Schlafplatz für bis zu zwei Personen, ne? Also zu dritt wird's ein bisschen eng. Außer man hat Berkant dabei, der könnte vielleicht noch unten irgendwo im Fußraum oder so... ...besuch seinen Platz finden. Was sagst du zu meiner Baumbeleuchtung? Ist das nicht irgendwie ein bisschen schön? Ist irgendwas geraucht, Alter? Baumbeleuchtung. Das ist nicht unser Garten hier, den du einrichtest. Wolltest du noch ein bisschen Lichterkette vielleicht? Das wär's jetzt, ne? Ja. Da ist noch Lichterkette hinten drin. Wenn ich das mache mit meinem irgendein Kombi, den ich mir irgendwann zulegen werde, dann mach ich mir da auf jeden Fall eine Lichterkette hinten rein. Und wer dann, der darf dann da neben dir oder besser gesagt auf dir... Du, wenn du möchtest. Ich hoffe, dass wir dann nochmal zusammen auf Tour fahren und ich dann mal die ganze Zeit fahren darf. Und dann kannst du dich nachts, wenn wir im Kofferraum liegen, gerne erkenntlich zeigen, so wie ich es heute auch tun werde. Ich mag die Idee. Bis auf das Ende, da können wir nochmal drüber reden, aber an sich ist das ne geile Idee. Frankreich 10.0 wird das dann. Ja, es gibt hier wirklich so unendlich viel, Leute. Gut, dann verkrieche ich mich jetzt beim Schlafsack. Jim Appel! Check it out! Check it out! Wanna see me? Hey! Ross Place & Goal! Der Wiesitzer kommt! Ross Place & Goal! Ross Place Exploration! Ich wünsche mir, dass du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Der ist das da hinten. Der sieht echt gut aus. Hey, hallo! Meint ihr, der gibt mir seine Nummer? Du joggst hier jeden Tag, Jim Appel? Jim Appel, Jim Appel! Jim Appel! Run in the morning, sehr gut! Hey, du siehst gut, gut, hey? Das schmeißt du mir ins Video. So, meine lieben Freunde. Es ist übelst am Regnen. Mit der richtigen Ausrüstung ist das natürlich kein Problem. Wir befinden uns gerade schon direkt bei dem nächsten Lost Place. Es handelt sich nämlich dabei um das Haus mitten, mitten im Wald des Trapeurs. Das heißt, des Fallenstellers auf Deutsch übersetzt. Es sieht alles irgendwie schon so halb improvisiert hier aus. Hier ist so ein altes Schild, ein paar Fässer, die hier rumstehen. Auch hier dieser Zaun, komplett improvisiert. Aus so alten Wellblech-Dächern. Hier steht direkt ein altes Auto. Ein alter Peugeot. Wir haben's, Freunde. Alter, es ist so ein richtiger Urwald hier. Voll abenteuerlich, der Zugang. Aber hier ist es. Alter, es sieht richtig grüselig aus. Wenn man jetzt mal einen Moment still ist und einfach mal vor diesem alten Haus hier mitten im Wald steht und der Regen. Die Atmosphäre ist gerade wirklich nicht in Wort zu fassen. Wir sind gerade mal einen ganz kurzen Moment ruhig, damit ihr mal die Atmosphäre spüren könnt. Die Atmosphäre spüren. Die Atmosphäre spüren. Die Atmosphäre spüren. So, aber ich würde sagen, jetzt ist Zeit, reinzugehen. Das sieht genau aus wie der Außenbereich. So ist alles so improvisiert irgendwie. Ich glaube, das ganze Haus wurde irgendwie selber gebaut oder zusammen geschustet. Ich weiß es nicht. Hier ist tatsächlich nochmal so ein altes Fotoalbum, wo man auch ein bisschen was vom Gebäude sieht. Könnte es auf jeden Fall sein, tatsächlich. Schwierig. War richtig eklig hier mitten auf dem Tisch, ein abgetrennter Rehkopf. Widerlich. Also hier ist glaube ich so die Küche gewesen und direkt da drüben das Esszimmer. Tatsächlich handelt es sich dabei glaube ich aber wirklich um die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Ein gesticktes Bild von einem Hund und hier wird es komplett crazy. Guckt euch mal diesen Wildschwein Kopf an hier an der Wand. Alter ist das, ist das komisch ey. Ja und ich auf den Tisch geht es direkt weiter. Alter was ist das denn? Wie ekelhaft ist das denn? Also hier ein Marder glaube ich und direkt daneben irgendwie eine, ich weiß nicht was das für ein Tier ist, aber es sieht richtig widerlich aus. Das ist halt noch halb feucht und so. Krank ey, das ist wirklich crazy, wie hier überall ausgestopfte Tiere rumhängen. Und das mitten auf dem Esstisch ey, boah mir wird übel schon wieder. Mir wird echt übel. Direkt daneben auch das Bett und das Hackbeil, alter. Ah das ist schon wieder so eine der Locations, wo mir ein bisschen übel von wird, umso länger ich hier drinne bin. Ey es ist echt eklig ne? Ja Freunde, wir haben ja gestern weitergefahren, dann hätten wir wahrscheinlich den Overnighter hier gemacht. Da hätte dann schön sich Taco hinlegen können. Halb nackt hätte er dann da so gelegen und auf mich gewartet. Boah es ist eklig, boah das stinkt auch hier richtig nach Schimmel und allem. Raus, raus, raus. Hier geht es auch nochmal raus, können wir auch nochmal gucken, was sich hier im Garten verwirkt. Ja ich könnte mir auch vorstellen, dass diese ausgestopften Tiere, dass er sich die irgendwie selber gefangen hat, weil es heißt ja nicht umsonst das Haus des Fallenstellers. Dass er hier im Wald vielleicht auch Fallen gestellt hat, um sich Tiere zu fangen, die dann zu verkaufen oder selbst ausstopfen. Ich weiß es nicht, sowas in der Richtung schätze ich machen. Hier ist noch so ein alter Camper. Das sieht genauso widerlich aus hier drin. Diese Location verleitet mir echt Bauchschmerzen. Guck mal da, diese Sense. Hier sind auch so improvisierte Zäune. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier auch Tiere gehalten hat, da wo jetzt diese Ranken alle rüber wachsen. Ihr seht das. Vielleicht hat er hier Hunde oder sonst was im Garten gehalten. Hier sieht es auch aus wie so eine große Fress- oder Trinkschale. Wir gehen mal hier weiter. Ah ja, hier kommen wir schon mehr in den Bereich, der erklärt, warum er Haus des Fallen stellt. Das heißt, hier sind ganz viele Käfige. Wo er wahrscheinlich dann auch die Tiere, die er irgendwie eingefangen hat, gehalten hat. Hier ein alter kleiner Vogelkäfig. Boah, noch, guckt mal hier. Guckt euch das mal an. Das ist auch, glaube ich, so eine alte, ich weiß noch, ein alter Käfig, eine alte Falle. Die steht hier überall rum, so ein Zeug, ne? Überall. Ah, fuck. Mein Auge. Oh, Leute. Ich bin hier lang gelaufen. Und dieser Ast ist mir komplett ins Auge gesprungen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diese Location. Die ist echt widerlich. Es ist alles nass. Ah, eklig, ey. So, Freunde, ey. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder irgendwie durch diesen Urwald, der komplett nass ist, zurückfinden zum Auto und sehen uns wieder bei der nächsten Location. Boah, das ist irgendwie Kacke am Objektiv dran. Kacke am Objektiv, ey. Also, wir haben eine krasse Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt den Plan nochmal komplett umgeworfen. Wir waren gerade eigentlich in der Nähe von Paris und wollten da so, ja, mehrere Orte abfahren. Fun Fact am Rande, meine lieben Freunde, wir wären fast ausgeraubt worden. Denn die Location, die wir eigentlich anfahren wollten, war tatsächlich die Scarface Villa, wo PJ Adventure einen Tag später ausgeraubt worden ist. Wenn das nicht ein kranker Zufall ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben gesagt, wir wollen euch was Krasses bieten und wir haben jetzt eine Fahrt von knapp vier Stunden auf uns genommen, um drei Locations anzufahren, die aber dafür wirklich, wirklich krass sind, Freunde. Jetzt heißt es für uns erstmal fahren, fahren, fahren. Ja, für euch werden wir innerhalb eines Schnipsers da sein. Let's go! Wir haben echt freigeschissen, Leute. Wir sind zu dem Ort gefahren, der vier Stunden weg war. Und direkte Nachbarn, die auf uns aufmerksam geworden sind. Jetzt hat der direkt vor der Location gehalten mit einem Autor, zum Telefonieren. Hat uns hinterher geglotzt. Es ist wirklich, es könnte gerade nicht beschissener sein. A few moments later. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Abenteuer. Ja, ich bin hier mit Taco unterwegs. Da sitzt er auch schon, der gute Mann, bester Mann, wirklich. Das Problem ist, wir sind hier bei einem riesengroßen Chateau angekommen und an uns ist gerade zweimal ein grauer Caddy vorbeigefahren. Und beim zweiten Mal hat er an der Straße rechts angehalten, hat telefoniert. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob er wegen uns telefoniert hat, ob er die Polizei gerufen hat. Wir haben gerade erst überlegt, kurz woanders hinzufahren. Die Zeit ist aber sehr begrenzt und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, einfach durchzuziehen. Ja, es geht hier auch direkt vorne durch den Haupteingang rein. Los geht's. Ja, hier hinter mir ist schon mal sowas wie eine kleine Bar. Hier so ein Kamin. Da oben tropft es schon ordentlich durch die Decke, überall tropft es hier. Und ich finde es aber trotzdem faszinierend, was hier noch alles zurückgeblieben ist. Ich sehe gerade da drüben, da am Fenster, da wächst schon das Moos auf diesem Schrank. Ein riesiger Kamin und da drüber ein wunderschönes Bild mit einem Jagdhund. So, wir lassen jetzt den Taco hier mal filmen und gucken mal hier vorne rein. Oha. Das ist mal eine Badewanne. Die kann man auch noch irgendwie verstellen, diesen Winkel, wie die steht anscheinend. Eine Dusche, ziemlich hochwertige Dusche. Und hier ist nochmal eine Toilette. Hier steht noch ein elektrischer Rollstuhl. Das habe ich mir aber gerade bei diesem Badezimmer schon gedacht, dass hier vielleicht ein körperlich eingeschränkter Mensch gelebt hat. Weil wer hat schon so eine Badewanne hier? Hier hängt auf jeden Fall schon mal so ein Nachthemd an der Tür. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Das ist doch mal wirklich noch ein schönes Zimmer. Das erinnert mich ein bisschen an die Villa, wo ich letztes Mal bei der letzten Frankreich-Tour mit Leon war. Wo wir diese ganzen Spielzeuge gefunden haben. Die Villa des Zahnarztes. Ja, mir ist aber hier gerade aufgefallen, dass hier deutsche Bücher liegen. Des Meisters Werke in 182 Abbildungen. Werke der Frühzeit bis 1710. Das Murmeltier. Und noch ein Buch über Edelsteine. Okay, das scheinen alles deutsche Bücher hier zu sein. Da ist der Taco. Da ist der Leon. Ist dir aufgefallen, dass hier die Bücher deutsch sind? Alter, du hast recht. Ewige Heimat. Ich auch. Das Taddele. Ich habe sogar gerade noch vorgelesen. Ich habe gerade hier noch gewerbliche Materialkunde, die Schmuck und Edelsteine vorgelesen. Ich bin so gewohnt in Deutschland unterwegs sein, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass das deutsch ist. Es sieht hier so aus, als wurde hier schon mal irgendwie angefangen zu renovieren, aber das dann auch abgebrochen. Hier ein weiteres schönes Schlafzimmer. Dass wir hier noch solche schönen Zimmer entdecken, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch immer noch ein ungutes Gefühl, dass der Typ vorhin im Auto, ich glaube, der ist da gerade wieder vorbeigefahren, der silberne Caddy. Ey, das gibt es nicht, oder? Ich spreche gerade von ihm und der silberne Caddy fährt vorne an der Straße direkt vorbei. Ich glaube, wir sollten jetzt hier ein bisschen Gas geben. Hier ist wieder ein Kamin, zwei Stühle, hier weitere Bücher. Hier ein Buch mit japanischen Schriftzeichen und auch vielen Asiaten. Hier in der Mitte ist aber, das ist wahrscheinlich kein Asiate, hat eine Sonnenbrille auf, aber das könnte vielleicht hier der ehemalige Hausbesitzer gewesen sein. Leon? Ja, was los? Wir sollten ein bisschen Gas geben. Warum? Ich stand gerade am Fenster und sage, ich hoffe, der silberne Caddy, der Typ, bla bla bla. Und da fährt der silberne Caddy wieder vorbei. Genau in dem Moment. Ist hier vorbei getan? Ja. Machen wir einen Abgang, oder? Würde ich sagen. Let's go. Let's go. Ich dachte, der steht an dieser Mauer da. Ja. Wir machen noch einen Shot hier unten von dem Teich und dann packen wir die Kameras ein. Ja. Okay. Ja, Freunde, ich bin's wieder. Beziehungsweise, ich war ja eigentlich die ganze Zeit da. Habe ich ganz vergessen. Nee, aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas öfter wollt, wie wir gerade gemacht haben, dass Taco bei mir übernimmt und ich habe bei Taco übernommen. Also, wenn ihr meine Perspektive sehen wollt von dieser Location, die wir gerade erkundet haben, dann müsst ihr bei einem guten Tacos World vorbeischauen. Aber jetzt geht's weiter zur nächsten Location. Wir haben jetzt noch zwei Orte auf der Liste. Ein Ort, der soll noch ziemlich spannend sein und der danach, das wird unser Overnight-Spot. Und das ist auch das Highlight dieser Tour. Ja. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Fahren jetzt hier durchs Unwetter und sehen uns dann gleich wieder. Und Jovi. Hallo. Clarence. Clarence Hill. Okay. So. Frag dir doch mal, wo es zum Lost Place geht. Ja, soll ich mal fragen? Ja, frag doch mal. Kann man auch mal eine Hilfe fragen. Jo, Entschuldigung. Wir suchen hier einen Lost Place in der Nähe. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich den finde? Okay. Ja, ist gut, komm. Lass gut sein. Lass gut sein. Komm. So, hier direkt am Feldweg. Seht ihr, da ist die Location. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr spannend aus von außen. Schönes Gebäude. Ihr seht, wir stehen extremst unauffällig. Gut, aber rein da. Boah, Freunde, guckt euch das mal an. Krass, was denn? So, die Abendambiente ist auch gerade wirklich nicht in Worte zu fassen. Ihr seht, die Sonne geht langsam im Hintergrund unter. Und jetzt hier so eine Ortserkundung in Frankreich. Wir sind auch relativ weit im Süden mittlerweile von Frankreich. Es ist wirklich eine einzigartige und auch schöne Atmosphäre jetzt gerade. Taco sagt, hinten soll ein Eingang sein. Hier geht's rein? Ja. Sehr gut. Richtig schönes Gebäude. Ja. Dunkel, wa? Ja, sehr, sehr dunkel. Man kommt in den komplett dunklen Raum. Ich sehe auch selber auch noch nichts. Das heißt, ich werde jetzt mit euch zusammen das erste Mal die Taschenabahnen schalten. Oh mein Gott. Wow. Krass. Super viel Zeug wieder, ne? Ich gehe mal als erstes hier hinten hin. Boah, Leute, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, sich irgendwas anzuschauen. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. What the fuck? Ich habe das Ding halt aufgeklappt einfach, ne? Alter, was geht hier ab, ey? Das ist gerade echt creepy irgendwie. Stell dir mal vor, dass nachts war ein Overnight, ey. Und dann hörst du diese Melodie. Boah. Ich hoffe. Alter. Alter, vielleicht dieser Spiegel hier, wenn man da lange genug reinguckt, ist man verflucht. Also damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Auf einmal fängt diese Spieluhr an zu spielen, ey. Hier ist eine alte Kameratrasche. Das erkenne ich direkt. Die hatten damals nämlich, waren natürlich ein bisschen größer als heute. Da, Hammer. Ja, hier wird mal eine fette Videokamera gewesen sein, die jetzt natürlich schon gekauft wurde. Aber hier sieht man es noch, das wird mal eine Sony gewesen sein, ein NP66H. Hier haben wir mal eine fette Sony-Tamera bestimmt drin. Guckt euch das mal an, ey. Hier super viele kleine Alkoholfläschchen. Von Likören bis Wodka. Alles Mögliche. Und ja, größtenteils auch nur verschlossen, ne? Drangehalten, ne? Ja, drangehalten. So, wir mal kurz raus. Scheiße, ey. Scheiße. Das hat wahrscheinlich neben unserem Auto irgendwie auch angehalten, um zu checken. Weißt du noch den Motor laufen? Ne, nicht mehr. Der will da durch, der kommt nicht durch. Oh, als ob. Jo, Leon geht mal kurz gucken. Das hat halt echt kurz angehalten, dann einmal gehupt und ist weitergefahren. Ich frag mich halt nur, warum der da hält und hupt und dann weiterfährt. Ja, verstehe ich auch nicht, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, das sind andere Urbexer oder so, ne? Aber warum sollen die dann hupen? Das ist ein Spaßverlauf. Das ist aber echt auf Scheiße. Das Gelände ist frei zugänglich. Ja. Komm, wir machen weiter. Kurze Unterbrechung, aber wir sind wieder drin und machen weiter. Was ist das denn? Ist das ein altes Radio, Freunde? Ich glaube schon, oder? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wenn ihr's wisst. Religiös waren die Menschen, die hier gelebt haben. Offenbar auch. Überall sieht man, ja, christliche Statuen. Hier ist auch eine Zeichnung von zwei Damen, die womöglich hier gelebt haben könnten. Krass. Sieht aber auch ein bisschen gruselig aus, das Bild, finde ich. Ja, ich finde generell so alte Bilder, dann auch gerade die Augen und so. Man hat immer das Gefühl, dass die einen irgendwie, ja, durch den Ort verfolgen, ne? Alter, guckt euch das Ding mal an. Ich meine, das ist so ein Ding, wo man Kohle reingepackt hat. Quasi, ja, äh, eine Wärmeflasche von früher, ne? Also, heute packt man sich heiß Wasser in eine Wärmeflasche rein. Und ich glaube, das war so ein Ding, ähm, womit man früher sich irgendwie, äh, wärmen konnte, ne? Was ist das denn hier? Irgendetwas, womit man vielleicht etwas gemahlen hat. Wegen dieser Kurbel hier drin. Da war wahrscheinlich irgendwann ein Mechanismus drin, womit man, ja, was auch immer malen konnte. Ich weiß nämlich, um was. Hier geht es nochmal in den Keller. Und direkt daneben, boah, eine ziemlich große Küche mit einer Kücheninsel noch in der Mitte. Wow, hier eine alte Kamera. What the hell? Hier ist einfach ein Nintendo Switch-Spiel und eine Nintendo Switch. Aber die natürlich schon wahrscheinlich längst hier rausgekleiden wurde. Das zeigt, dass dieser Ort auch noch nicht so lange verlassen sein kann. Wann kam die Nintendo Switch raus? Ich würde es vermuten 2017, 18, irgendwie so. Hier ist sogar noch ein Bild von einem Herrn, der wirklich genau hier, wo ich jetzt gerade stehe, auf seinem Stuhl sitzt. Ich versuche das mal einzufangen. Das Bild ist aber relativ weit oben. Ich werde jetzt einfach mal als erstes in den Keller gehen. Normalerweise machen wir es immer zum Schluss. Guckt euch das mal an. Boah, das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ihr seht, das ist auch noch gar nicht so alt, ne? Alter Ford Focus hier. Und ihr seht, der ist noch in einem recht guten Zustand tatsächlich, ne? Schade um das Auto. Der hat sogar mehr Luxus, als mein Polo damals hatte. Da kann man, bei meinem Polo musste man hinten die hinteren Scheiben hochkurbeln. Da hat der hier schon modernere Technik. Dann gehen wir mal wieder nach oben, würde ich sagen. Hier kommen wir in den Haupteingangsbereich, der wirklich imposant aussieht. Es fängt gerade Büel jetzt an zu schütten, ne? Echt? Ja. Also dieser Raum hier sieht echt krass aus. Ich weiß nicht, ob das rüberkommende Video. Hier ist halt der Eingangsbereich und ihr seht, unfassbar, ein Schrank hier mit uhr alten Büchern drin. Boah, das sieht fantastisch, heftig aus, ey. Krass, was ist das für ein Eingangsbereich hier? Schon eine kleine Halle oder so. Ja, und wie Taco sagt, draußen geht gerade die Welt unter. Guckt euch das, Mann, ey. Heftig. Ja, ich freue mich schon auf unseren Oberleiter gleich, ey. Scheiße. Hier auch wieder Pelzschal, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall etwas widerlich aus. Wenn hier weiter geht, ist wahrscheinlich nochmal so ein kleiner... Hallo? 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 Geräusch gehört. Das sieht wahrscheinlich das Haus an. Trotzdem habe ich ein unwohles Gefühl. Das ist, glaube ich, echt bange, wenn ich gerade wirklich was gehört von hier. Alter. Alter, ey, was sind das für Bilder? Das sieht echt gruselig aus irgendwie. Hier sind auch Babyfotos. Also es ist wirklich unfassbar spannend mal wieder. Meine Lampe geht schon wieder die ganze Zeit aus. Dann müsst ihr mit etwas weniger Licht klarkommen. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, dass gerade bei solchen Locations, die so besonders krass sind, mir die Akkus nochmal doppelt so schnell entladen werden. Das ist echt krass. Könnte natürlich Zufall sein. Aber ich muss da natürlich auch mal ein bisschen direkt ans Paranormale denken. Ich werde jetzt auch mal, denke ich, ein paar Steps nach oben gehen, wo Taco gerade ist. Weil da sieht es auch noch wirklich sehr, sehr spannend aus. Könnte auch sein, dass das hier vielleicht so ein kleiner Gästebereich war oder so, weil das halt so ein bisschen abseits ist. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht sind oben, also oben schätze ich mal, sind auch auf jeden Fall noch Schlafzimmer. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn nicht. Alter, ey. Das schallert hier durchs ganze Haus, wenn man hier hochläuft. Also draußen geht gerade die Welt unter, habe ich ja gerade schon gesagt. Und man hört es hier drin an allen Ecken und Enden. Das ist echt gruselig. You're the one that I want. Uh, uh, uh. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. You're the one that I want. Uh, uh, uh. Gehen wir mal dahin, wo Taco gerade ist. Hallo. Hi. Also hier wird es nochmal krank. Ja, wirklich. Ich glaube, dass da ja bei Reiche, dass das ein Anbau war, dass der später nachträglich dazu gekommen ist. Das kann gut sein. Ich glaube, als Erste stand wahrscheinlich der Turm, in dem wir gerade drin stehen. Das ist der Turm hier in der Mitte, ne? Ja, dass der vielleicht aus ganz alten Zeiten ist und dann umfunktioniert wurde zu einem Wohnbau. Stimmt. Und dass die dann halt auch diesen Bereich hier angebaut haben, ne? Ey, das ist eine richtig geile Vermutung, dass hier früher einfach mal so ein Turm stand. Kann ja irgendwie so eine Mühle, könnte ich Ihnen vorstellen. Ja, eine alte Mühle oder ein Getreidesilo oder sowas. Und dann dieses Haus hier draus gebaut wurde. Eigentlich eine richtig geile Idee. Okay, Leon. Zieh's dir rein. Ich bin sehr gespannt, ey. Boah. Nein. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Alter. Irgendwie zieh ich sowas an. Alter, diese Puppe auf dem Bett hat mich schon mit ihrem Blick verflucht. Ich sag's euch. Die Augen wandern mir sowas von hinterher. Ja, das hier werden die Kinderzimmer gewesen sein, schätze ich. Puppe Nummer eins. Puppe Nummer zwei. Die hier finde ich auch irgendwie sehr beunruhigend. Ich weiß nicht. Ja, also komm, vielleicht übertreibe ich's auch. Aber ich hab dabei immer ein unwohles Gefühl. Guck mal grad nach draußen. Da ist grad ein wunderschöner Sonnenuntergang. Es hat jetzt aufgehört zu regnen. Boah, es ist grad die übelst schöne Abend-Atmosphäre hier. Leute, ich glaube auch diese Tour, kann ich sagen, ist wieder absolut einzigartig. Eigentlich den ganzen Tag unterwegs gewesen, nur um das hier betrachten zu können. Ja, ich würde mich extremst darüber freuen, wenn ihr diese Videoreihe oder dieses Video teilen würdet. Daumen nach oben, wenn's euch gefällt und dann werde ich auch zukünftig versuchen, die heftigsten Touren rauszuholen. Jetzt gewittert's draußen auch schon. Ja, okay, irgendwie ein bisschen beunruhigend. Wir haben grad entschieden, dass solange es noch ein bisschen hell ist, Taco ein paar Drohnen auf nach dem Namen machen möchte, weil er hat sich da schon alles angeguckt. Das heißt, ab jetzt erkunden wir diesen Ort alleine. Krass, ey. Alleine hier dieser Teppich an der Wand mit so ägyptischen Sachen drauf. Boah, hier noch ein Schlafzimmer. Das sieht aber eher weniger aus wie ein Kinderzimmer an dieser Stelle. Aber auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Krass, Alter. Hier ist einfach ein Blasinstrument. Guckt euch das mal an. Trompete einfach. What the hell? Es ist zwar echt widerlich, aber ich will's grad irgendwie ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Ding hält. Wie hält man denn sowas? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab sowas noch nie in der Hand gehabt. So, oder? Hält man sowas so? Alter, ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich vor allen Leuten, die so ein Instrument spielen. Das hört sich eher an wie ein Furz. Ey, tut mir leid, aber ich weiß echt gar nicht, wie man das spielt. Ich hatte so ein Ding noch nie gespielt, geschweige denn in der Hand gehabt. Keine Ahnung. Ein Versuch war's wert. Eklig, aber scheiß drauf. Das war's wert. Falls ihr wisst, wie man so ein Ding spielt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne erklären. Blasen kann vielleicht der Taco besser. Vielleicht hätte er es probieren sollen. Freunde, das sieht wieder absolut atemberaubend aus hier. Ja, hier sind die Kinderzimmer, glaube ich. Und es sind noch mehr Puppen. Es sind noch mehr Puppen. Die erste ist direkt hier unten rechts. Warum sind Puppen so gruselig? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es donnert die ganze Zeit. Und der Fakt, dass ich jetzt alleine in diesem Gebäude hier bin, es donnert. Überall sind Puppen. Fuck, das ist echt gruselig. Und das ist halt wieder so ein typisches Beispiel für, ja, ab wann ich Religion auch unheimlich finde. Es sind überall diese Kreuze. Eigentlich ist Religion ja was Schönes, aber so wenn es ein bisschen zu viel ist, finde ich es auch schnell gruselig. Ich weiß nicht, ob die Atmosphäre gerade nur ansatzweise rüberkommt. Ich würde eigentlich schon längst aus diesem Gebäude gegangen sein. Ich höre auch die ganze Zeit Geräusche. Aber ich glaube, das ist der Wind, der hier durch die Türen und Fenster bläst. Aber ich meine, ich lasse einfach mal die Bilder gerade sprechen. Das ist nicht in Worte zu fassen, wie unfassbar einzigartig die Atmosphäre hier gerade ist. Alter. Einfach magisch. Und das zeigt mir einfach wieder, ich weiß nicht, das sind so Momente, wo ich einfach super dankbar bin, das hier beruflich machen zu dürfen. Und das habe ich alles euch zu verdanken. An dieser Stelle einfach mal ein riesen, 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 riesen großes Dankeschön für jeden Einzelnen, der hier zuschaut, die Tour unterstützt, Kanalmitglied ist, vielleicht sogar. Und selbst wenn ihr nur ein stiller Zuschauer seid, ich bin unendlich dankbar dafür, dass es euch gibt und dass ihr diese Touren hier ermöglicht. Und einfach nur Dankeschön und weiß nicht, das ist gerade so ein goldener Moment irgendwie für mich. Ich werde ganz emotional. Auch wenn ich gerade in einem Puppenraum stehe, alleine in einem Lost Place und übelst Angst habe, weil ich die ganze Zeit Geräusche höre. Aber irgendwie wird das gerade von diesem schönen Moment komplett überblendet. Danke für alles, Freunde. Einfach danke. Danke, danke, danke. Ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich tun kann. Wirklich, jeden Tag. So, das musste ich einmal loswerden. Und mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang werde ich mich jetzt zu Taco begeben. Alter, ist das schön, Leute. Das ist eine goldene Stunde gerade. Mit GoPro noch schnell gefilmt. Krass, ey. Ich habe hier noch eine Story gemacht und du kommst raus. Ja, Freunde, ich würde sagen, mit diesem Sonnenuntergang fahren wir jetzt weiter zur letzten Location dieser Tour, wo wir dann einen Overnighter machen werden. Ich glaube, es wird nochmal ordentlich gruselig hier zum Schluss. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem grünenden Abschluss der Frankreich. Zwei Punkten und hoch. Wir haben weit weg geparkt und schwankt. Alles gut. Warte, hier geht es richtig weit runter. Hier ist ein dünner Zaun. Wir müssen richtig kalt in die Rucksäcke gehen. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Wir müssen hier noch viel weiter durch den Wald. Aber jetzt sind wir drin. Ja, komm einfach. Und durchziehen mal. Ja. Scheiße, das ist gruselig, ey. Hey, guck mal. Das sieht mir nach einer Trampelfahrt aus. Ich würde hier lang laufen. Ja. Okay? Okay. Wir versuchen uns gerade nur daran zu orientieren, wo wir so ein bisschen Trampelfahrt sind, aber... Das ist echt schwer zu erkennen. Das ist alles der Garten von dem Ding. Ist dir das bewusst? Ja, das ist riesig. Das könnte tatsächlich damals eine Art Zufahrt hier gewesen sein. Ich glaube, das könnte der heftigste Overnight werden, den wir jemals gemacht haben. Wird das garantiert werden. Ja. Guckt euch mal diese alte Schaukeln an hier, die schon komplett durchgerostet sind und... die ist unglaublich groß. Ich glaube, wir haben das Gebäude gefunden. Ich glaube, das ist nur ein Turm, oder? Ja, ein Turm oder so. Wir müssen hinten ran. Da war letztes Mal der Zugang hinten in der Ecke. Okay, hier links können wir nicht rumlaufen, das heißt, wir müssen einmal ums ganze Gebäude, Wollen wir einmal hier rechts rumlaufen? Ja, würde ich auch sagen. Dann können wir es von außen gleich ein bisschen angucken. Alter, ich bin komplett am schwitzen, ne? Okay, mittlerweile sind wir auf einem riesengroßen Feld. Nein, Alter. Warte, 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 warte. Ich bin mir nicht sicher, wir haben jetzt da hinten ein Licht gesehen und sind uns nicht sicher, wie weit es weg ist. Komm mal, komm mal, komm mal, der kommt hier gleich langgefahren. Okay, also da, wo diese Lichtung ist, Freunde, da ist das Auto langgefahren und ich meine gerade Autotüren gehört zu haben. Voll schwierig, was man jetzt wieder macht, ne? Ja, wir sind noch nicht mal im Gebäude und die Action geht schon los. Wir werden heute noch, glaube ich, kein Auge zunehmen. Aber wir brauchen noch unseren Schlaf, ne? Meinst du, du kannst in diesem riesen Klotz schlafen? Ja, wir brechen das Ding jetzt nicht ab. Ich brech das jetzt hier nicht ab. Ich will das jetzt hier nicht abbrechen, auf keinen, auf keinen, keine halben Sachen kommen. Ich würde es wenigstens probiert haben. Jetzt wird es ganz komisch. Digga, da war ein Hund. Sicher, dass du das nicht abbrechen willst? Ey, gut im Auto schlafen, das morgen bei Tag erkunden. Das ist mir zu krass. Da hat gerade ein fucking Hund gebellt. Da vorne. Boah, lass uns jetzt einfach mit Nacht sich da rein, Mann. Komm. Alter Digga. Ey, ich möchte das jetzt nicht abbrechen. Aber hier kommt jetzt gleich kein Köter auf uns zugerannt, oder? Ja, das weiß ich nicht, Alter. Also, ich würde sagen Rückzug. Nee, ist gar nicht wohl dabei, Digga. Was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Dass der Hund auf uns zugerannt kommt? Schlimm genug, oder? Also, meine Befürchtung ist einfach, dass es da drin ist. Dass ich wirklich nicht pennen kann, ne? Null. Komm. Boah, da hinten hat es gerade geblitzt, ey. Das ist... Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben sowas Gruseliges hergemacht. Da kann man jetzt nicht in die Worte passen. Was für eine Angst ich gerade empfinde. Die Türen alleine von dem Ding sind alle um die drei Meter hoch. Ihr könnt euch nicht diese Dimensionen von dem Teil auch vorstellen. Ich würde das ja wenigstens schon gerne einmal anleuchten, dass man einmal den macht. Komm. Bereit? Ja. Ach du heilige Scheiße. Das ist wirklich wie so ein Geisterschloss aus dem Brühen, Alter. Wir wollen ja heute schlafen, Mann. Das glaubst du nicht. Hättest du nicht auf mich eingeredet, ich hätte abgebrochen. Ganz im Ernst. Das wäre so ein Ding, wenn wir uns abgebrochen wären, hätten wir es beholt. Wir müssen uns unserer Angst stellen und wir müssen bis zum mittleren Ende versuchen durchzuziehen. Ich habe trotzdem gerade keinen Bock auf diese Nacht. Boah. Ich heule, ey. Wo fiel ich mir an? Ja, weiß ich auch nicht. Lass uns hier einfach rein. Ja. Ich heule gleich. Ich heule gleich. Ich heule gleich. Taku. Ich heule gleich. Wirklich. Guck dir mal das Graffiti an. Und ich hätte das Bild da oben. Das war doch auch schon. Ja. Da war ein riesengroßes Bild, was da hängt. Alter, das ist wirklich wie in einem absoluten Horrorfilm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh mein Gott. Alter. Heilige Scheiße. Schwester, Taku. Ich muss dich kurz in den Abend, Junge. Was machen wir hier wieder? Komm her, Alter. Wir ziehen das Ding durch. Glaub mir. Was wir denken? Der krankste Overnighter überhaupt. Ich versuche nur auf Motorgeräusche zu achten. Ja, auch das Licht sieht man von vorne halt. Naja. Es sieht aus wie bei Game of Thrones oder so. Wir hatten es reingeschafft. Aber das war nur der erste Schritt. Jetzt heißt es einen geeigneten Platz für den Overnight zu suchen. Da oben ist ein Fledermaus oder sogar zwei. Hier war mal ein fucking Fahrstuhl drin. Alter. Die hatten hier echt einen Fahrstuhl drin. Das Ding ist ja ur-u-u-u-u-u-alt. In einem Museum kriegt ihr alles einfach nur so fürs Auge dahin gelegt. Das hier ist die Realität. Die Menschen, die hier lebten, haben einst hier geschlafen. Genau hier. Niemals hätten wir ahnen können, dass dieses Schloss, welches wir hier betreten haben, ein französisches Adelsschloss aus dem 13. Jahrhundert ist. Einst gehört es einem Mann namens Robert, welcher das Schloss 1789 an eine der ältesten noch lebenden Familienstämme Frankreichs weitergab, nachdem ein Nachkomme von Robert jemanden geheiratet hatte, der ein Obergeneral in der Armee von König Ludwig war. Als sie gestorben waren, vererbten sie das Schloss an ihren Erstgeborenen Louis Henry, welcher nach seinem Ableben das Schloss 1868 an seinen ältesten Sohn namens Armend weitergab. Armend war auch derjenige, der das Schloss mit einem riesengroßen Seitenflügel vergrößern ließ. Jetzt wird es allerdings komplett crazy. Ein Norweger, der ein berühmter Juwelenverkäufer aus Oslo war, kaufte dieses Anwesen. Er und seine Tochter Helena waren Passagiere der ersten Klasse auf dem Schiff der Titanic. Und so starb er beim Sinken des Schiffes am 15. April 1912, währenddessen seine Tochter Helena es auf eines der Rettungsboote schaffte und so überleben konnte. Das einzige, was man heutzutage über dieses Schloss weiß, ist, dass Helena irgendwann dieses Schloss an einen Weinmacher verkaufte. Dieser allerdings 2003 verstarb. Seitdem wurde es nie wieder bewohnt und ist verlassen. Das ist nur ein klitzekleiner Einblick in die Geschichte dieses unfassbaren Schlosses. Falls ihr die gesamte Geschichte sehen möchtet, schaut unbedingt bei Tacos World vorbei. Kann man das öffnen? Das ist eine Tür. Hier geht's direkt krass, Alter. Da ist eine Fledermaus, die da rumfliegt. Boah. Ich geh mal direkt straight rüber. Boah. Alter, guck dir immer die Axt an hier. Also mehr Horrorschloss-Feeling gibt's nicht. Und ich frag mich wirklich, was in diesen Bilder waren, man für ein Bild gehangen haben muss. Ja, hier sind auch schon die Bilder rausgeklaut. Die waren bestimmt auch einiges wert. Boah, Leute. Und noch ein Schlafzimmer. Babybadewahl oder was ist das? Oder ein kleines Waschbecken. Ich glaube, das ist zum Reinkacken. Also für das Nachtgeschäft. Meinst du? Ja. Weil dann kann man das nämlich auch rausnehmen und ausschütten. Zum draufsetzen, zum nachts reinmachen. Guck, dann haben wir ja einen perfekten Overnetspot für dich. Nachts noch eine Wurst ablegen. Guck dir mal den Herren hier an auf dem Bild. Aus wie irgendein Papst oder sowas. 1860. Was gibt's sonst was gehört? Ich dachte, die haben Stimmen gehört. Okay, Taco sagt, er glaubt, die Stimmen gehört zu haben. Vielleicht ist das ja auch paranormal. Boah, wie dieses Haus, ey. Jetzt wegt die mir hier ein bisschen nach Kinderzimmer. Ja. Ja, es ist ein Kinderzimmer. Ich würde das hier sogar noch eher in Erwägung ziehen. Auch wenn es hier schimmelt. Es ist zwar voll gruselig, aber hier schimmelt es wenigstens nicht genau. Sieht schon fast aus wie so ein Totenbett. Das hab ich euch ehrlich so mit dieser Blume darin zurechtgelegt. Es ist ganz komisch irgendwie. Aber irgendwie ist es auch ein liebloses Kinderzimmer, finde ich. Nur weil jemand stinkreich ist, heißt das ja nicht, dass er automatisch irgendwie eine tolle Kinderheit, schönes Leben oder sonst was hat. Irgendwie sieht das hier sehr, ja, einfach nur fürs Auge gemacht aus. Wenig Spielsachen, kaum Details. Also eine Kleinigkeit, die uns aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass die Elektronik hier, also das hier ist halt der Lichtschalter, der mit den Lampen da links und rechts verrunden ist, dass die hier nachträglich auch komplett eingebaut wurde. Das heißt mit anderen Worten, dass dieses Gebäude hier so alt ist, dass die Menschen, die hier früher gelebt haben, mit Kerzenlicht ausgeleuchtet haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Stellt mal vor, ihr habt hier früher gewohnt und wolltet irgendwie nur zur Toilette oder sonst irgendwo und musstet mit einer Kerze dann da hinlaufen. Ich kriege das nicht in meinem Kopf rein, dass wir gerade in so einem historischen Gebäude stehen und genau deswegen werde ich jetzt währenddessen mir weiter den Ort hier ein bisschen erkunden, die ein oder andere paranormale Untersuchung durchführen. Ich habe zum Beispiel das K2-Meter mit, ich werde die GhostTube-App ausprobieren und habe auch nochmal die Vollspektrum-Kamera mit Blitzlicht. Aber wir haben uns fast schon entschieden, dass das unser Oberland-Spot sein wird auch, weil die Tür hier kann man verbarrikadieren, wie man sehen kann. Also das ist natürlich sehr, sehr gut. Ist ready? Ja, let's go. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl gehabt, dass man von draußen was gehört hat. Ja. Das geht die ganze Zeit so, ne? Ja. Man denkt die ganze Zeit, man hört Stimmen. Ab jetzt läuft die GhostTube-App. Genauso werde ich jetzt das K2-Meter einschalten. Bin gespannt, ob wir hier ein paar Ergebnisse erzielen können. Okay, los geht's. Wir können ja einfach mal uns vorstellen, bevor wir überhaupt dieses fremde Gebäude betreten, was wir natürlich schon längst getan haben. Hallo. Fuck mal, ich krieg grad so fucking hart Gänsehaut. Ja, ich auch. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass es in Ordnung, wenn wir uns, ja, dieses Gebäude hier ansehen. Wir kommen im absoluten Frieden und sind nur interessiert an diesen wirklich absolut faszinierenden Gemäuern. Mein Name ist Leon. Mein Name ist Taco. Und wir wollen dir wirklich nichts Böses. Wir wollen lediglich mit dir sprechen, kommunizieren und vielleicht sogar etwas über diesen Ort hier erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das grad mitbekommen habt. Warum ist meine Kamera ausgegangen? Ja, Leute, ganz komisch. Jetzt auch noch grad meine Kamera ausgegangen. Leon hat hier die Ghost Tube App angeschmissen und er wollte sich gerade vorstellen, hat gerade gesagt, ja, wir möchten uns vorstellen. Und auf einmal sagt die Ghost Tube App einfach Hallo. Sehr, sehr passend. Und dann ist meine Kamera ausgegangen. Die Lampe hast du aber ausgemacht, ne? Deine Taschenkampe? Ja, ja, weil ich Energie sparen will. Sollen wir einmal einen Blick in den Raum werfen? Die Seite des Schlafzimmer ist aber auch vorne. Das Fenster geht vorne raus, deswegen dürfen wir uns nicht lange aufhalten. Ja. Ja, wir würden uns wirklich sehr über jeden Kontakt freuen. Vielleicht über den Kontakt mit einem ehemaligen Bewohner dieses Schlosses. Ich komme und gehe. Vorsichtig sein. Okay, du kommst und gehst. Du kannst gerne für diese Kommunikation zu uns kommen, aber danach bitten wir dich natürlich, genau wie wir diesen Ort verlassen, auch uns wieder zu verlassen. Wir werden auf jeden Fall vorsichtig sein. Gib wirklich drauf acht, wo du langläust. Alter. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter in die oberen Stockwerke. Ja, also ich finde es auf jeden Fall jetzt schon mal krass. Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Komm erst mal weiter, weil wir leuchten hier komplett raus. Ja, komm. Wir gehen jetzt hier nach oben. Hier ist wahrscheinlich nur Dachboden, aber wir werden es sehen. Bitte gehen. Die Ghost Tube hat einfach gerade gesagt, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Bitte geh. Eigentlich sollten wir gehen. Ja, ich verstehe das auch. Aber ich bitte dich, dass wir hier bleiben können und uns das vielleicht noch... Wir werden morgen früh diesen Ort hier verlassen. Und wir werden hier kein Unheil oder sonstiges anrichten. Im Gegenteil, ich hoffe, dass wir in Form dieser Videos, die wir hier aufzeichnen und das für viele Leute sichtbar machen, noch einen Hauch von Leben in dieses Gebäude wehen können. Und wir haben nur gute Absichten. Ich würde erstmal weitergehen jetzt. Auch wenn es eigentlich ein eindeutiges Zeichen war, aber... Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, Mann. Mhm. Ich glaube eigentlich überhaupt nicht an sowas. Und ich habe vorhin noch gesagt, vielleicht gibt es heute die ersten wirklich paranormalen Erlebnisse. Ja, ich würde jetzt erstmal weitergehen, aber halt vorsichtig sein. Möglichst respektvoll, was wir eigentlich sowieso immer sind, aber... Wir können das ja jetzt nicht hier abbrechen, ey. Komm. Fuck, Alter. Was machen wir hier schon wieder, Mann? Taco, du musst immer einen Moment warten. Ich habe kein Licht, ne? Du hörst zu. Was hat sie gerade gesagt? Du hörst zu. Und ich meine gerade, dass das KZ wieder ausgeschlagen hat ein Stück. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Du kannst jederzeit mit uns sprechen. Und ich werde alles hören, was du sagst. Und was du zu erzählen hast. Warte, mein Herz rast. Meins auch, ja. Hier scheint es auf den Dachboden zu gehen. Beziehungsweise sind wir hier schon auf dem Dachboden. Ich schätze mal, dass die Verdiensteten hier auch irgendwo untergekommen sind, ne? Es ist draußen. Es ist draußen. Was soll das heißen? Es ist draußen. Was ist draußen? Ich könnte mir aber vorstellen, dass wo wir hier gerade sind. Hier sind keine Bilder an den Wänden und und und. Ich glaube hier waren so die Betten von den Bediensteten. Guck mal, die sehen auch immer ähnlich aus alle. Ja, und viel, also quasi spartanischer so, ne? Ja, genau. Vielleicht das, was wir suchen, ist irgendwie außerhalb dieses Gebäudes? Ist es draußen? Oder? Nicht draußen. Boah, ich kann hier nicht im Dunkeln stehen. Tut mir leid. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich muss auf jeden Fall gleich auf den Akku wechseln. Ich muss speichern. Okay, komm, wir lassen uns hier kurz weg sein. Okay, pass auf, mach du zuerst, weil ich habe Angst, dass, so wie man es kennt, passiert wieder irgendwas, wenn wir beide gerade nicht aufnehmen. Okay, ich mache jetzt aber mal meine Kopflante an. Mhm. Das ist echt eines der krassesten Sachen, die wir je gemacht haben. Ja, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du vielleicht nochmal näher an uns herantreten könntest, um das Gerät, welches sich in der Hand haltet, zum Ausschlagen zu bringen. Können Sie das wiederholen? Ja, also wenn du hier bist bei uns, dann lass doch jetzt gerne einmal das K2-Meter ausschlagen. Du kannst uns natürlich auch andersweitig einzeichnen. Bist du ein Freund? Ich bin auf jeden Fall freundlich gesinnt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Freund bin. Letztendlich... Mach's nicht so kompliziert. Wir sind dein Freund. Wir wollen nichts Böses. Ja, wir sind dein Freund. Weil es kann ja auch sein, dass das ein Kind ist, weißt du? Und Kinder, den kannst du nicht so eine komplizierte Ansage machen. Deswegen, wir sind einfach dein Freund und wir wollen dir nichts Böses. Jetzt muss ich auf jeden Fall meine SD-Karte wechseln, meine 9 Minuten. Ich habe meinen vollgeladenen Akku jetzt gerade in die Kamera gepackt und der hat nur 37 Prozent. Als ich gerade den Akku gewechselt habe, kam das Wort Licht. Deswegen wäre jetzt meine Idee, dass wir hier an dieser Stelle einmal das Licht komplett ausschalten, um vielleicht zu schauen, ob dann nochmal was kommt oder so. Meine Kamera ist schon da gerade einfach rausgegangen. Echt? Ja. Gerade tatsächlich, kurz nachdem das kam, war hinter mir ein Geräusch. Ich glaube, dass das meine Isomatte war. Ich bin aber links wo dran gekommen. Aber jetzt schalten wir einmal das Licht aus und wechseln auf die Nachtsicht. Elisabeth. Was zur Hölle? Ich dachte gerade auch dahinten hätte ich einen Schatten gesehen. Kein Spaß. Halt's Maul. In dem Moment. Aber es könnte auch vielleicht vom EMF der Schatten oder so gewesen sein. Du hast die Taschenabab eigentlich nicht bewegt gehabt. Ich weiß es nicht. Alter, Mann. Ist dein Name Elisabeth? Mach mal die Lampen aus. Mach jetzt einfach aus. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich schaue nicht so weit hier hin, ey. Okay Elisabeth. Ich nenne dich jetzt einfach mal Elisabeth. Wir haben jetzt die Lampen ausgeschaltet, um dir zu zeigen. Mein Hektar hat es wieder ausgegangen. Ja? Ja. Okay, also alle technischen Geräte spielen verrückt. Wir haben die ganze Zeit nicht geredet. Und dann fangen wir gerade wieder an. Oder du hast irgendeine Frage gestellt oder irgendwas zu erzählen. Und dann kommt Elisabeth. Und in dem Moment siehst du da hinten irgendeinen Schatten, Alter. Ich bin so gespannt, das auf der Aufnahme zu sehen. Weil ich hab in dem Moment einen kurzen Schock bekommen. Es sah halt wirklich so aus. Aber du hast halt auch dahin geleuchtet. Es könnte vielleicht der Schatten von irgendwas gewesen sein, weißt du? Alter, können wir das Licht bitte wieder anmachen? Warte noch eine kurze Sekunde. Elisabeth! Ist das in Ordnung für dich, wenn wir das Licht wieder einschalten? Okay. Ich würde das jetzt einfach mal als Ja deuten, sonst hättest du auch Nein sagen können. Also, bitte erschrecklich. Er sagte mir. Er sagte mir. Was? Jetzt ist das Licht wieder an. Ja, wir machen das Licht jetzt wieder an. Weil sonst können wir uns nicht weiter fortbewegen. Ich mag es nicht. Verabschiedung. Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch grad sagen. Alter, ohne Scheiß. Du hast letztens in irgendeinem Scheiß-Video von dir gesagt, ich heule gleich. Und ich wollte es eben grad schon sagen, aber ohne Scheiß, ich heule gleich, Mann. Ey, ich find's grad so... Hexe! Ich find's fucking creepy, Alter. Und ich wollte mich grad verabschieden hier. Ich wollte sagen, ihr könnt euch das Video bei Leon auf dem Kanal weiter anschauen. Und dann kommt Verabschiedung aus diesem Ding raus. Und dann noch das Wort Hexe. Wir entspannt... Wir versuchen entspannt zu bleiben. Wir können uns das Gebäude jetzt weiter angucken. Und ich werd nebenbei einfach ein bisschen weiter torken. Wir werden jetzt unsere Akunen weiter fortsetzen. Da noch einmal gucken? Würde ich auch sagen. Ja. Das ist meins. Das ist dein Zimmer. Meinst du? Oder was meinst du, das ist deins? Was ist deins? Das ist wahrscheinlich das Zimmer jetzt hier von Elisabeth. Hier ist nur ein Einzelbett. Aber viel ist hier nicht okay. Lass das Zeit weitergehen. Ja. Keine Zeit verlieren. Geh ruhig. Was ist los? Was ist das? Oder was ist dein Rucksack oder so? Hier hinten hat Leon irgendwo in den Schatten gesehen. Ich hab grad mega Gänsehaut. Die Gänsehaut aus der Hölle. Ich hab den halt nur auf der Kamera gesehen, ne? Ja, ja. Ich bin nah. Ich bin nah. Wir haben gerade darüber geredet, dass ich hier den Schatten gesehen habe. Und ich hab gesagt, der ist da in die Richtung gelaufen. Und dann kommt die Aussage, ich bin nah. Guck mal. Das heißt, du scheinst ja hier irgendwo in der Nähe zu sein bei uns. Du brauchst wirklich keine Angst vor uns zu haben. Guck mal das Bild da. Guck mal. Guck mal. Stell dir mal vor, ich stehe jetzt hier Elisabeth drunter. Oh Gott. Hä? Was? Was war das jetzt für ein Geräusch? Bist du da... Das war hier. Können wir weitergehen einfach? Hier war neben mir ein Geräusch aber. Ich will jetzt nicht hier auf dieser scheiß Treppe stehen bleiben. Warst du dieses Geräusch? Hast du gerade das Geräusch gemacht? Hey Leute, ich glaube, so habt ihr mich wirklich noch nie erlebt. Ich mich selber auch nicht. Weiß nicht, was gerade mit mir passiert. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Horrorfilme in meinem Leben geguckt. Also Leute, wir sind gerade hier auf einer Toilette, die sowieso mega stark nach Urin riecht. Und machen gerade eine Pipi-Pause. Haben gerade beide nicht aufgenommen. Und jetzt gerade kam, ich kann nicht gehen. Das musst du natürlich auch nicht. Das ist hier vermute ich mal dein Zuhause. Wir werden morgen gehen. 1886, 1884, 1887. Ich möchte gar nicht wissen, wie alt das älteste Buch ist, was man hier finden kann. 1879 sehe ich hier. Hier ist nochmal so eine Wendeltreppe. Die App hat gerade gesagt, lassen Sie mich allein. Nächste Gänsehausschauer, sein Urgroßvater. Ich weiß gar nicht richtig, was ich darauf antworten soll. Weil ich bin gerade total im moralischen Dilemma, Freunde. Wir haben diesen ultra, ultra weiten Weg hier auf uns genommen, um uns dieses Gebäude anzusehen. Und es ist natürlich logisch, dass wir das jetzt nicht abbrechen so, weißt du? Ja. Aber es fühlt sich irgendwie trotzdem jetzt nicht richtig an, hier durchzulaufen, wenn die Antworten relativ eindeutig doch sind. Wir werden dich morgen wieder alleine lassen, dann hast du deine Ruhe. Das versprechen wir dir. Hoch und heilig. Oh mein Gott, was eine Küche. Ach du Scheiße. Guck dir auch mal diese Leitarten, die man auf jeden Fall auch brauchte. Meine Kamera ist schneller aus. Was? Jetzt habe ich nicht gehört, was du gesagt hast. Bitte geh kam schon wieder. Schon wieder. Bitte geh. Oh Mann ey, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ey, ich hoffe wirklich nicht, dass ich jetzt irgendwie in den Kommentaren hier voll verurteilt werde, weil wir nicht gehen. Und ich hoffe, dass du uns auch nicht verurteilst, dass wir jetzt hier nicht gehen. Aber wir haben wirklich eine unglaublich lange, lange Reise hinter uns, um hier diesen Ort zu erforschen. Und ja, wir brauchen noch einen Schlafplatz für die Nacht und ein Dach über dem Kopf. Und wir sind auch schon sehr müde. Und so beschlossen wir, unseren Overnight Spot aufzusuchen. Tatsächlich habe ich sogar noch mal ein Blitzlicht-Experiment mit meiner Vollspektrum-Kamera gemacht. Weil das allerdings für die Länge dieses Videos den Rahmen gesprengt hätte, wird das in den Uncut-Aufnahmen von diesen Mysteries für die Kanalmitglieder zu sehen sein. Ich danke euch unglaublich für den Support für jedes einzelne Mitglied. Und ich freue mich schon, mit euch nächste Woche im Livestream alles zusammen zu analysieren. Gut Freunde ey, wir sind wirklich komplett fertig. Das heißt jetzt erstmal für uns, uns hier irgendwie einzurichten in einem Raum. Ich bin komplett fertig. Ich bin klitschnass geschwitzt. Es ist jetzt gleich halb eins. Und dann kriegen wir hoffentlich noch den Schlaf, den wir dringend brauchen. Ich habe schon wieder so die übelsten Fußschmerzen. Jetzt nicht lachen. Ja doch, die ein oder anderen werden vielleicht lachen. Das ist ja so ein Insider mit meinen Katakombenfüßen. Seitdem wir in den Pariser Katakomben waren und meine Füße so halb durchgeschimmelt sind. Ich habe ja vorhin schon auf dem Hinweg hierhin gesagt, dass meine Füße übelst nass sind. Wir sind ja jetzt auch bestimmt zwei Stunden oder noch länger hier rumgelaufen. Ich habe gerade meine Socken ausgezogen und ich sage euch ehrlich, es sieht echt ungesund aus wieder. Achtung, Katakombenfüße 2.0. Das sind die Schlossfüße. Alter, ihr seht schon hier, das ist komplett abgestorbene Haut. Das tut auch übel weh alles. Oh fuck ey. Das ist das übelst ungesund für die Füße. Scheiße. Und Taco darf die gleich sauber lecken. Der freut sich schon. Es stinkt einfach unnormal. Wenn ich gleich meine Fischdosen hier noch aufmache. So meine lieben Freunde. Ich werde mich jetzt direkt in den Schlafsack legen. Wir haben auch schon. Ja, jetzt gleich 1 Uhr. Und wir müssen morgen um 7 Uhr aufstehen. Beziehungsweise heute. Weil wir halt eine 10-stündige Rückfahrt haben. Oh ey. Wie kannst du das? Bist ein Magier oder was? Alter ey. Das krieg ich gar nicht hin. Das krieg ich gar nicht hin, so cool zu sein ey. Kannst du mir das nochmal erklären, wie du es genau handhabst? Wie handhabst du das nochmal genau? Alter, ist ein Dämon in dir drin? Das ist ja gruselig. Guck mal weg. Alter. Taco hör mal auf ey. Taco, kannst du jetzt aufhören oder was? Ich bin Elisabeth. Hör auf jetzt. Hör auf. Hör bitte auf. Da verstehe ich keinen Spaß. Echt? Junge, deine... Taco hat generell so richtig krasse blaue Augen, ne? Ja, das mögen einige hübsch finden. Das ist auch hübsch. Aber wenn er dich so anguckt und dann auf einmal einen auf Dämon macht. Ich schwör's dir, da scheiß ich mir in die Hose. Freut mich. Ich denke dann, du bist besessen oder so. Ich stelle mal vor, ich würde so nachts über dem Schlafsack hängen auf einmal. Ich mach auf, Alter. Nee, Alter, okay. Ich hoffe, das wird eine entspannte Nacht. Ich hoffe, dass die nächste Szene sein wird, dass wir uns morgen früh wiedersehen. Aber ich bin guter Dinge. Es ist unter der Woche. Es ist schon ziemlich spät und wir konnten die Tür verbarrikadieren. Also, euch allen eine gute Nacht. Und schlaft gut. Tschüss. 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 Die sind echt weiter. Die haben was ohne Zeit bekommen. Die sind echt weiter. Alles ist gut? Hallo? Wir gehen, wir gehen, wir gehen Alles ist gut! Du bist gut? Vielen Dank! In Englisch? In Englisch, ja! Du bist gut? Wir schlafen hier nur in YouTube-Videos. Kein Problem! Danke! Auf Wiedersehen! Ist es rausgebrochen? Ja Ich bin so am Zittern gerade, ne? Wir können nur abbrechen, oder? Wir haben jetzt fast 2 Uhr. Wir müssen um 7 Uhr aufstehen. Zehn Stunden Fahrt vor uns. Jetzt, wo ich ein bisschen drüber nachdenke, war das gerade superdumm von uns. Stell dir mal echt vor, man weiß nicht, wer da gerade steht. Ob die vielleicht eine kleine Revolver oder sonst was als Selbstverteidigung mit haben. Die Tür geht auf und wir hätten vorher was sagen sollen. Direkt. Als wir gemerkt haben, der versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Ja, hätten wir was sagen sollen. Alter, der hätte uns erschießen können. Sag ich dir jetzt so, wie es ist. Stell dir mal vor, der hat als Selbstverteidigung irgendwie sowas in die Richtung mit und kriegt einen Schock. Ihr habt gehört, wie der geschrien hat. Es hätte gerade alles passieren können. Es hätte alles passieren können. Leute, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat auf der Kamera. Die sahen eins zu eins aus wie diese Diebe, die wir im Lost Place gesehen haben. Deswegen sind die auch hier nach Wertsachen suchen noch. Meinst du? Ja. Die haben da vorher schon... Der hatte auch so Werkzeug in der Jacke drin und so. Du hast ja schon gehört, wie die da drüben irgendwo alle Schubladen aufgerissen haben. Junge, ich würde so gern was dagegen unternehmen, aber es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich. Diese Leute sind zu Dingen im Stande. Also ich würde jetzt sagen, wir warten erst mal ab. Hoffen, dass Ruhe einkehrt in den nächsten fünf bis zehn Minuten. Und dann versuchen wir weiter zu schlafen. Es ist halt nur kacke, dass man die Tür jetzt nicht mehr verbarrikadieren kann. Aber was soll jetzt noch schlimmer kommen? Boah. Wir sind gerade an einem umgedrehten Punkt, wie am Anfang dieses Videos. Also ich habe jetzt eigentlich schon fast damit abgeschlossen und war dabei zu sagen, wir brechen ab. Und Taco hat es geschafft, mich zu überreden, dass wir jetzt trotzdem nochmal versuchen, die Augen zuzumachen, weil bis wir jetzt beim Auto sind und es ist alles nicht ideal jetzt. Aber wir versuchen durchzuziehen für euch. Also wenn ihr an dieser Stelle noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube sowas... Also das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Irgendwie ziehen wir sowas an, oder? Ja. Gold-Content sage ich nur wieder. Das ist halt so... Oh Leute, ey. Auch wenn wir die Türen nicht weiter verbarrikadieren können, aber wenn hier Leute reinkommen, dann hört man das auf jeden Fall. Gute Nacht. Gute Nacht. Der nächste Morgen ist angebrochen. Wir hatten den Overliter geschafft. Am tollsten fand ich, wie der Daco heute Nacht mich in den Arm gewiegt hat. So... Ich beruhige dich. Hey, beruhige dich ein bisschen. Alles gut. Leon, wir werden noch eins. Ich glaube, das hast du geträumt. Auf jeden Fall ein toller Traum. Das steht fest. Die Rucksäcke sind gepackt. Fenster wieder zugemacht. Und jetzt geht's raus, Mann. Komm. Los geht's. Komplett krank, ey. Weißt du, wie man die Ergebnisse von der PU auch so ein bisschen deuten könnte? Dass das womöglich auch vielleicht wie so eine Art Warnung war oder so, weißt du? War das, was bei der PU rauskam, vielleicht wirklich eine Warnung? Tatsächlich sind wir sogar mehrere Male nachts wach geworden, weil wir dachten, dass diese Leute immer noch da waren. Doch das waren sie nicht. Könnte es also in diesem Schloss wirklich spuken? Ihr entscheidet. Alter, ich glaube, ich werde den Wort nie vergessen, ne? Nie. Ich würde sagen, es ist an dem Punkt, die Frankreich-Tour zu beenden. Was wir hier erlebt haben, mal wieder in Frankreich. Und es wird immer krasser. Ja. Die Ereignisse überschlagen sich. Leute, haut dem Leon ein verdammtes Abo rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst ihm ein Like da. Und dann sehen wir uns vielleicht auf der nächsten Frankreich-Tour. Bis dahin. Und tschüss. Ihr könnt dich schon wieder kotzen. Ich bin Taco und ich komme in jedes Haus rein. Das ist meine Scheiße. Und nicht immer den Kamm vergessen. Öffne das Tor! War noch nie geöffnet. Der Schritt war direkt neben mir. What the hell? Taco? Mir geht das gerade wirklich nah. Danke für alles, Freunde. Einfach Danke. Und dass wir jetzt wirklich Paranumalen erlebt haben. Wir sind wirklich Paranumalen erlebt. Wir sind wirklich Paranumalen erlebt. Wenn die Sitzung nicht versteckt hat. Wir brauchen den Kammal den Kammal einen Konflikt als ich,